Diese Folge wurde am 27. Juli 2023 aufgenommen. Medizinethikerin, Hochschullehrerin und Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. In der Phase, in der es mir da wirklich schlecht ging, habe ich die Leute gehasst. Und das bin ich überhaupt nicht. Ich liebe die Menschen. Es ist hart empirisch erwiesen, dass die Arzt-Patienten-Beziehung einen ganz klaren Effekt hat auf den Genesungsprozess. Das ist kein weicher Pipifax. Bis diese Mission Impossible, autonome Killer-KI entsteht, müssen ja Entscheidungen getroffen werden. Können wir einmal sagen, was Ethik eigentlich ist? Darf ich noch was Kompliziertes sagen? Und ich stand unter der Dusche und habe gedacht, scheiße, dann müssen wir das ja machen, dann müssen wir echt reagieren. Aber da ging es dann ständig um Non-Ideal Theory. Bis ich verstanden habe, Non-Ideal Theory ist Realität. Fürchterlich, über was reden wir denn hier? Jetzt habe ich hier lauter Sachen gesagt, die ich eigentlich nicht sagen wollte. Guck mal, es geht gut los. Guck mal, es geht gut los. Es ist doch schon mal. Köpfschl. Schweinegeil. Köpfschl. Schrecklich. Haben Sie Schweinegeil gerade gesagt? Mhm. Hallo, hier ist Allesgesagt, der unendliche Podcast von Zeit Online und Zeit Magazin. Wie immer mit dem Gastgeber von Allesgesagt, dem Chefredakteur von Zeit Online, Jochen Wegner. Und der andere Mann ist Christoph Abend, Editorial Director des Zeit Magazins. Und heute begrüßen wir, wir freuen uns sehr, weil oft gefragt, wir haben uns nie getraut, jetzt haben wir uns doch getraut zu fragen, Alena Büx ist zu Gast. Ja, herzlich willkommen. Hallo, freut mich sehr. Ja, es ist deshalb auch fantastisch, weil in der Vorbereitung ich auch nochmal gemerkt habe, man kann mit unserer Gästin von heute einfach über jedes große Thema reden, weil sie kennt sich, also von künstlicher Intelligenz bis über Solidarität bis zur Frage, wie gehen wir mit den Stammzellen um. Also es, ja, ich freue mich. Wir sind außer uns vor Freude. Auch wirklich sehr, sehr oft gewünschte Gäste. Ich darf noch sagen, wir müssen einige Dinge noch vorab besprechen. Erstens, Recherche und Archiv Anna Meinecke und Vincent Mank. Man kann uns beschimpfen oder Gästinnen vorschlagen bei allesgesagt.zeit.de, der E-Mail-Adresse. Es gibt neue Allesgesagt-Kalender. Ist es schon wieder soweit? Ja. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Oh Gott, bitte. Deswegen, der letzte war wirklich jetzt ratzfatz weg. Es gibt einen neuen. Das heißt, man kann ihn jetzt schon kaufen? Ja, kann man schon kaufen. Du hast einen in der Hand. Ich habe einen in der Hand, das erste Exemplar, das mir zugespielt wurde. 2024 steht da schon drauf. Dabei ist doch noch Sommer. Ich schenke Ihnen sofort Frau Professor Büx. Ah, danke. Mit Zitaten aus dem Podcast für jeden, nee, für jeden Wochentag ein Zitat. Habe ich das richtig gesagt? Ich glaube, für jeden Tag, oder? Für jeden Tag ein Zitat. Und man kann den nämlich kaufen. Und ich sage jetzt, wo. In der Hoffnung, dass nicht alle wieder sofort ausverkauft sind. Bei shop.zeit.de slash allesgesagt. shop.zeit.de slash allesgesagt. Und da gibt es auch noch Kartenspiele, die auch wirklich reißenden Absatz fanden. Auch diese Folge von Allesgesagt wird natürlich produziert von der one and only Maria Lorenz Buckelberg von Pool Artists. Wir sitzen auch wieder hier im Wohnzimmer, im WG-Wohnzimmer. Es gibt neue Bilder an der Wand, hast du gesehen? Ja. Ja, es bleibt kein Schein auf dem anderen. Japanisches Star Wars Poster. Ich kann damit nicht umgehen, wenn sich meine Vertraute im Gegenden ändert. Und man kann unter zeit.de slash allesgesagt unser Newsletter abonnieren, indem wir zum Beispiel auch, leider seid ihr jetzt zu spät, wenn ihr dies hört, immer mal wieder Freitickets für Leihveranstaltungen von Allesgesagt verlosen. Im Herbst sind wir in Hamburg, kann man vielleicht schon sagen, mit einem besonderen Gast. So, jetzt kommen wir aber zu der im Grunde genommen fast einzigen Regel dieses Podcasts, Frau Professorin, nämlich das sogenannte Schlusswort. Sie müssten uns ein Schlusswort nennen. Vielleicht eins, das nicht so oft in Ihren normalen Gesprächen, bei Ihren normalen Themen vorkommt, was ja nicht ganz so leicht ist, weil das ist ja eine große Vielfalt. Aber ein Wort, das Sie sich merken können und nur mit diesem Schlusswort können Sie dann das Gespräch beenden, wann auch immer Sie mögen. Okay. Und Sie müssten es einmal sagen, damit wir es wissen. Okay, Stellary Place. Hä? Stellary Place. Darf ich es jetzt nochmal sagen? Aber… Es ist nicht mit L, sondern mit Doppel-N. Okay. Okay. Das erklärt alles. Natürlich. Das ist eine alte Adresse. Sehr gut. Das ist doch perfekt. Ja, ja. Verstehe. Aus England. Jochen wird, wie immer in unserem Podcast, Sie jetzt noch etwas ausführlicher vorstellen. Ja. Also wir wechseln uns ab. Ja. Wie immer abwechselnd. Ich immer… Es gab nicht so viel über Sie wie bei anderen Menschen, haben wir festgestellt. Aber ich versuche, das mal bündig zusammenzufassen, was wir gefunden haben. Alena Michaela Büx. Ja? Woher kommt eigentlich der Nachname? Der ist flämisch. Guck mal, ich kann nicht mal einen Satz sagen. Nein, aber das war… Das muss ich einmal sagen. Ja, Moment. Und es ist tatsächlich kompliziert. Es ist ein flämischer Name. Der würde eigentlich Büx ausgesprochen. Man schreibt das B-U-Y-X. Genau. Und wir hatten eine Lautverschiebung in der Familie irgendwann im 19. Jahrhundert. Darauf wird großer Wert gelegt. Und deswegen ist das jetzt Büx. Und der Vorname, soll ich das auch gleich noch sagen? Unbedingt. Wird fast überall falsch ausgesprochen. Und ich habe irgendwann aufgehört, das zu korrigieren. Aber ich finde, das ist doch jetzt mal ein super Anlass, um das hier mal auszusprechen. Alle sprechen das falsch aus, weil ich das nicht mehr korrigiert habe. Ich habe ungefähr 14 Fernsehaufzeichnungen gekauft, in denen sie vorgestellt werden, um sicher zu gehen, dass ich den Nachnamen richtig ausgesprochen habe. Ich bereue, dass ich das jetzt angemerkt habe. Aber vielleicht ist das… Nein. Wir sind das Medium, in dem solche Dinge gerade gerückt werden. Ich habe auch eine Erklärung, warum ich das nicht gemacht habe. Weil man kommt sich so blöd vor, erstens. Aber das ist falsch, erstens. Und zweitens bin ich dann jemandem da auch einfach nicht sozusagen hinterhergekommen und gesagt, ist doch völlig egal. Ich war so stolz. Aber ich heiße eigentlich Alena. 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 Man setzt sich auf die erste Silbe drauf. Das ist ein tschechischer Name. Alena. Und wie kam es zu diesem tschechischen Vornamen? Meine Mutter kommt aus Prag ursprünglich. Siehste. Sie sind schon sehr weit. Ja, ich bin viel weiter als in meinem Recherchen- und targen Recherchen-Material. Alena. Genau. Also Vorliebe Prag und so haben wir notiert. Aber diese Verbindung kannten wir zum Beispiel nicht. Sagst du jetzt einen Namen nochmal? Alena Büx. Ich habe jetzt lange darüber nachgedacht. Alena Büx. Ich muss komplett neu lernen. Und liebe, liebes Fernsehen, liebe Podcasts. Alle habt ihr es falsch gesagt. Das ist so gemein. Alena Büx. Ist eine deutsche, ich hoffe, es ist richtig, Medizinethikerin, Hochschullehrerin und Vorsitzende des Deutschen Ethikrats in all diesen Rollen doch recht präsent gewesen in den vergangenen Jahren. Sie ist in Osnabrück geboren, aber auch da muss ich schon wieder suchen. Wahrscheinlich nur in der Nähe aufgewachsen, ganz sicher nicht in Osnabrück. Nickenbergistik. Hier steht tatsächlich in meiner Recherchevorbereitung, weil ich habe es mir mal reingepriert, wer hat mit Ihnen eigentlich tschechisch gesprochen, weil das haben wir gefunden, aber wir haben nicht gefunden, dass Ihre Mutter aus der Gegend stammt. Dann wissen wir das jetzt auch. Sie haben am Johannes-Kepler-Gymnasium in Ibenbüren Abi gemacht. Philosophie und Biologie belegt damals und sich lobend über Herrn Aschhoff, über den wir, ich hoffe, wir sprechen richtig aus, geäußert, über den werden wir später noch reden müssen. Und die Abinote haben wir auch nirgends gefunden. Da sie aber der Studienstiftung empfohlen wurden, kann sie nicht so ganz schlecht gewesen sein. Es ist aber eine lange Tradition in diesem Podcast, alle Menschen, die ein Abi haben, zu fragen, was sie für eine Abinote haben. Welche Abinote haben Sie eigentlich? Oh, ne, ernsthaft? Ja, das haben wir immer, also Sie müssen es nicht sagen, das ist vielleicht streng geheim. Gutes Abi. Hä? 1-0. 0,8. Nick. 0,8. 0,8. Sie nickt. Kommt geraten. Jetzt mache ich mal 0,7. 0,7 gibt es nicht, oder? 0,77. Was? Wow. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Auf der zweiten Stelle hinter dem Kopf. Wie weit geht es nach oben? Das ist ja fürchterlich. Über was reden wir denn hier? Jetzt habe ich hier lauter Sachen gesagt, die ich eigentlich nicht sagen wollte. Guck mal, es geht gut los. Es ist doch schon mal 0,7. Freuen wir uns. Freuen wir uns. Hallo Wikipedia. Aber 0,77, das habe ich noch nie gehört. Ich dachte, ich hätte schon mal Leute getroffen, die ein ganz okay Abi gemacht haben. Aber 0,77? Das ist nicht so selten. Das hatte jetzt gerade wieder jemand in Berlin. Das geht noch besser. Wie weit geht das hoch? Also das sind ja dann 15 Punkte müssen. Ich glaube, 0,6. Gott sei Dank, ich habe nicht so ein gutes Abi. Ich kann das nicht berechnen jetzt. Ja, ich auch nicht. Aber das geht noch besser. Also da, ja, ja, ja. Und ich meine, an welchem Fach lag es, dass Sie so eine Katastrophe als Abi da hingelegt haben? Sollen wir raten? Sport war sie ja auch gut. Aber vielleicht haben Sie in Sport nicht 15 Punkte gemacht. Aber sie war sehr gut im Sport. Das war echt anspruchsvoll, weil man muss ja dann auch diese ganzen ... Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Also irgendwo muss noch mal so 13 Punkte dabei gewinnen. Also in Mathe war jetzt nicht so ganz mein ... Also nur 14 Punkte in Mathe, oder? Wieso haben wir darüber geredet? Ich wusste nicht, dass man nach dem Abi gefragt wird. Ich habe mir aber vorgenommen, ich lüge nicht. Das ist schon mal gut. Da freuen wir uns. Und ich lüge sonst auch nicht. Aber ich lasse weg. Das ist ja kein Zufall, dass man über mich nichts findet. Also Kansche Ethik. Rät nicht so gerne. Kansche Ethik. Ethik nach Kant. Wir kommen aber noch nicht ja später. Wir kommen noch drauf. Das ist schon mal gut. So, dann sind wir doch schon deutlich weitergekommen, als wir in unseren Recherchen. Gott, jetzt höre ich auf. Ich sage nichts mehr. Und wie war es so in Ibbenbüren eigentlich so? Super. War total super. Ibbenbüren ist eine kleine Stadt. 50.000. Ja, aber mit den ganzen Gemeinden drumherum. Und ich erinnere das vor allem. Also ich hatte eine wirklich super Schulzeit. Obviously. Nein, es war wirklich Spaß. Viel Party und so. Und viele Hauspartys in diesen Dörfchen, wo halt die Leute aus der Stufe gewohnt haben. Und auch in der Schule. Da gab es richtig geile Partys. Ah ja. Das macht man, glaube ich, heute nicht mehr. Bei uns ist das Obstparty, Oberstufenparty. Da ging die Post ab. Das war wirklich richtig geil. Und ganz viel Musik. Wir hatten eine ganz tolle Musik. Es sind auch alte Freunde und Bekannte von mir, gar nicht so unbekannte Künstler. Ah ja, zum Beispiel? Die Donuts zum Beispiel. Ah ja, die Band. Ja, kommen aus Ibbenbüren. Und Tom Gable kommt, die Gable-Familie, die alle unglaublich musikalisch waren und irgendwie so die Stars der Stadt. Und wir hatten einfach eine sehr rege Musikszene. Das war alles Musikschule, Jugendkunstschule. Dann gab es Pink Pop. Das war so ein Jazz-Austausch und Festival und so. Und das hatte alles die Hochzeit in meiner späteren Schulzeit. Ja. Sie haben doch auch in wie vielen Orchestern gleichzeitig gespielt? Weiß ich nicht, viele. Sie haben Geige gespielt. Vier. Ja, und so schlecht. Aber es hat fürs Orchester so gerade gereicht. Warte mal, ich war im… 13 Punkte wahrscheinlich. Ach komm. Das kann sich jetzt aber nicht durchziehen, sonst gehe ich. Nein, ist okay. Wir hören jetzt auf Witze über gute Abis zu machen. Bitte, danke. Das Streberinnen-Trauma-sitzt-tief. Ich war im Musikschulorchester, im Orchester der Preussag. Das ist die Zeche, der Bergbau, den es in Ibbenbüren gibt. Hab's auch ein Atomkraftwerk-Orchester? Äh, äh. Und dann halt in allen möglichen anderen Ensembles. Ja. Weil ich auch noch, ich hab noch Flöte gespielt und da haben wir so ganz alte Musik gemacht, so Renaissance-Musik. Und dann hab ich halt in irgendwelchen Jazz-Ensembles und gesungen und Chöre und so. Also ich hab eigentlich vor allem Musik gemacht ein paar Jahre. Und haben Sie mal danach darüber nachgedacht, das als Beruf zu werden? Ja. Hab ich. Und warum ist es nicht dazugekommen? Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaub, ich wollte Gesang studieren. Ich hab über Volkwang und sowas nachgedacht. Und weil halt viele Freunde, die ein, zwei, drei Jahre älter waren, sind wirklich in eine Profi-Musikerkarriere, ähm, abge-, ähm, haben sich aufgemacht. Abgedriftet, nee, ja. Ah, nee, abgehoben, wollte ich eigentlich sagen, weil die zum Teil wirklich richtig abgegangen sind. Also ganz tolle Sachen. Und ich glaube, ich hab dann, also A, das werden meine Eltern gewesen sein, die so ein bisschen mitgestupst haben, es möge doch ein Brotberuf werden, was Solides und nicht irgendwie so ein, ähm, ne? Die Donuts sind schon cool, aber Kind. Mach doch mal Medizin. Was Vernünftiges, ja. Und das Zweite ist, ähm, und im Rückblick stimmt das natürlich auch, ich glaube, ich hätte weder das Talent noch die Konstitution dafür. Also ich glaube, man muss schon, man muss, wenn man alles auf die Karte des musikalischen Talents setzt, das ist schon, also es war, glaube ich, sehr gut, dass ich das nicht gemacht habe. Ich glaube, ich hab, ich hab, das mit dem Gesang war schon alles nicht schlecht, aber ich glaube, das wäre bei weitem nicht gut genug gewesen, erstens. Und zweitens ist das ja auch etwas, also die Stimme ist eben ja auch ein, ist ein Organ, das sehr viel Pflege braucht. Und ich glaube, ich hätte das einfach nicht durchgestanden. Also körperlich, glaube ich, wäre das. Ging es Ihnen dann später so, manchmal, wenn Sie dann so Altersgenossen noch so mitbekommen haben, die dann auch professionelle Musikerinnen und Musiker geworden sind, dass Sie manchmal dachten, das könnte jetzt auch ich sein? Nee, weil ich vom ersten Tag meines Medizinstudiums, damit hab ich ja angefangen und dann kamen die anderen Sachen irgendwie so ein bisschen dazu, gedacht hab, ich bin hier total richtig. Ich kam da an und ich dachte, das ist es. Und hab also wirklich nie bereut, die Entscheidung, die Entscheidung gegen die Musik ist auch, die ist noch vor dem Abi gefallen. Also als man dann anfing, darüber nachzudenken, weil für Medizin musste man ja alle möglichen sein Vorhermachen damals noch, Mediziner-Test. Und dann musste man ja die Sachen wegschicken und sie bei den Unis bewerben und so. Das hatte ja irgendwie einen Vorlauf. Und das heißt, diese Überlegung irgendwie über Medizin nachzudenken, da hätte man ja auch Aufnahmeprüfungen machen müssen. Und in der Phase ist da, da ist, da ist die Entscheidung schon, die war schon gefallen. Sodass, als ich dann ins Studium kam, hab ich gedacht, yay. Also das war. Ja, ich ergreife mutig die Gelegenheit und flechte ein, dass Sie dann Medizin studiert haben, aber auch Philosophie und Soziologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und wie schon erwähnt von der Studienstiftung des deutschen Volkes auch gefördert wurden. Und wenn ich das, da muss ich einmal nachfragen, was so ein bisschen blurry ist. Sie haben ja zwei Studien parallel gemacht, richtig? Das ist stimmt. Und da hätte es Ärger mit dem Prüfungsamt oder zumindest so Widerstand gegen warum nochmal genau? Nee, nee, nee. Oder wie war das genau? Nee, eigentlich im Gegenteil. Ach so. Ich bin, ich hatte in meiner allerersten Lehrveranstaltung einen Dozenten, der erwähnte, dass er Medizin und noch was dazu studiert. Und ich so, aha. Das geht. Das ist ja interessant. Und dann bin ich nachher irgendwie zu dem gesagt, ja, wie geht denn das? Und so, der meinte, naja, ich habe halt einen Magister noch dazu gemacht. Genau. So, dann mache ich Magister dazu. Weil mir das, weil ich schon dachte, ich würde eigentlich Philosophie gern weitermachen. Und dann bin ich zum Prüfungsamt und habe denen das hingeworfen, habe gesagt, ich würde gerne Philosophie zu Medizin kombinieren. Können wir das irgendwie machen? Und die waren sehr offen. Ja. Aber was heißt denn kombinieren, dass man da überschneidende, das eine als Nebenfach des anderen oder einfach beides gleichzeitig? Also man muss einen vollen Magister machen, aber man konnte sich ein Nebenfach, also man kann sich ja die Nebenfächer, konnte man sich aussuchen. Und ich hatte da schon dann geplant, ich würde mir Medizin als ein Nebenfach, ich glaube theoretische Medizin hieß das dann. Das konnte man sich dann irgendwie anrechnen lassen. Da gab es eine Überlappung. Und ich muss das Prüfungsamt wirklich loben. In Münster. In Münster. Grüße. Weil die, weil das, als ich dann entschieden war, das zu machen, ging das relativ sauber durch und ich habe das dann auch durchgezogen. Und als ich den Magister abgegeben habe, Jahre später, hat mir die Dame beim Prüfungsamt gesagt, dass ich die Letzte war, die nach der Studienordnung noch studiert hat. Die war irgendwie von Anno dazu mal. Und die haben die dann eingemottet. Also ich war wirklich die Allerletzte, weil es natürlich bei mir ein bisschen länger gedauert hat als der klassische vierjährige Magister. Und ich habe angefangen zu heulen. Ich habe die Magisterarbeit abgegeben und hatte irgendwie vier Nächte nicht geschlafen, weil ich die überarbeitet, also sozusagen in den letzten, es war relativ crazy, es waren so richtige Nachtschichten. Und dann bin ich da vor Erleichterung in Tränen ausgebrochen. Kann mich noch daran erinnern. Deswegen lasse ich auf das Prüfungsamt nichts kommen und bin ein bisschen überrascht, ob das irgendwo, tauchte das irgendwo auf? Ja. Echt? Ja, ja, so als hätte es da… Nee, gar nicht. Nee, okay. Das ist gut. Das ist erfreulich. Können wir wieder was korrigieren hier? Ja. Das ist ein reiner Debunking-Podcast. Ich gehe mal forsch, so durch die wenigen Jahre, die Sie gebraucht haben, das alles abzuschließen, University of York haben wir uns notiert, University College London, das waren so paar Stationen, dann aber schon Staatsexamen 2004, also Medizin, Promotion 2005 und dann waren Sie sozusagen offiziell Ärztin und haben dann aber nebenbei eben auch den Magister abgeschlossen. Lateralisierung von Aufmerksamkeit bei gesunden Rechtshändern und Linkshändern, eine Studie mit funktioneller transkranieller Dopplersonographie. Das heißt, Sie haben geguckt, wie dieses Blut fließt bei Leuten mit dieser oder jener Hirnorientierung, kann man das so sagen, also bei Rechtshändern und Linkshändern, ob sich das da fundamental unterscheidet, ne? Ja, und zwar in Bezug auf Aufmerksamkeit. Da gab es eine Gruppe, die haben sich mit so verschiedenen Funktionen beschäftigt im Kontext von Händigkeit, weil das zum Teil auch dann zusammenhängt mit beispielsweise Schlaganfällen und so, aber auch Gehirnplastizität und auch einfach sozusagen Erkenntnisgewinn und da gab es eine Gruppe und da gab es, deswegen, also das will ich ganz offen sagen, ich wusste zu dem Zeitpunkt, als ich meine Doktorarbeit in der Medizin gewählt habe, so ein ganz bisschen im Hinterkopf schon, dass ich nicht unbedingt in der Medizin auf Dauer vielleicht mein Glück suchen würde und habe schon parallel Medizinethik begonnen und die Doktorarbeit in der Neurologie, das ist eine, glaube ich, solide Arbeit, aber das war jetzt nicht was, wo ich so richtig mich voll, also mit dem Forschungseifer, den ich später in der Medizinethik entwickelt habe, reingeworfen habe, sondern da bin ich in eine gut etablierte Gruppe gegangen, wo das lief, da gab es viele Arbeiten, die sich mit ähnlichen Verwandtenthemen beschäftigt haben. Das heißt, man hatte auch andere Doktoranden, mit denen man sich austauschen konnte und so. Also das war, das war eine ganz dankbare Geschichte. Und wie ist es jetzt mit den Links- und Rechtshändern? Bei Linkshändern ist das so, dass die Verteilung von Funktionen ein bisschen heterogener ist als bei Rechtshändern. Ich bin ja Linkshänder, deswegen wollte ich… Ja, die sind ein bisschen, da gibt es mehr Varianz, um es jetzt mal ganz grob zusammenzufassen. Gut. Also die Magisterarbeit haben wir nicht gefunden, die ist, glaube ich, auch nicht veröffentlicht, die Promotion schon. Angewandte Gerechtigkeitstheorien im Gesundheitswesen… Die ist echt, die ist nicht veröffentlicht? Die musste ich aber auch abgeben. Vielleicht haben wir, ja, oh Gott, oh Gott, vielleicht haben wir es nicht, waren wir nicht tief genug gebuddelt. Aber es ging um Gerechtigkeit im Gesundheitswesen, zwar Verteilungs… Nee, doch, ich habe die doch, ich habe die auch da drin gelesen gestern. Man muss das ja alles, also die ganzen Abschlussarbeiten müssen ja irgendwie, den Magister müsste es… Moment, stimmt, die ist online zu finden. Hier steht unveröffentlicht, Doppelpunkt. Na okay, ich habe gestern nach noch drin gelesen. Naja, die sind natürlich nicht irgendwie als Buch oder so veröffentlicht, genau, sondern das sind halt die qualifizierenden Arbeiten. Bei der medizinischen gibt es ja dann meistens noch irgendwelche, also aufbauend auf dem, was die Doktorarbeit ist, das ist ja sozusagen das Buch, gibt es dann ja diese Journalpublikation, wo man die Hauptergebnisse dann eben zusammenfasst und publiziert. Und das gibt es bei dem Magister nicht, das ist aber auch sehr unüblich. Es gibt natürlich Leute, die ihre Magisterarbeiten dann wirklich als Bücher publizieren, aber das habe ich nicht gemacht. Sie waren wissenschaftliche Mitarbeiterin in Münster, sind dann nach Harvard gegangen. – Das war wohl sehr toll. – Ja, das war sehr toll. – Haben Sie schon öfter erzählt. Warum? Also vielleicht nur ganz gut, wir kommen da vielleicht später noch drauf, aber warum? Ist das eine dumme Frage? Wir haben öfter Leute hier, wir haben eigentlich ständig Leute hier, die in Harvard irgendwie waren und alle haben so dieses Strahlen, wenn man… Woran liegt denn das jetzt? Okay, also bei mir gibt es drei Gründe. Das eine ist, der Nimbus natürlich, Harvard ist einfach so mega cool und irgendwie denkt man so, das ist der Gipfel der akademischen Exzellenz. Also schon die Vorstellung von Harvard ist irgendwie gut. Dann der zweite Grund, man kommt da hin und das ist wirklich, das ist wirklich, wirklich super. Ganz fantastisch. – Was ist super? – Also es ist schwer zu… Es ist einfach in jedem Fach, in jeder Hinsicht immer top. Es sind die tollsten Leute. Man wird total so jaded, ja. Also man kann jeden Tag zu sechs Vorträgen gehen von irgendwelchen Nobelpreisträgern und das ist irre, irre. Das Programm, in dem ich war, war damals absolut weltweit führend. Das ist einfach, die Exzellenz da ist wirklich sehr hoch und die… Und es ist so befruchtend. Also man sitzt da einfach rum und redet mit den tollsten Leuten und trifft nur geile Leute. Also mich hat das akademisch und inhaltlich unglaublich nach vorne gebracht. Da wahnsinnig viel gelernt und wirklich auch Leute kennengelernt, mit denen ich bis heute zum Teil eben noch Kontakt habe. Und das Dritte, und das ist glaube ich etwas, was man unterschätzt, wenn man da hingeht. Also ich jedenfalls bin immer mit einem riesigen… Mit diesem… Ich glaube, das heißt jetzt… Das hat jetzt einen neuen Namen. Das heißt, jetzt heißt das Imposter-Syndrom. Ich glaube, früher nannte man das einfach Minderwertigkeitskomplex. Dass man irgendwie denkt, eigentlich ist man nicht gut genug. Ja, man muss immer noch besser werden. Man muss immer noch besser werden. Man ist noch nicht gut genug. Das ist sehr hilfreich für eine akademische Karriere. Aber natürlich kann das auch ein bisschen zerstörerisch sein. Und es wird jetzt viel darüber gesprochen, über Mental Health in Akademia und so. Und der Nachwuchs… Da gibt es jetzt sehr gute Daten dazu, dass da viel zu viele, viel zu stark darunter leiden. Und ich hatte das auch ein Stück weit. Und da ist Harvard ein irrsinniges Korrektiv. Weil man sitzt dann da und stellt auf einmal fest, ich kann hier irgendwie mithalten. Und ich kann hier nicht nur mithalten, sondern… Geht das jedem so? Vielleicht nicht? Ich gehe hier echt nach vorne. Doch, ich glaube schon. Also die Leute, die in solche Programme, da muss man sich ja bewerben und das ist irgendwie ja… Man kann da ja nicht mal so eben einfach hin. Also ich… Keine Ahnung, ob es jetzt allen so geht, aber das ist was, das haben mir viele auch berichtet. Das war eher für sie eine Ermutigung oder Bestätigung, dass sie plötzlich gemerkt haben, sie sitzen da hier mit den weltbesten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus ihrem Bereich. Und es ist auf Augenhöhe. Und sie verstehen es. Und sie können sich austauschen. Ja, und ich meine, der eine wollte mir einen Job anbieten und so. Das ist wirklich geil. Was für ein Job war das? Also ich hätte da Clinical Ethicist, hätte ich da werden können. Und dann hätte ich in Harvard arbeiten können. Und das ist, das hebt das Selbstbewusstsein. Also das hilft einem, dieses Imposter-Syndrom, das man in der Wissenschaft, das sehr viele Menschen in der Wissenschaft jedenfalls kennen und auch eine ganze Reihe haben, ein bisschen loszuwerden. Deswegen war das für mich in jeglicher Hinsicht wirklich einfach ganz großartig und irgendwie so ein, also auch im privaten Bereich, auch wenn ich da jetzt nicht ins Detail gehen werde, war das einfach, ja, das war fantastisch. Das ist wirklich, wirklich toll. Mit frischem Wind sind sie zurückgekommen, haben sich habilitiert, konnten dann sozusagen lehren. Und dann gibt es eine Phase, die auch total interessant ist. Sie waren dann in London in dem einen, dem Bioethik-Ethikrat, ne? Ja, und das muss man… Wie kam das eigentlich? Also erklären Sie mal, was das genau für ein Gremium ist? Es war andersrum. Ich war in, ich war in, in Harvard und habe mich beworben auf eine Stelle beim englischen Ethikrat. Also das ist das Äquivalent sozusagen des deutschen Ethikrats, allerdings anders aufgestellt. Also der ist nicht politisch angebunden, so wie wir beim Bundestag, sondern das ist eine, eine unabhängige, ein unabhängiges Gremium, das von drei Stiftungen getragen wird. Vom, oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr genau, Medical Research Council, noch einer, einem anderen Council, glaube ich, also für die Humanities, also für die Geisteswissenschaften und dem Welcome Trust. Große, große, großer Forschungsförderer in der Medizin. Die haben aber überhaupt keinen Eingriff, also die haben sozusagen, die geben einfach am Grundstock Geld und dann funktioniert das Ding. Und da gab es eine Stelle in der Exekutive. Also nicht… Das, was wir heute im deutschen Ethikrat machen. Das, was ich jetzt im deutschen Ethikrat mache, wo ich Mitglied und jetzt Vorsitzende bin, sondern sozusagen auf der exekutiven Seite. Und da hatte ich mich drauf beworben und dann habe ich die Stelle gekriegt und bin tatsächlich aus Harvard direkt nach London gegangen und bin so ein bisschen raus aus der, deswegen sage ich das mit der Habilitation, da habe ich, da habe ich die, die Wissenschaft, ich will nicht sagen, also nicht auf Eis gelegt, weil ich gleichzeitig am University College noch ein Fellow war und schon auch noch publiziert habe, auch ganz gut publiziert und immer weiter in Kontakt war mit, mit den wissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen. Aber da habe ich wirklich Vollzeit gearbeitet, nicht mehr in einem Wissen, einer wissenschaftlichen Institution, sondern eben beim Nuffield Council on Bioethics, die allerdings, das muss man sagen, sehr wissenschaftlich gearbeitet haben. Was haben Sie da gemacht? Ich war da, das nennt sich, ist immer schwierig zu übersetzen, stellvertretende Direktorin oder Assistant Director oder wie auch immer. Und wie alt waren Sie da? Wie alt war ich da? Anfang 30? Ja. Und da waren wir also sozusagen, wir waren zu dritt und haben stellvertretende, also haben vertreten den Direktor und wir waren jeweils zuständig für einen großen Report immer. Und da war das so, ich sage das immer, ich habe es zweimal falsch gemacht. In England beim, beim Ethik, beim englischen Ethikrat schreibt das, schreibt die Exekutive, also ist das Executive Secretariat, so heißt das, das ist, im Prinzip ist das die Referentenebene, so kann man das eigentlich nennen. Und die schreiben den Großteil und der Rat arbeitet zusammen und arbeitet Ideen ein und fungiert, also liest das und kommentiert und so, aber die Hauptschreibarbeit macht nicht der Rat. Im deutschen Ethik heißt es genau umgekehrt. Man macht die Hauptschreibarbeit der Rat. Und ich habe es, also ich hätte es genau umgekehrt machen sollen. Sie waren zweimal an der… Zweimal da, wo viel geschrieben wird. Wo gearbeitet werden muss. Naja, also… Ernsthaft der Arbeit. Gearbeitet wurde da überall. Aber die Schreibarbeit war eben tatsächlich, da in England eben lag, bei den Assistant Directors vor allem. Und das war, es war, also ich habe irrsinnig viel da gelernt. Ich habe, das war wissenschaftlich extrem spannend, auch ein spannendes Thema. Ich habe damals Bioenergie gemacht, also durchaus auch ein Thema, das heutzutage irgendwie wieder sehr aktuell und relevant ist. Und ich habe da auch sehr viel gelernt über professionelles Arbeiten. Das ist, glaube ich, was, das sagen viele, die an englischen Institutionen waren, die sind einfach, ja, da lernt man echt viel darüber. Wie führst du ein Team? Wie gehst du mit Leuten um? Wie organisierst du dir deine Arbeit? Und das war so ein fantastischer Chef, der Hugh Whittle, der ist inzwischen im Ruhestand. Aber der hat das so großartig gemacht und habe ich, ich habe immer Glück gehabt, aber ich habe auch mit meiner Professorin, das habe ich auch schon oft öffentlich gesagt, kann ich nicht oft genug sagen, Bettina Schöne-Seifert in Münster, eine großartige Chefin gehabt. Aber die zwei ergänzten sich auch so toll. Also ich habe wirklich, wirklich Glück gehabt mit den Leuten, für die ich arbeiten durfte und von denen ich da lernen durfte. Und deswegen, und dann hatte ich aber immer so ein bisschen den Fuß noch in der Wissenschaft in London. Und deswegen sage ich, war es umgekehrt. Und dann war ich zum, und dann habe ich die Emmy-Nöter-Gruppe, ich glaube, ich weiß das gar nicht mehr genau, habe ich mich nämlich, ich hatte mich noch. Das war 2013 bis 2014, falls Sie sich nicht mehr erinnern. Das war so. Ich hatte mich aber beworben auf die Emmy-Nöter-Gruppe. Für diejenigen, die das nicht kennen, das ist eine Forscher-Gruppe, die recht kompetitiv ist. Also man bewirbt sich und dann laufen alle Disziplinen gegeneinander. Das heißt, das ist nicht irgendwie in der einen Disziplin oder nur in der Medizin oder so, sondern alle gegeneinander. Was heißt denn alle gegeneinander? Naja, alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich darauf bewerben. Das heißt, das verbleibt nicht in der eigenen Fachgruppe oder so, sondern man rennt gegen die Physikerinnen und die Mathematiker und die, was weiß ich, Sportwissenschaftler oder so. Und da hatte ich mich darauf beworben und die hatte ich 2009 bekommen. Und das wäre in Münster gewesen, bei Bettina Schöne-Seifert wieder. Und dann habe ich Bettina angerufen und habe gesagt, Bettina, ich würde jetzt gerne nach London gehen. Was machen wir denn jetzt? Hat sie sich sehr gefreut. Sie fand das, das muss man eben sagen. Ich habe wirklich, wirklich tolle Leute immer gehabt, für die ich arbeiten durfte, weil dann Bettina gesagt hat, verdammt, scheiße. Okay, lass mich mal bei der DFG anrufen, das mache ich jetzt mal für dich. Da helfe ich dir jetzt mal. Und was ist die DFG noch kurz? Die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Und das sind diejenigen, die fördern diese Eminitor-Gruppen. Und das rechne ich auch bis heute der Deutschen Forschungsgemeinschaft extrem hoch an. Bettina hat dann da angerufen und hat gesagt, also hier bei mir wäre eigentlich, würde diese Forschergruppe herkommen und die Frau Büx wird die leiten. Und ich möchte einfach dafür votieren und ihnen raten, wenn Frau Büx sie jetzt fragt, darf sie das verschieben, dass sie ihr das zugestehen. Also sie hat wirklich einen richtigen Gut. Nein, nicht im Hintergrund. Das war transparent. Also sie hat, das war jetzt nicht irgendwie versteckt oder so, sondern sie hat einfach da angerufen und hat gesagt, seid mal offen, wenn die euch anruft. Und ich habe dann da eben mit wirklich, also das war eines der schwierigeren Gespräche meines Lebens, habe da angerufen und habe halt gesagt, ja. Also große Ehre und finde das Ganze. Das ist wirklich eine tolle, tolle Förderlinie. Viel Geld und man kann frei forschen. Das ist großartig. Man hat halt eigene Leute und so, obwohl man noch nicht Professorin ist und das ist wirklich ganz toll. Aber ich würde halt gern trotzdem diese Sache in London. Und dann haben die mir im Prinzip erlaubt, das sozusagen ein paar Jahre auf Halde zu legen. Das ist ja wirklich was für ein Privileg. Und dann konnte ich das in London, da bin ich auch noch schwanger geworden und so. Da hat sich das alles irgendwie verzögert. Und die DFG, ich bin ein Riesenfan der DFG, weil die DFG hat das mitgemacht und hat nicht gesagt, also pass mal auf Mädchen, du hast das 2009 gekriegt, ja. Und jetzt ist sie, du bist hier schwanger 2011 und jetzt ist es 2013, wir sind schon wieder schwanger. Was ist das denn hier? Sondern die haben einfach, die sind das mitgegangen. Die haben das wahrscheinlich in Apple-Aktien angelegt und sich auch gefreut. Das war wirklich, wirklich großartig. Und deswegen ist das so eine Verkettung und ich komme und dann höre ich auf, darüber zu reden. Nein, auf keinen Fall. Nein, die müssen überhaupt nicht aufhören. Hier muss niemand aufhören. Das stimmt, das ist ja hier das eine Format, wo man sich ausbreiten darf. Dann habe ich, kann mich noch erinnern, dann war ich das zweite, also das erste Mal schwanger war ich noch ganz Vollzeit beim Nuffel Council, aber deswegen hatte ich auch immer diese Verknüpfung noch. Weil im Hintergrund wusste ich, ich habe ja diese Forschergruppe, die ich dann irgendwann mal machen will. Und dann kam eben das erste Kind und hat das alles so ein bisschen, das war aber noch voll im Nuffel Council in der Zeit. Und dann wurde ich wieder schwanger und da habe ich dann gesagt, so jetzt sollte ich vielleicht die Habil fertig machen. Und an der hatte ich so langsam die ganze Zeit über, ich habe ja relativ lange gebraucht für die Habilitation. Ich habe 2005 promoviert und 2013 habilitiert. Das sind acht Jahre, das ist jetzt gar nicht so ein kurzer Zeitraum. Habe ich schon längere Zeiträume gehört. Ja, aber das ist jetzt, also auch in der Medizin, wir sind ja in der Medizin ein bisschen Sie haben ja keine Lücke im Lebenslauf gehabt. Und ich habe also immer so ein bisschen daran weitergearbeitet und weiter publiziert. Und dann wurde ich wieder schwanger und habe gesagt, so jetzt ziehe ich das, jetzt mache ich das fertig. Und dann habe ich, dann habe ich, dann habe ich Nuffel gesagt, jetzt ist Schluss bei euch, ihr Lieben. Habe der DFG gesagt, ich trete jetzt die Gruppe an. Ich nehme jetzt das ja. Da war ich noch nicht schwanger. Das war sogar vorher. Sie wussten schon, dass Sie schwanger werden würden? Nee, 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 nee. Das zweite Kind kam früher als geplant. Das war ein bisschen zackig. Aber es war jedenfalls alles in England. Es war alles noch in England, ja. Und deswegen bin ich dann auch nicht sofort irgendwie holter die Polter nach Münster, sondern habe das zum Teil eben aus der Elternzahl. Das war alles ein bisschen wild, aber lange Rede kurz, das ist, was ich sagen will, ist, ich habe den Nuffels gesagt, das war es jetzt und jetzt gehe ich auf die Eminötergruppe und dann habe ich aber wirklich sofort habilitiert. Was eigentlich nicht unbedingt Sinn und Zweck der Übung ist. Und so ein ganz bisschen habe ich das im Nachhinein sogar fast bedauert. Dass ich es so schnell gemacht habe. Ja, weil Sie haben es ja gerade gesagt. Ich hatte ein Jahr im Prinzip offiziell diese Eminötergruppe und dann war schon Schicht, weil ich dann die Professur in Kiel bekommen habe. Weil man ja, wenn man sich habilitiert oder in der Endphase ist, muss man ja irgendwie anfangen, sich zu bewerben. Und ich will nochmal einmal ganz deutlich sagen, dass solche Formate wie die Eminötergruppe sind ein absolutes Geschenk für Forscherinnen Können Sie den Namen nochmal kurz für alle erklären? Eminöter ist eine deutsche Mathematikerin. Oh Gott, aber das ist jetzt peinlich, aber hat die nicht, die hat irgendein, die war das Erste in irgendwas, die erste Frau habilitiert oder die erste Lehrstuhlinhaberin in Mathe oder was auch immer. Aber jedenfalls war sie eine einflussreiche, wichtige, tolle Forscherin. Und nach der ist dieses Programm benannt. Das ist aber nicht für Frauen speziell, sondern es ist einfach eine wirklich ziemlich hochklassige Ausstattung, die man bekommen kann. Also man kann eben für bis zu sechs Jahre kann man eine eigene Forschergruppe beantragen und man ist dann relativ frei. Das ist ganz, ganz toll. Und diese sechs Jahre mit der Finanzierung sind ja auch deshalb so unglaublich, weil normalerweise besteht ja Ihr Alltag darin, immer ständig Geld zu organisieren. Ja, das ist ganz fantastisch. Also ich kenne ganz viele, denen diese Art von Förderung wirklich unheimlich geholfen hat. Und ich habe es im Nachhinein deswegen bereut, weil ich nur ein Jahr, man wirbt auch seine eigene Stelle ein. Also man ist wirklich unabhängig. Und eben die Stellen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich habe meine Stelle eben nur ein Jahr gehabt, weil dann kam die Professur. Und das heißt, da habe ich das ganze Geld der DFG wieder zurückgegeben, was ich für mich eingeworben hatte. Das war in Ordnung, weil die waren ja so nett gewesen und hatten so lange gewartet. Haben die sich bedankt? Nein. Das ist ja schön, dass das Geld früher zurückkommt. Ich glaube, die haben sich ziemlich die Haare gerauft, weil natürlich… Jetzt ist sie schon wieder weg. Die Laufzeit. Also die Person, die das bei der DFG dann irgendwann mit Endberichten und so, das sind ja so Förderphasen und Zwischenberichte und Endberichte und die Finanzberichte und so. Die arme Person, da habe ich mehrmals gedacht, um Himmels Willen, das ist jetzt glaube ich wirklich totales Chaos, weil das weit, weit über die Zeiträume war, die das normalerweise läuft. Aber als jemand, der das wirklich genießen durfte, das ist das Beste, was einem passieren kann, weil man eine… weil man weiß, ich kann jetzt mal sechs Jahre im Prinzip in Ruhe forschen und ich hatte dann… und man ist attraktiv für Universitäten, weil man ja diese Forschungsgelder mitbringt. Das heißt, man kommt als frische Professorin, in meinem Fall dann eben nach Kiel und bringt echt einen Sack Geld mit. Was heißt denn Sack Geld? Ach, das ist jetzt viel mehr, glaube ich. Aber damals war die Gesamtfördersumme für mich absolut unvorstellbar hoch. Ich glaube, das war über die gesamte Laufzeit… wie gesagt, von mir ist dann ganz viel zurückgekommen, weil das nicht mehr abgerufen wurde, weil meine eigene Stelle eben nicht mehr finanziert werden musste. Aber ich glaube, das war fast eine Million. Wow. Das ist für eine geisteswissenschaftliche Forschung. Ich habe jetzt Kolleginnen und Kollegen, die haben zwei Millionen und so. Aber das war damals schon wirklich richtig, richtig fett. und das war toll. Ich raffe jetzt mal so ein bisschen, weil da gibt es noch viele andere Verschränkungen, die ich jetzt mal überspringe. Also Sie sind dann Professorin in Kiel für Medizinethik dann schon. Und kurz darauf, nämlich zwei Jahre später, waren Sie auch schon im Deutschen Ethikrat. Ja, das war total krass. Also es ist ja auch, es ging jetzt relativ zackig. Ja, das ist wilde Zeit, echt. Das sind so die Jahre, da waren die Kinder auch so klein und dann schläft mich. Das ist ja eigentlich, man denkt, da sind so Ältere, entschuldigen wir nicht, also das Klischee, das man im Kopf hat, so wirklich weißhaarige Menschen, die so weise wägen. Und so kann ich mir das jetzt nicht vorstellen, dass sie da so reingegangen wären. Also ich war damals… Also erstens muss ich jetzt mal dazu sagen, das, was in der Wissenschaft jung ist, das muss man in Anführungszeichen setzen. In anderen Branchen lachen die sich kaputt. Ich bin, wie alt war ich, als ich die erste Professur hatte? Das war 2014, ich bin 77er Jahrgang, kann man sie ausrechnen. 37, 38, sowas. Das ist ja nicht jung. Also in anderen Branchen, aber wir sind ja wissenschaftlicher Nachwuchs bis weit in die 40er. Das möchte ich auch mal einmal dazu sagen, darüber lachen auch viele andere Wissenschaftssysteme durchaus. Würden Sie das gerne ändern? Ich finde, das ist ein Problem, dass man mit Mitte 40 noch als wissenschaftlicher Nachwuchs rumlaufen muss zum Teil. Das finde ich jetzt eigentlich nicht möglich. Aber das liegt auch an dem System, dass man, ich bin jetzt nicht firm in dieser… Müsste ich eigentlich sein heute, aber ich bin jetzt nicht ganz… Es gibt ja eine Riesendebatte genau da über diese prekären Anstellungsverhältnisse in der Wissenschaft. Vielleicht kommen wir da gleich drauf. Oder Sie sagen jetzt mal kurz was dazu. Also man zwingt ja auch Menschen auf so einen völlig prekären Weg, bis es plötzlich nicht mehr, auch für viele nicht mehr weitergeht. Ja, das ist eine komplizierte Debatte. Also das ist die Ich-bin-Hanna unter anderem-Debatte, die wirklich, wie ich finde, vollkommen zu Recht darauf hingewiesen hat, wie unsicher diese Wege eigentlich sind und was das eben auch mit Biografien macht, dass man gerade in der Zeit, in der andere Menschen irgendwie ihre ersten… Also es ist ja ohnehin so, dass ich diese Vorstellung, die ich auch irgendwie noch kennengelernt habe, Leute fangen an zu arbeiten und das ist dann der Beruf. Und in dem bleiben sie irgendwie 50 Jahre oder so. Das hat sich ja sowieso sehr stark gewandelt. Aber es ist ja schon so, dass sagen wir mal so mit Anfang, Mitte 30 irgendwie mal so die ersten etwas sichereren Häfen angesteuert werden und dann auch Menschen einfach Familiengründungen irgendwie machen können oder einfach sich mal irgendwo niederlassen und sich vielleicht überlegen, hier bleibe ich jetzt mal. Und das ist in der Wissenschaft sehr schwierig. Man muss also sehr viel wechseln, man hat eben oft diese befristeten Stellen. Auch ich hatte ja, meine erste unbefristete Stelle war, bei mir war es das Nuffel Council, weil das eine unbefristete Stelle war. Das muss ich dazu sagen. Aber die in Deutschland, die erste unbefristete Stelle habe ich Ende 2018 bekommen. Da war ich auch schon über 40. Also das ist, das ist auch ein bisschen, das ist im deutschen System was Besonderes und es wird jetzt gerade ja darüber diskutiert, wie kann man sozusagen auf der einen Seite sicherstellen, dass diese Art von prekären auch so Kettenanstellungen, wo Leute irgendwie hier mal ein Jahr und dann mal zwei und nochmal ein halbes und so, das ist ja fürchterlich für alles, was mit Lebenspraxis irgendwie zu tun hat auf der einen Seite und gleichzeitig Rechnung tragen der Tatsache, dass man, dass ein gewisser Wechsel in der Wissenschaft natürlich auch der wissenschaftlichen Karriere ein Stück weit gut tut. Also ich möchte das nicht missen, diese ganzen Wechsel, die ich da, die waren für das Leben schon sehr anstrengend. Aber wenn man sich die Biografien anguckt von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, ein Stück weit gehört das dazu. Man muss ja lernen, man muss ja auch sich konfrontieren, genau, mit anderen Ansätzen oder bei denjenigen, die jetzt, sagen wir mal, empirisch oder Nassforschung machen oder klinisch arbeiten oder so im Labor stehen, also Nassforschung im Labor, die müssen ja Methoden vielleicht lernen, die kannst du dann aber nur in Heidelberg lernen, dann musst du halt nach Heidelberg gehen oder dann gehst du halt nach München oder so. Also ein gewisser Wechsel ist dem Ganzen irgendwie auch immanent und natürlich auch eine gewisse Auslese, das gehört schon auch dazu, aber man darf das, man kann nicht ein System haben, dass die Leute bis weit in die 40er irgendwie auf ständig unbefristeten Stellen laufen lässt. Und deswegen betone ich das so, dass so etwas wie die Amy Nöter-Gruppe auch dies befristet, aber die ist eben, glaube ich, 5 plus 1, das ist ein Pfund. Also 5 plus 1 Jahre. 5 plus 1 Jahre, genau, das ist wirklich, da weiß man da, also da gibt es auch in anderen Ländern nicht sehr viel, also jetzt mal England ausgenommen, die zum Teil sofort entfristen, auch das ändert sich ja. Und deswegen sind solche Formate wirklich, wirklich ganz, ganz toll und für mich war das einfach absolut, absolut großartig. Und jetzt zu dem Punkt mit dem, in den Ethikrat kommen. In den Deutschen. In den Deutschen Ethikrat, genau. Ich war vorher schon, das sollte ich dazu sagen, in der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer, das ist die CECO, da war ich 2013 drin, war auch schon, war ich total baff, dass die mich gefragt haben. Wie passiert sowas? Kommt man einen Anruf oder eine E-Mail oder kommt man noch so einen Brief nach Hause geschickt? Bei der CECO kam ein Brief. Ich habe es geahnt. Bei der CECO kam ein Brief und da habe ich mich sehr gefreut. Jetzt muss man sagen, ich war immer sehr aktiv in diesem Raum der Medizinethik, ich bin auf die ganzen Tagungen und ich war ein sehr aktiver Postdoc, ja, ich bin da überall hingerannt und schon auch noch aus dem Ausland immer Kontakt gehalten und so. Das heißt, ich war nach wie vor sehr, sehr vernetzt und sozusagen irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen sichtbar in der deutschen Medizinethik. Aber, dass dann der deutsche Ethikrat anrufen würde, das hat mich wirklich, ich erinnere mich ganz genau, ich saß in einem Taxi-Shuttle und habe den Anruf bekommen. Wo waren Sie da gerade? Zwischen Kiel und Hamburg. Und ich bin echt fast vom Stuhl, also vom Sitz gefallen. Wer meldet sich denn? Ein Staatssekretär. Ja, okay. Und dann? Der ruft einen, also wir machen die auch persönlich, was ich auch wirklich sehr schön finde. Und der ruft einen an und fragt einen, ob man in den Ethikrat will. Und ich bin, niemals hätte ich damit gerechnet, weil ich war damals auch das jüngste Mitglied, glaube ich, das es bis zu dem Zeitpunkt je gab. Wir haben uns inzwischen verjüngt, deutlich sogar. Das ist ja das, was Jochen meinte vorhin mit den Bildern, die man so im Kopf hat. Nicht ganz falsch, also der Altersschnitt hat sich gesenkt. Okay. Gerade auch nochmal jetzt, ich bin ja in meiner zweiten Amtszeit, wir dürfen nur zwei Amtszeiten. Und gerade auch nochmal in meiner zweiten Amtszeit, also die Besetzungsrunde, da ist das Durchschnittsalter schon nochmal einen ordentlichen Tacken runtergegangen. Aber ich war damals wirklich ein ziemliches Küken da im Ethikrat. Und ich war zutiefst geehrt, habe mich irre gefreut, aber war auch wirklich überrascht. Habe damit auch wirklich nicht gerechnet, sondern dachte, das ist vielleicht was so in zehn Jahren oder so. Und dann kommt man da rein und dann wächst man halt. Kurze Frage noch zum Telefonat. Haben Sie da sofort zugesagt oder haben Sie nicht auch mal gesagt, ich muss einmal kurz… Ich muss mal schauen, ob ich Zeit habe. Naja, weil das ist ja schon, also das ist eine große Ehre, aber das heißt ja auch, selbst wenn man noch nicht Vorsitzende ist, wie Sie es heute sind, das ist ja auch eine gewisse Öffentlichkeit beginnt ja da. Okay, zwei Dinge dazu. Also das eine mit der Öffentlichkeit, das war, das habe ich damals ein bisschen anders wahrgenommen. Als mit, also das einzelne Mitglieder öffentlich richtig aufscheinen, das war damals nicht so stark. Das war eher, wenn das schon jemand war, der oder die ohnehin schon vorher bekannt war. Aber dass man durch den Ethikrat als einzelnes Mitglied jetzt irgendwie sehr viel Sichtbarkeit oder Bekanntheit erlangen würde, das war eigentlich eher nicht so der Fall. Ich weiß, dass deswegen war meine alte Chefin Bettina Schöne-Seifert eben Gründungsmitglied schon des nationalen Ethikrats war und dann auch im deutschen Ethikrat. Ich habe das bei der immer mitgekriegt und die war aber im eigenen Recht auch schon immer irgendwie schien öffentlich auf. Und das war gar nicht unbedingt immer gebunden an ihre Ethikratstätigkeit. Das hat sich ein bisschen verändert. Können Sie einmal kurz noch den Unterschied zwischen dem nationalen und dem deutschen Ethikrat erklären? Genau, der nationale Ethikrat, das war das erste Gremium, der war damals angesiedelt beim Bundeskanzleramt. Und dann gab es eine intensive öffentliche Debatte, die ich gar nicht so mitgekriegt habe, weil ich da im Ausland war, dass man das jetzt eigentlich mal auf eine sozusagen demokratietheoretisch solidere Basis stellen muss, dass man eine gesetzliche Grundlage braucht. Und dann wurde das umgemodelt, am Bundestag offiziell angedockt. Und es gibt auch seitdem ein Ethikratsgesetz und dann wurde der deutsche Ethikrat gegründet. Und das ist eben das, also der nationale Ethikrat war das Gremium davor. Und ich hatte im Spaß, also das ist ja so, mein Mann und ich haben dieses Two-Body-Problem immer gehabt. Der hat auch sehr viel gearbeitet in einem ganz anderen Bereich, aber auch sehr intensiv gearbeitet. Wir hatten zwei kleine Kinder und sagen wir mal so, da ist einem ja nicht langweilig. Und man muss ja irgendwie sich die Bälle zuwerfen und so. Und natürlich haben wir dann auch Gespräche, also gab es auch schon immer wieder mal Anfragen, kannst du das machen oder dies machen? Wir hatten verschiedene andere Kommissionen, die sozusagen spezifischer Medizin ethisch waren, auch angefragt und ich habe mit meinem Mann besprochen, ich mache nichts mehr. Also wir hatten so Deals, immer so ein bisschen was machst du, wie viel kann man so machen? Und wir hatten den Deal, dass der einzige, was noch geht, wäre der Ethikrat. Aber das passiert natürlich nicht. Und das war wirklich so scherzhaft. Aber wenn der Ethikrat angeruft, darf ich schon Ja sagen, oder? Schatz, du wirst es nicht glauben, wer mich gerade angerufen hat. Ja, aber genau so war das. Dann ruft der Staatssekretär an und sagt das wirklich so, ja Frau Böckseln. Ich wusste überhaupt nicht, weil die kündigen das ja an. Also das heißt, in meinem Büro in Kiel bei der Professur hatte sich der Staatssekretär angekündigt mit einem Gespräch für dann und dann. Und ich hatte keine Ahnung, worum es gehen würde. Rüge aus dem Ministerium. Ich wusste es nicht, ich wusste es nicht. Keine Ahnung. Und dann rief der an und fragte mich. Und ich war wirklich kurz sprachlos. Und dann hat er mich gefragt. Sind Sie noch dran? Ja, so ungefähr. Und dann, ob ich mir das vorstellen könnte. Und da habe ich ihm ganz ehrlich gesagt, wissen Sie was? Ich kann Ihnen das sofort sagen. Das ist das einzige Gremium, wo der Deal ist, dass ich das noch machen kann. Und dann habe ich ihm tatsächlich, also heutzutage würde ich das mitnehmen und dann dankt man und dann denkt man mal kurz nach. Aber weil das lustigerweise, wenn auch völlig hypothetisch, also so, dass das niemals passieren würde in den nächsten zehn Jahren. Schatz, wenn der Ethik hat. Und dann habe ich ihn tatsächlich, dann habe ich aufgelegt, nachdem ich begeistert dem Staatssekretär gesagt habe, wie unglaublich geehrt und wie ich mich freue und wie toll und so. Und dann hat mein Mann angerufen und gesagt, du, du wirst nicht glauben, wer gerade angerufen hat. Und was hat er gesagt? Ja, er fand das super. Also das war völlig klar, dass… Musste machen. Musste machen, ja, ja, klar. Wie ist denn das dann, wenn man zum ersten Mal im Ethikrat ist? Also wenn man da zum ersten Mal in diese… Das ist so bizarr, da jetzt dran zu denken. Man darf ja nicht vergessen, ich bin ja im letzten Jahr meiner Amtszeit und dann gehe ich ja raus, muss ich ja, weil wir eben nur zwei Amtszeiten haben. Wie beim Bundespräsidenten. Gesetzlich vorgegeben. Und ich, das, also das werden acht Jahre gewesen sein und tatsächlich ja, weil ich eben 2014 die Professorin Kiel angetreten habe und 2016 in den Ethikrat berufen wurde, ist das der Großteil meiner Hauptarbeitszeit als Professorin. Das hat mich irrsinnig geprägt. Und da jetzt, also das, und es ist, und natürlich dann auch mit der Erfahrung der letzten Jahre und als Vorsitzende und zurückzudenken an meine allererste Ethikratssitzung, ist total bizarr. Ja, also versuchen wir es mal so zurückzuversetzen an diese erste Sitzung. Das war eine Sitzung im Bundestag, das gibt es auch nur ganz, ganz selten. Also wir tagen eigentlich woanders. Aber die allererste Sitzung, weil damals auch, das war noch Herr Lammert, der damals Bundestagspräsident war, das ist also auch sehr üblich, dass dann Bundestagspräsident, Präsidentin sozusagen begrüßt und Sitzung eröffnet und so. Und dann geht es um, in der Sitzung vor allem, also erstmal beschnuppert man sich und guckt irgendwie rum, wer ist da alles? Und manche kennt man schon, ich kannte einige aus der CECO tatsächlich, gab es eine kleine Überlappung, was ganz schön ist, weil man ist ja doch sehr nervös und ich war wahnsinnig nervös, mein Gott, war ich nervös. Ruckt man sich da so einen Tipp ab von den anderen? Ja, natürlich. Und vorher wird auch wild telefoniert, also man ruft die, ich hatte das Glück, dass ich einige der, in Anführungszeichen, also wir reden so alte Mitglieder, neue Mitglieder. Und ich kannte einige der alten Mitglieder und da habe ich dann einfach telefoniert und und habe gefragt, wie läuft denn das, wie macht ihr das denn und wie geht denn das? Und, 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 ja, und dann geht man da hin und dann geht es tatsächlich um die Wahl des oder der Vorsitzenden. Und das nimmt im Prinzip, das ist sozusagen der wichtigste Tagesordnungspunkt bei der ersten Sitzung. Also die Person, die dann die Arbeit machen muss. Nein, 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 die Arbeit machen schon alle. Das ist ein sehr, sehr kollektiv. Ich habe da andere Sachen gehört. Aber, nee, das kann nicht sein. Also es ist ein sehr kollektiv arbeitendes. Gremium, die Arbeit verteilt sich wirklich auf, auf viele, viele Schultern. Aber der oder die Vorsitzende und auch der Vorstand hat, hat noch zusätzliche Funktionen. Und dann haben wir da eben den Vorstand gewählt damals. Und dann haben wir noch irgendwie ein, zwei thematische Sachen besprochen. Und dann war die Sitzung zu Ende. Und dann weiß ich noch, dass das, und das ist, deswegen erinnere ich das auch und deswegen sage ich das auch, das war so ein unglaublich harter Kontrast zu meiner zweiten Amtszeit. Weil wir in der ersten Amtszeit, so ein Gremium muss sich ein bisschen finden. Die eine Hälfte ist auch gut so, war ja schon mal drin. Also roundabout die Hälfte. Manche machen nur eine Amtszeit und manche scheiden ja unterjährig aus. Und dann gibt es, war nur zwei Jahre dabei. Und dann gibt es irgendwelche Verschiebungen. Aber insgesamt ist es so ungefähr 50-50. Die einen kennen den Laden schon und die anderen kommen neu rein. Und dann lernt man sich mal kennen. Dann hat man ein paar Sitzungen. Da beginnt man dann mit Themen auszuwählen oder arbeitet an Themen noch weiter, die der letzte Ethikrat in Anführungszeichen übrig gelassen hat. Aber vor allem lernt man sich kennen, stellt sich gegenseitig vor, also hält sich gegenseitig auch alle möglichen Impulsreferate und so, stellt sich vor, was ist dein Ansatz in der Ethik? Wir sind ja super multidisziplinär. Und da kommen ganz, ganz viele unterschiedliche Leute zusammen und dann erzählen die Verfassungsrechtler, also wie sie sozusagen auf Ethik schauen. Und dann kommen die Medizinethiker und dann kommen die Philosophen und dann kommen die Naturwissenschaftler und sagen, was sagt uns das und so. Man lernt sich kennen, man swingt sich so ein bisschen ein. Man lernt auch die Arbeit vorher kennen. Das ist nicht ganz unwichtig. Wir haben ja einen Kanon von Arbeit. Also man baut ja auch auf. Und natürlich ist jeder Rat neu, aber man haut das ja nie in die Tonne. was vorher gearbeitet wurde, sondern natürlich sollte man eine gewisse Kontinuität haben. Auch inhaltlich. Und das ist eine Phase, die hat dann in meiner ersten Ratsperiode wirklich ein paar Monate gedauert. Und ich fand das ganz fantastisch. Also man fuhr nach Berlin, traf die tollsten Leute, stellte sich gegenseitig irgendwie so die Ansätze vor, lernte die Arbeit des Rats kennen, begann die ersten Themen gemeinsam zu überlegen. Das war ganz toll, ganz toll. Dann gehen wir abends essen und das war durchaus richtig, also man ging richtig essen und trinken und das war richtig nett. Und in der zweiten Ratsperiode war das nicht nur natürlich deswegen anders, weil ich dann zur Vorsitzenden gewählt wurde in der ersten Sitzung, sondern wir hatten den ersten Arbeitsauftrag aus der Politik, da gab es uns noch gar nicht. Also noch bevor wir, es gab uns einen Monat nicht, weil wir hätten neu konstituiert werden sollen, aber da war halt die Pandemie und der Bundestag hatte andere Sorgen und hat einen Monat existierte der Rat sozusagen nicht, weil wir nicht neu ernannt waren. Sie sind ja im Mai 2020 zur Vorsitzenden gewählt worden. Freude am Timing. Einer der ruhigsten und entspanntesten Phasen in der Geschichte des Ethikrats. Ja, total. Wir haben uns einen neuen Füßen gespielt. War nichts los. Nein, deswegen ist das so ein harter Kontrast gewesen, weil wir, es gab uns nicht, dann mit einem Monat Verspätung kamen die Briefe der Ernennung an die Mitglieder. Aber da war der erste Brief von Herrn Spahn mit der Bitte, uns mit Immunitätsbescheinigungen zu beschäftigen, schon da. Und da hatte, es gab drei Mitglieder, die unterjährig ernannt wurden. Das heißt, die waren noch nicht ausgeschrieben. Das heißt, da bestand der Ethikrat aus drei Mitgliedern in der Zeit, weil die noch, weil die, Die waren halt noch da. Die waren noch da, genau. Und die haben dann sozusagen so eine Art Mini-Arbeitsgruppe schon gebildet und schon mal angefangen vorzuarbeiten. Aber das heißt, wir haben in der ersten Sitzung angefangen, inhaltlich zu arbeiten und dann nur noch Gas gegeben. Dann ganz schnell ging es ja auch in, ne, sozusagen Video und war also ja kein Präsenzarbeiten mehr möglich. Und das war krass, weil eigentlich, man sagt ja über Gremien, und das sind so ein bisschen so Norming, Forming, Storming. Ja, also das ist die Anfangsphase eines Gremiums, du guckst dir an, was sind unsere Regeln, du formierst dich irgendwie in der Art, wie du arbeitest und es gibt auch ordentlich Stürme am Anfang. ja, und du findest dich. Und diese Findungsphase konnten wir nicht haben, sondern wir mussten direkt mit einem mega kontroversen Thema in einer Jahrhundert-Pandemie anfangen, kannten uns nicht, waren nicht aufeinander eingeswingt. Und das will ich ganz offen sagen, ich sage das in tiefer Wertschätzung diesem fantastischen Gremium gegenüber, das war wirklich herausfordernd und ein unglaublicher Kontrast zu den vier Jahren vorher, in denen man genau diese Phase eigentlich hatte. Und die hat uns auch wirklich bitter gefehlt. Die hätten wir eigentlich gut gebrauchen können, aber wir hatten sie halt nicht und dann musste halt so klarkommen. Sie haben damals oder Sie haben später mal über diese Zeit gesagt, dass Sie sich daran erinnern, wie Sie in München eines der allerersten Corona-Cluster hatten und Sie sich damals mit dem Chef der Intensivmedizin unterhalten haben. Nee, das sind zwei Dinge ineinander. Das erste Cluster war ja das Webasto-Cluster, das war schon im Januar. Da war ich sozusagen noch, da war ich noch nicht Vorsitzende des Rats. Da war auch völlig unklar, wer, also ob ich Vorsitzende werde oder jemand anderer. Und da war auch noch mit der Intensivmedizin nichts. Denn nach dem ersten Cluster, da weiß ich noch, habe ich so wie viele andere gedacht, ja, das kriegen wir in Deutschland hin. Das wird schon nicht so schlimm. Guck dir das an, wie geil wir das gemacht haben. mit dem Webasto-Cluster. Ja, guck dir das an. Im Januar 2020. Ja, genau, guck dir das an. Das haben wir auch geil gemacht. Haben wir auch gut gemacht. Und ich habe da auch in voller Naivität, glaube ich, noch so bis Anfang Februar wirklich gedacht, dass das war jetzt die Pandemie, also das war das jetzt in Deutschland. Geil, ne? Im Nachhinein. Also unglaublich naiv. Und dann, weil ich eben auch an einem Klinikum natürlich angebunden bin, einem großen Universitätsklinikum und weil wir eben in München diese Erfahrungen schon hatten, habe ich dann immer mehr mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen und die haben dann, also da war dann schon klar, da kommt was. Ich war auch noch in einem WHO-Gremium zu der Zeit. Ich habe ja in der ersten Ratsperiode was zu Genome-Editing gemacht, also Eingriffe ins Genom, die sogenannte Genschere, CRISPR-Cas, Keimbahneingriffe, auch sehr kontrovers. Da war ich die Leitung der AG. Das sind die, die die meiste Arbeit machen übrigens. Oder die sehr, sehr viel Arbeit machen, auch jetzt. Und bin in ein Gremium dann ernannt worden, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das losging. Ich glaube, das ging irgendwie 2018 oder 2019 los zu Genome-Editing global. Das war ein globales Gremium, Mitglieder aus fünf Kontinenten. Weltgesundheitsorganisation. die WHO, Weltgesundheitsorganisation, so eine Ad-Hoc-Expertenkommission, die sich nur mit diesen Themen beschäftigt hat. Und ich war vom BMG vorgeschlagen worden für Deutschland, da reinzugehen, bin dann da reingegangen. Und das heißt, ich hatte ganz viel informellen Kontakt mit Leuten, die überall in der Welt waren. und dann kamen so die ersten, sorry, ich kann jetzt nicht, weil wir haben jetzt hier irgendwie so ein, wir beschäftigen uns gerade mit Corona. Weil die auf der ganzen Welt. Und das war in welcher, in welcher Zeit nochmal genau? Ja, das war so Februar. Februar dann. Und dann werde ich nie vergessen, unser letztes, wir haben wenige Präsenz-Meeting gehabt von diesem WHO-Meeting, einmal im Jahr. Und ein Meeting, heute irgendwie auch unvorstellbar, weil das nur drei Tage ging, war in Südafrika. Anfang März. Und das heißt, ich bin Anfang März 2020 zu einem WHO-Meeting nach Südafrika geflogen. Und da war, in Südafrika war schon Temperaturmessung, als man aus dem Flugzeug kam. Im Flugzeug hatten schon viele Leute Masken auf. Das war in Deutschland noch überhaupt gar kein Thema. Obwohl da mir schon klar war, da kommt jetzt richtig was. Und ich habe auch nur überlegt, fliegst du jetzt und fliegst du nicht? Und habe dann die WHO-Kollegen gefragt. Also wir waren alle nicht bei der WHO. Ja, das ist, wir waren nicht angestellt oder so, das war ein externes Experten, Gremium, aber lauter Leute, die sozusagen zusammenkamen und die alle im Gesundheitswesen irgendwie und in der Forschung unterwegs waren. Man könnte auch sagen, Leute, die sich mit dem Thema eigentlich auskennen. Ja, genau. So, also danke. Und dann haben wir uns so ein bisschen gesagt, fliegen wir jetzt? Machen wir das jetzt? Machen wir das nicht? Naja, und dann haben wir irgendwie entschieden, okay, das machen wir jetzt. Wir treffen uns nochmal. Aber es war schon sehr, sehr seltsam. und das ist halt, wir saßen da in halt so einem Tagungshotel, sitzt man da, strahlender Sonnenschein, ne, März in, in Südafrika, traumhaft schön. Und das war das letzte Mal irgendwie mit Leuten zusammen. Und wir haben darüber gesprochen. Wir wussten alle, da wusste man schon, da kommt was. Das wird irgendwie, wirklich irgendwie krass. Aber es war nochmal so ein Moment von Normalität und dann war halt, dann war schlecht. Und das heißt, diese Begegnung mit dem Chef der Intensivmedizin war später? Genau, das habe ich mehrmals öffentlich gesagt und deswegen kann ich es hier auch sehr gerne nochmal wiederholen. Dann ging es ja sehr schnell. Dann war es so, dass wir in München sehr viele Erkrankte hatten, sehr schwer einfach betroffen waren und die Krankenhäuser echt ganz schnell angefangen haben, total zu ächzen. Dann wurde bei uns, ich weiß noch, ich habe dann relativ schnell an den damaligen ärztlichen Direktor und sozusagen ein paar Kollegen auch an den Intensivchef geschrieben, habe gesagt, wir müssen uns eventuell vorbereiten auf sowas wie Triage. Weil, das muss man ja sagen, ich habe dann auch ein bisschen, also das war nie ein ganz wichtiger Schwerpunkt, aber ich habe ja ironischerweise, ich habe Public Health Ethik gemacht, also Ethik der öffentlichen Gesundheit und ich habe auch mal ein Kapitel zu Solidarität in der Pandemie geschrieben. Ich glaube 2010 oder 2011 mit einer Kollegin zusammen, da ging es um die Schweinegrippe. Also anderes Level von Pandemie, aber das Thema war mir nicht fremd. Das ist genau, das ist aus einem Buch. Und das war, das heißt, ich wusste, es ist möglich. Ich würde mir niemals anmaßen, jetzt zu behaupten, ich hätte das gewusst, dass das wirklich so schnell so schlimm wird. Aber ich wusste schon im März, es ist nicht ausgeschlossen, dass das sehr, und dann sah man halt, wie das Wachstum war, der Fallzahlen und so, da war für jeden, der irgendwie Exponentialwachstum versteht, war irgendwie klar, okay, jetzt wird es wirklich wild. Und da habe ich halt gesagt, okay, es kann sein, dass sowas wie eine Triage-Situation kommt, muss man sich vorbereiten, gibt es was, gibt es nicht viel, aber es gibt was. Und habe sofort angeboten, also gleich Hand gehoben. Das ist etwas, das liegt in meiner Expertise, damit hat sich mein Fach beschäftigt. Ich bin hier, ich bin bereit. Und meine ganz frisch gebackene Oberärztin für klinische Ethik, die und ich hatten, waren da, die hat im Februar angefangen, auch so hart. Und die hat, die und ich haben dann, waren ganz intensiv in Kontakt. und das muss ich auch noch dazu sagen, und dann komme ich endlich zum Chef der Intensivmedizin, wir hatten uns ganz schnell vernetzt mit der Medizinethik, weil auf einmal kamen auch schon früh aus der Politik Anfragen. Okay, was machen wir? Was sollen wir jetzt tun? Also auch schon zu Maßnahmen und so. Und da haben wir uns mit den Medizinethikerinnen und Medizinethikern wirklich weltweit vernetzt. Wir hatten Facebook-Gruppen, glaube ich, und WhatsApp-Gruppen und irgendwelche E-Mail-Ketten und so. Was machen wir jetzt? Okay, wer hat Texte, wer hat Literatur, was macht die Schweiz? Was macht Australien? Was macht Kanada? weil man kennt sich ja. Wir sind ja, wir sind ein kleines Fach, aber wir sind relativ gut international vernetzt und ich kannte halt viele und so das, also wir haben echt die Köpfe zusammengesteckt. Was macht ihr? Worauf beruft ihr euch? Was ist euer Framework? Ja, mit welcher Literatur arbeitet ihr? Und so haben wir uns also ausgetauscht. und deswegen war ich sozusagen irgendwie im Kopf so ein bisschen vorbereitet und eingedacht und dann ging das so schnell und dann haben wir aus, dann hat ja auch die Akademie für Ethik in der Medizin, also unsere Fachgesellschaft in Deutschland ganz schnell eine aller, dann kam Bergamo, ja, dann kamen diese Bilder, wo da war, da wurde triagiert, ja ganz hart und dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt sofort was machen, sofort und da sind zwei Dinge parallel passiert, das eine ist, wir haben mit dem alten Ethikrat, den es zu dem Zeitpunkt nicht mehr gab, unsere erste Ad-Hoc-Empfehlung geschrieben, in irgendwelchen achtstündigen Zoom-Sitzungen bis tief in die Nacht. Also mit den drei Mitgliedern? Nee, mit einer Handvoll Leuten noch, also aus dem alten Rat einfach gesagt, die sozusagen da eine Expertise hatten und ich war auch in dieser Schreibgruppe, waren mit fünf, sechs Leuten und natürlich dann den Rest des Rates auch mit einbezogen und so, aber im Prinzip mit einer Gruppe und die Akademie für Ethik in der Medizin hat einen allerersten Aufschlag gemacht zu, wie müsste man das machen, damit man das ethisch so gut wie möglich macht, in einer so grauenvollen Situation, in der man eventuell über Triage nachdenkt. So und jetzt kommen wir zu April 2020, das war alles März. Ja, der Ethikrat hat diese allererste Empfehlung Ende März publiziert, wir waren sehr früh. Also kurz nach dem Lockdown. Kurz, genau, also im Lockdown, irgendwie nach zehn Tagen Lockdown und die Akademie auch, da habe ich nicht dran mitgeschrieben, aber meine Oberärztin, ich war da sehr eng dabei und deswegen konnte ich mal im Krankenhaus auch sagen, wir haben was. Also im Zweifel sagt Bescheid und es hatten die Italiener schon was publiziert und die Schweiz war schon raus mit einem Papier und so. Also es gab schon die allerersten Sachen und dann kam, das war Anfang April und das war das, worüber ich mehrmals gesprochen habe, weil das für mich so ein Moment war, den ich mein ganzes Leben nicht vergessen werde. Das Krankenhaus hat, mich hat das ja total umgehauen. Also ich werde auch nicht müde zu betonen, dass ich immer wieder in der Pandemie Sachen erlebt habe, wo Leute zu einer unglaublichen Höchstform aufgelaufen sind. Ständig. Und darüber wird viel zu wenig geredet. Das finde ich wahnsinnig schade, weil wir jetzt natürlich über Spaltung und was weiß ich nicht alles, auch die vielen negativen Dinge und so reden, aber man redet viel zu wenig darüber, was da geleistet wurde. Und ein Beispiel, aber weiß Gott nur eins von sehr vielen war, wie dieses Universitätsklinikum umgerüstet hat. Das war unvorstellbar. Wie muss man sich das vorstellen? Innerhalb von drei Tagen war dieses Klinikum im Februar pandemiefest. Wir hatten eine Maskenpflicht ab Mitte Februar am Rechts der Isar. Übrigens drei Jahre lang durchgehend. Also völlig unabhängig davon, was die Politik dann gesagt hat. Das kam ja alles viel später. Es wurde eine Ad-Hoc-Taskforce gegründet und die haben das Klinikum umgebaut. Und das ist ein großes Klinikum mit ganz vielen An-Instituten und An-Kliniken. Sehr bekanntes Klinikum in München. Innerhalb von kürzester Zeit, über im Prinzip drei Tage, nachts um vier, um fünf, flogen da die E-Mails rum und es wurde einfach gesagt, wie jetzt gemacht, wie isoliert man, wie achtet man darauf, wie kriegt man das hin, dass man Patientinnen und Patienten, bei denen man noch überhaupt nicht weiß, was da eigentlich passiert, aber bei denen man jedenfalls weiß, die sind wahrscheinlich verdammt anstecken. Und man weiß inzwischen, das wusste man da schon, das ist jetzt keine so ganz lustige Sache. Und das geht bis hin, dass die Leute schwer erkranken und versterben. Und zwar auch Mitarbeitende im Gesundheitswesen. Da gab es die vielen, vielen Beispiele schon von toten Ärzten, toten Pflegenden und so weiter aus dem Ausland. Und innerhalb kürzester Zeit war dieses, das werde ich nie vergessen. Das hat mich zutiefst beeindruckt. Und das kleine bisschen, was ich dachte, irgendwie beitragen zu können, war halt zu sagen, wenn es richtig scheiße wird, dann kann ich helfen, sozusagen in der grauenvollen Situation. Wenn es um die Entscheidung geht, um Leben und Tod. Um zu beraten, genau. Und wir haben immer ganz eng geredet, weil unser Intensivchef, mit dem haben wir dann natürlich sehr schnell kommuniziert und gesagt, also pass auf, das sind jetzt die allerersten Papiere, die es gibt, wenn ihr wirklich mal triagieren müsst, so und so und so. Aber das Erste, was man machen muss, ist mal die Kapazität hochfahren. Also alles tun, damit man nicht triagieren muss. Das ist auch das erste ethische Gebot. Du musst als erstes mal dafür sorgen, dass du nicht triagieren musst. Und das werde ich nie vergessen, wir hatten ein Gespräch, ich weiß nicht mehr ganz genau, was ist es 7. oder 8. April oder so was. Und da sagt er zu mir, Frau Böcks, wir können jetzt noch eine Stufe öffnen. Also die sind so stufenweise vorgegangen. Du kannst ja aus vielem ein Intensivbett machen, was eigentlich nicht ursprünglich ein Intensivbett ist. Indem du die Geräte dahin packst. Ja, du kannst aus dem OP, kannst du Intensivbetten machen und so. Und auch auf vielen sogenannten peripheren Stationen. Also man rüstet auf quasi, um das Bett herum. Man rüstet auf, genau. Und da gibt es ja viele Stationen, da kann man sozusagen noch mehr Intensivkapazität, so heißt es dann, schaffen. Und wir hatten das auf das Drei- oder Vierfache hochgerissen schon. Und da hat er mir gesagt, wir haben noch eine Stufe. Und dann ist es vorbei. Dann haben wir nichts mehr. Dann ist alles ein Intensivbett, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und alles ist dicht im Umland. Ja, wir sind das Zentrum der Maximalversorgung. Und dieser wirklich, das ist ein ganz fantastischer Intensivchef, vor dem ich tiefen, tiefen Respekt habe. Und wo ich auch nur sagen kann, Gott sei Dank sind das solche Leute, die in dieser Situation diese Sachen machen. Also unglaublich breite Schultern sozusagen und Ruhe und einfach und sozusagen so eine tiefe, Entschuldigung, das klingt wahnsinnig pathetisch, aber es ist so eine tiefe Menschlichkeit, ja. Und so ein, wir machen das, das schaffen wir jetzt, das geht jetzt, das müssen wir irgendwie machen. Und der hat mir gesagt, ich habe Angst, dass das jetzt wirklich hier, und ich stand unter der Dusche und habe gedacht, scheiße, dann müssen wir das ja machen, dann müssen wir echt reagieren, dann müssen wir das, worüber ich irgendwie mal in meinem Magister theoretisch nachgedacht habe, das ist ja das Irre, mein Magister, haben Sie ja gerade gesagt, zu Verteilungsgerechtigkeit im Gesundheitswesen, beschäftigt sich unter anderem mit Papern von Philosophen, die darüber nachdenken, wie verteile ich denn das letzte Beatmungsgerät. Aber das sind Gedankenexperimente in diesem Paper. Und ich stehe unter der Dusche und denke so, okay, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir in diesem Land, ja, wo es nie diese Art von absoluter Knappheit gab, seit dem Zweiten Weltkrieg, denken ernsthaft darüber nach, dass eventuell Leute sterben müssen, weil sie nicht mehr behandelt werden können. Und das war wirklich, das war schon sehr eindrucksvoll und ich bin halt zutiefst dankbar, dass das, dass das dann nicht passiert ist. Das war nämlich genau der Zeitpunkt, zu dem dann der Lockdown die Wirkung hatte. Also ungefähr knapp drei Wochen später, das passt genau. Und dann ging, am nächsten Tag gab es das erste Mal ein Plateau und am Tag danach gingen die Fälle runter. Mit wem kann man eigentlich dann über sowas reden, ohne dass man denkt, man macht die anderen Leute auch noch verrückt? Mit den Kolleginnen und Kollegen. Also mit denen, wir haben damals auch schon, auch das sind so Sachen, das weiß kaum noch einer, aber wir haben uns damals mit den klinischen Ethikberaterinnen und Ethikberatern, die organisiert werden über die IEM, also über unsere Fachgesellschaft, hatten wir Zooms mit tausend Leuten. Wow. Ja, also Zoom-Konferenzen mit tausend Leuten, wo wirklich alle aus Deutschland sie einfach zusammengetackert und darüber geredet haben, was macht ihr, wie machen wir das jetzt? Wir waren wirklich gut, letztlich gut vorbereitet. Entschuldigung, wie organisiert man ein Gespräch mit tausend Leuten über Zoom? Ja, es geht über Zoom. Zoom kann das. Zoom kann, da gibt es so Lizenzen, die können das. Ja, ich weiß also technisch. Ja, E-Mail-Ketten und wir haben so Newsletter. Aber mit tausend, aber Diskussionen, an denen tausend Leute sich beteiligen. Ja, aber da reden dann ja nicht tausend Leute. Ich war mehrmals übrigens, das haben ja auch viele, übrigens auch die Virologinnen und Virologen erzählen das auch. Die hatten auch solche, auch so weltweit gab es sowas. Oder wo war ich denn? Als die Impfung kam und wir haben da mal so eine Fortbildung gemacht, auch bei uns am Klinikum, da hatten wir auch einen Zoom mit 890 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder so. Also das geht schon. Und da ging es wirklich einfach darum, dass man sich austauscht, dass man sich erzählt, was macht ihr, dass alle auf demselben Stand sind, alle irgendwie wissen, pass auf, also das sind jetzt sozusagen die allerersten Papiere für Verfahrensvorgehen, die es jetzt gibt. Aber eben auch dieser Effekt, dass man mit Leuten darüber reden und sich austauschen kann, die so etwas kennen. Und jetzt sind wir, jetzt muss ich dazu sagen, ich arbeite überwiegend an Themen, die nicht so sehr im Krankenhaus passieren, aber ich mache und habe immer gemacht, auch klinische Ethikberatung. Das ist ein Teil der Medizinethik, der wirklich am Krankenbett stattfindet. Da berät man Ärztinnen und Ärzte und auch Patientinnen und Patienten, also versucht es sehr sozusagen gemeinsam zu machen, zu schwierigen Entscheidungen und da geht es oft um Leben und Tod. Das heißt, wer das macht, ist es gewohnt, wirklich bei ganz schwierigen, ganz letztlich dann auch irgendwann irreversiblen Entscheidungen zu beraten und auszuschalten, dieses Gefühl, einer vollkommen nachvollziehbar, also wenn man es von außen hört, kann ich mir vorstellen, klingt das halt irgendwie wirklich sehr krass. Das schaltet man dann einfach aus, weil man professionell agiert, weil man das gelernt hat, weil es dafür sozusagen Verfahrensweisen gibt. Also das macht man nicht irgendwie aus dem Bauch oder so, sondern da haben wir eben ja unsere etablierte Arbeit. Das ist ja das, was mein Fach macht. Also da gibt es dann die Frameworks und sozusagen einfach Vorgaben, wie analysierst du so einen Fall nach den ethischen Prinzipien, wie wächst du dann ab und was kannst du dann für Vorschläge formulieren. Und das heißt, die Medizinethik war eben in diese Art von fürchterlicher Entscheidungs- und Konfliktsituation ein Stück weit eingedacht. Und deswegen konnten wir, und ich habe das auch sehr früh gemacht, erste Interviews geben zu solchen Fragen. Und deswegen konnten wir auch im Ethikrat, das lief ja eben auch parallel, diese erste Ad-Hoc-Empfehlung machen und mal so ein bisschen sortieren und so ein paar Dinge eben formulieren. Und auch da steht ja schon was zu Triage drin und so. Da steht schon was drin, zu woran man alles forschen muss. Da steht schon drin, dass man eben die Maßnahmen immer nur, dass das sozusagen dass das eben sozusagen Sekundärkosten hat. Die Maßnahmen zur Eindämmung einer Pandemie, steht in dem Text drin, haben selbstverständlich Kosten. Und deswegen muss man sie wirklich verhältnismäßig und immer nur so lange wie nötig und so weiter, das steht alles schon in diesem allerersten Papier drin. Aber das war eine Zeit, die ist im Rückblick, aber das geht glaube ich sehr vielen so, die an diese Zeit denken. Aber selbst denjenigen, die qua Beruf diese Art von Fragen irgendwie in der Struktur zumindest kennen, die ist total irreal im Rückblick. Und wirklich fürchterlich. Also fürchterlich. Sie haben ja professionell über, also in diesen Gedankengebäuden, die Sie selbst auch mitentwickelt haben, über Solidarität nachgedacht, tiefer. Und das ist ja eigentlich deswegen interessant, weil sich, ich erinnere mich natürlich, weiß jeder, wie es damals war. Es blurrt so ein bisschen, also ich verliere langsam die Erinnerung an diese. Also ich finde es fantastisch, dass Sie das so präzise noch erinnern. Bei mir ist das so ein Nebel auch langsam. Aber ich erinnere mich an eine Sache, nämlich an die riesige Solidarität. Also um das Wort, das ich jetzt bestimmt nicht fachlich korrekt benutze, aber an die erinnere ich mich schon. Und jetzt im Rückspiegel ist die Geschichte aber ganz neu geschrieben worden. Also sozusagen, wenn ich jetzt über die Pandemie lese, nachdenke, ist doch alles anders und man betrachtet die Zeit ein bisschen anders. Und Solidarität spielt auf eine ganz andere Weise, nämlich nicht Solidarität, sozusagen spielt eine viel größere Rolle. Mich würde interessieren, wie Sie eigentlich im Rückblick das sehen als Profi und sozusagen genau mit dieser ausgeschalteten Emotionalität gerne. Was ist da eigentlich passiert? Also stimmt überhaupt mein Laieneindruck? Am Anfang war die Welt, also es gibt ja mehrere Ebenen darüber, denken Sie auch nach, zwischen Staaten, also als größte Einheit zwischen Menschen, als kleinste Einheit, der Mensch und der Staat. Ja, verschiedene Verhältnisse, die da solidarisch sein können oder nicht. Am Anfang hatte ich das Gefühl, waren sogar Staaten plötzlich solidarisch aus einer Not heraus. Das ging dann schnell schief. Plötzlich wollten alle Impfstoffe und so, dann wurde so gerangelt, war gar nicht mehr so solidarisch. Und dann bog das auch sozusagen auf der individuellen Ebene ganz anders ab. Ja, plötzlich gab es sehr viele Konflikte, sehr viel Aggressionen. Die gab es am Anfang ja überhaupt nicht. Was ist da eigentlich passiert? Was ist anders als am Anfang? Also ganz kurz würde ich noch gerne was zu diesem Nebel sagen. Das ist total normal, das geht, glaube ich, vielen so. Ich glaube aber, und habe das auch schon sehr häufig gesagt, uns fehlt eine Phase der gemeinsamen Bearbeitung der Pandemie als Gesellschaft. Ich bin schon 2021, im Sommer immer rumgelaufen und habe gesagt, wir müssen aufarbeiten, lernen, heilen. Ja, und vor allem das Lernen und das Heilen ist ja wichtig, aber auch das gemeinsame irgendwie begreifen. Was ist uns da eigentlich zugestoßen? Was ist uns da passiert? Und vielleicht in der Zeit, in der das hätte stattfinden können, ist Russland leider in die Ukraine einmarschiert. Das wurde uns genuin genommen, denn als man dann dachte, endlich, ja, sozusagen Anfang 2022, jetzt kommt so das erste Jahr, in dem man das machen könnte, kam der Angriffskrieg, der Überfall von Russland auf die Ukraine und damit wurde die nächste existenzielle Krise. Ich sage das vielen Vorträgen, weil ich die Leute da auch ein bisschen sozusagen in Anführungszeichen abholen möchte. Es hat, weiß Gott, Kosten, auch für mich ganz persönlich über die Pandemie zu sprechen, aber ich tue es trotzdem und es gibt ein enormes Bedürfnis. Also ich werde so viel angefragt, unsere Stellungnahme, die wir zur Pandemie vom Ethikrat dann in 2022 veröffentlicht haben, auch nochmal vorzustellen, weil uns das fehlt, darüber zu reden. Und es ist vollkommen verständlich und nachvollziehbar und wahrscheinlich auch gut so, dass es diesen Schleier gibt, so ein bisschen im Rückblick, weil das ja auch eine fürchterliche Zeit war für alle. Aber es fehlt uns ein Stück weit ein gemeinsames als Gesellschaft. Ich dachte, wir können uns ein bisschen ausruhen. Ich dachte, wir können ein bisschen reflektieren. Und ich sage das deswegen vorweg, weil das jetzt wichtig ist für das, was ist denn da eigentlich passiert? Also ich habe tatsächlich ja schon zehn Jahre vorher über, oder seit zehn Jahren vor der Pandemie über Solidarität gearbeitet und geforscht. Und ich habe auch lustigerweise in der Pandemie ganz früh sofort ein Studie aufgesetzt, eine Interviewstudie, eine Online-Interviewstudie, wo wir bis heute Sachen publizieren, wie es den Leuten gegangen ist. Wir haben die international, also kann man auch vergleichen, neun Länder in Europa und wir haben dann zu drei Zeitpunkten im April mit einem Lockdown, dann im Herbst und dann nochmal ein Jahr später die Leute interviewt. Das sind ganz faszinierende Ergebnisse. Und was passiert ist, ist etwas, das eine Solidaritätsforscherin nicht wirklich überrascht hat. Denn wir haben ein ganz enormes solidarisches Potenzial in der Gesellschaft. Wir sind prosoziale Wesen. Das ist fast eine anthropologische Grundkonstante. Uns geht es auch gut, wenn wir helfen können. Das ist gut für uns selbst. Und wir sind miteinander verwoben. Und das ist ganz gut bekannt und auch aus, es gibt viele andere empirische Beispiele, eine akute Krise aktiviert, dieses solidarische Potenzial. Und das ist passiert. Das war auch die Zeit, wo der Lockdown, der ja hart war, aber tatsächlich gar nicht so hart wie zum Teil in anderen Ländern, sondern in Deutschland übererfüllt wurde. Also gibt es inzwischen sehr, sehr viel empirische Daten, die zeigen, die Leute waren noch zurückhaltender, als die Maßnahmen es ihnen auferlegt haben. Und das war ganz wichtig. Also sozusagen ein Übererfüllen im Verhalten. Und trotzdem hatten die Maßnahmen damals weit über 90 Prozent Unterstützung. Also das waren irre Zahlen. Ich erinnere mich, so 97 Prozent, total abgefahren. Und mich hat das aber als Solidaritätsforscherin nicht überrascht. Ich habe gesagt, ja, also genau, wir sind solidarisch. Aber, das wusste die Solidaritätsforscherin auch, und das ist auch was, das haben wir schon in unserer allerersten Empfehlung vom Ethikrat geschrieben, dieses solidarische Potenzial erschöpft sich. auch das ist menschlich. Das ist ganz normal. Das muss gehegt und gepflegt werden. Das muss sich dann auch mal wieder neu aufbauen können. Das kann nicht immer weiter eingefordert werden. Das wird zu belastend. Und das ist das, was passiert ist über die Zeit. Jetzt muss man sagen, im Prinzip drei Jahre Pandemie. Aber was man auch gesehen hat, ist immer, es gibt ja diese tollen Daten von Conny Beetsch, die Cosmos-Studie aus Erfurt, aber es gibt auch viele andere sozialwissenschaftliche Langzeitstudien, die immer wieder gezeigt haben, auch die ganzen im Übrigen Meinungsumfragen und so, die medial vorgelegt wurden. Die gesamte Zeit, über die gesamte Zeit der Pandemie war immer ein Großteil der Bevölkerung solidarisch. Immer. Das wird mir zu wenig besprochen. Ich finde, das ist eine fantastische Leistung, die wir als Bevölkerung da geleistet haben. Das war nicht mehr über 90 Prozent, aber es war immer deutlich, die Mehrheit, also meistens zwei Drittel bis drei Viertel, die gesamte Zeit der Pandemie. Ich finde das ganz wichtig, das mal einmal zu betonen. Aber dieser Abfall von Solidarität, der hat stattgefunden. Denn wir wissen auch aus der Solidaritätsforschung, dass eben sozusagen dauerhaft, also es fällt nachvollziehbarerweise Menschen schwer, dauerhaft solidarisch zu sein, wenn es sie wirklich was kostet und insbesondere denen, die wirklich auch richtig belastet sind, die Jobs verlieren, die ganz schwer leiden an Freiheitseinschränkungen, die krank werden dadurch oder die eben ökonomische Nachteile haben oder was auch immer. Das ist doch nachvollziehbar. Naja, zum Beispiel also Eltern mit jungen Kindern, die natürlich im Nachhinein heute sagen, sag mal, was war das jetzt eigentlich? Ja, genau. Wieso wurden eigentlich, das ist ja das, was man heute ständig hört, wieso wurden die Kinder eigentlich so weggesperrt und Schulen geschlossen? Ja, Moment, da kommen wir gleich noch zu. Erstmal sind wir noch nur bei diesem Phänomen der Solidarität, denn Solidarität braucht ein Element von Reziprozität, von Gegenseitigkeit. Du kannst eine Zeit lang eine enorme solidarische Leistung abrufen, aber nicht ewig. Haben wir, steht in dem Papier schon auch drin. Und Reziprozität bedeutet, wenn du die wirklich, also wenn die nicht so ganz freiwillig und spontan ist, Sie haben es ja wunderbar beschrieben, es gibt interindividuelle Solidarität, die ist meistens so ganz spontan, ja vom Mensch zu Mensch, aber sobald das sozusagen auf höhere Organisationsebenen geht, also das wird staatlich sozusagen nicht nur verfasst, sondern eingefordert, bis hin zu gesetzlich normierter Solidarität, das muss, da muss es eine Reziprozität geben. Die muss nicht unmittelbar sein, ich muss nicht sofort was wiederkriegen, ja also Reziprozität heißt ja Gegenseitigkeit, ich muss irgendwie was kriegen für meine solidarische Leistung. Also wie du mir, so ich dir... Im Prinzip. Und das darf ruhig zeitversetzt sein, das kann später sein, das kann was anderes sein, Aber es muss was sein. Irgendwas muss es sein. Und diese enttäuschte Reziprozität, gerade bei der jungen Generation und bei Familien, das haben wir ja dann zwei Jahre später, zweieinhalb Jahre später auch in einer Empfehlung nochmal ganz deutlich gesagt, zur psychischen Gesundheit der Jüngeren, da haben wir das unerwiderte Solidarität genannt. Das ist ein echtes Problem. Jetzt möchte ich noch einen letzten Satz dazu sagen, weil ich komme irrsinnig ins Reden bei diesem Thema. Ja, ja, da sind wir da. Was auch passiert ist, und deswegen bin ich Ihnen so dankbar, dass Sie den Rückspiegel erwähnen, das sind alles Dinge, die kann ich wissenschaftlich fundieren, das ist nichts Überraschendes. Alle, die sich damit beschäftigen, sagen, naja, klar, sicher. Ja, und ich finde, da ist auch viel Schönes dabei, nämlich dieses, dass ein Großteil der wirklich schwer belasteten Bevölkerung trotzdem so lange, so kontinuierlich solidarisch war. Was dann passiert ist, ist eben tatsächlich eine extrem stark polarisierte und auch politisierte Diskussion von Maßnahmen gegen die Pandemie inklusive des Impfens. Das ist überall passiert, aber in Deutschland und in den Dachstaaten ganz besonders stark, noch stärker in den USA. Und die Vehemenz hat mich, will ich ganz offen sagen, überrascht. Können wir auch noch drüber reden. Das ist das eine. Und das Zweite ist, was jetzt im Rückspiegel passiert, es finden zum Teil Umdeutungen statt. Es finden sogenannte Rückschaufehler statt. Da wird mit dem Wissen von heute oder auch einfach nur mit dem Bewusstsein von heute rückgeschaut auf Entscheidungen und ein Stück weit so getan, als hätte man da anders entscheiden müssen und vergessen, dass eine Entscheidung von vorne getroffen wird und nicht von hinten. Ja, man könnte ja auch andererseits auch sagen, es ist ja wichtig, mit dem Wissen von heute darauf zu schauen, weil es kann ja sein, dass wir wieder in eine ähnliche Situation kommen. Ich will das auch über... Oder? Ich wollte es gerade noch weiter sagen. Das heißt nicht, dass man nicht Rückschau betreiben muss. Ja, genau. Ich habe, wie gesagt, seit 2021 renne ich mit der Trias rum aufarbeiten, lernen, heilen. Da lasse ich mir nichts vorwerfen, auch wenn mir das ganz viele vorwerfen. Habe ich immer wieder öffentlich gesagt. Also das ist total wichtig. Man muss nur aufpassen, dass man das noch redlich macht. Und zum Teil habe ich den Eindruck, und das kann ich ein Stück weit auch verstehen, dass man einfach sagt, das war alles scheiße und alles Mist. Aber das ist natürlich auch kein Lernen, sondern man muss redlich bleiben und sagen, hätte man da wirklich Entscheidungen anders treffen müssen, gab es unterschiedliche Wege, die beide gut zu argumentieren waren. Das war häufiger der Fall. Geben Sie mal ein Beispiel, wo Sie mit dem Wissen von heute vielleicht anders entschieden hätten. Sie haben ja nicht entschieden, aber anders beraten. Aber nicht mit dem Wissen von heute, sondern mit dem Wissen von damals wäre ja die Schönheit. Also ich kann zwei, drei Sachen sagen, mit dem Wissen von damals, weil mit dem Wissen von heute ist es schwierig. Mit dem Wissen von heute haben wir ja auch, wir haben dazu ja publiziert, wir haben eine dicke, fette Stellungnahme gemacht. Und wenn ich die mal ganz kurz zusammenfassen darf, wir sagen, on the whole war das ganz okay. Es hat einzelne Sachen gegeben, die waren nicht gut, aber auch das parlamentarische System, das demokratische System der Rechtsstaat hat on the whole sehr gut funktioniert. Ich meine, es sind nur 10.000 Urteile zu Corona-Maßnahmen irgendwie in den ersten, weiß ich nicht, 12 oder 18 Monaten oder so. Also dass da irgendwie nicht überprüft wurde, Verhältnismäßigkeitsprüfungen nicht gelaufen sind, ist totaler Quatsch. Also das sagen wir. Und wir haben auch diese Stellung, diese kurze Empfehlung noch gemacht zu den Kindern und Jugendlichen. Und da sagen wir unerwiderte Solidarität. Die sind einfach nicht genug in den Blick genommen worden. Aber wir sagen nicht, die Maßnahmen waren alle falsch. Was ich mit, was ich damals schon und auch das zum Teil öffentlich gesagt habe, was ich auch damals schon nicht richtig fand, das waren Maßnahmen draußen. Eine ganze Reihe von Dingen draußen. Weil ich immer wusste, so wie viele andere, die das medizinisch kennen, dass es einen enormen Unterschied gibt. Ich hätte das nicht ganz klar beziffern können. Habe ich, glaube ich, aber sogar. Habe ich sogar in meiner Talkshow Faktor 19. Gab es nämlich eine relativ gute Studie zu. Zwischendrinnen und draußen. Ja, also irgendwelche Spaziergänge verbieten. Das fand ich immer sehr problematisch. Aber drinnen, die Maßnahmen drinnen, es gibt jetzt die ersten guten Evidenzen. Ja, das RKI hat gerade was rausgebracht dazu, dass die Maßnahmen wirksam waren, insbesondere in diesem Schweizer Käse-Modell. Also nicht die eine Maßnahme war der Silver Bullet. Ja, das war das perfekte Ding. Sondern die haben ineinander gegriffen und gemeinsam eine sehr gute Wirkung erzielt. Und das sieht man auch international. Also wenn man sich da so den Stand der Erforschung anbelangt von wirklich seriösen, guten, auch methodisch gut gemachten Studien, dann zeigen die nie, das war eine 100% wirksame Maßnahme. Aber jeder, der sich ein bisschen mit Public Health und mit Pandemie und sowas beschäftigt, die sagt, ja, das ist ja völlig klar. Abgesehen von der Impfung, die eine wahnsinnig gute individuelle Schutzwirkung hat, die richtig, richtig hoch war, sind diese Art von Maßnahmen nie irgendwie Maßnahmen, die auf, also da bist du froh, wenn du 50, 60, 70% Risikoreduktion, das ist schon verdammt gut und dann legst du mehrere übereinander. Und deswegen würde ich sagen, on the whole, also es hat, es hat sicher Dinge gegeben, bei denen auch damals schon sehr berechtigt gefragt werden konnte, wieso ist das jetzt passiert. Und insbesondere, weiß ich noch, wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben gesagt, das ist zu spät. Wieso kommt das denn jetzt? Jetzt ist, ja, also das war auf die Zeit versetzt, weil die politischen Entscheidungen, und ich kann das verstehen, ich habe das ja dann auch besser verstanden, also besser gelernt, wie politische Entscheidungen stattfindet und dass du eben nicht einfach das Parlament ignorieren kannst, sondern das muss dann nochmal durchs Parlament. Und bis so eine Verordnung kommt, dauert es dann nochmal zwei oder vier Wochen. Das ist quälend für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, das muss jetzt kommen. Dann wird die Welle viel niedriger. Ja, und das waren so Effekte. Aber auch da lernt man ja Demut. Und ich weiß, Sie haben ja schon, was weiß ich, Melanie Brinkmann und einfach Leute hier gehabt, die da auch nochmal ganz anders, was die Maßnahmen anbelangt, da haben wir ja gar nicht groß zu beraten. Wir haben das so ein bisschen ethisch eingeschätzt und so, aber wir waren natürlich nicht diejenigen, die jetzt gesagt haben, so und so muss ein Lockdown aussehen oder so. Das ist ja gar nicht unsere Expertise gewesen. Das war quälend und da gab es durchaus Momente, wo ich gedacht habe, boah, verdammt. Also vier Wochen früher hätten wir uns vieles erspart oder aber die Maßnahmen waren dann zu streng nach hinten raus, weil das lief noch bis XY. Man hatte dann ja so Enddaten. Es gab ja auch immer Enddaten. Da haben auch viele gefragt, warum steht da immer nur bis XY? Naja, damit es verhältnismäßig ist. Es kann es ja nicht unbegrenzt machen. Es gab immer auf den ganzen Beschlüssen und Verordnungen und so weiter standen immer Enddaten drauf. Völlig zu Recht. Aber das heißt natürlich auch, dass vielleicht lief das dann noch einen Monat länger, wo du denkst, eigentlich hätte man das jetzt schon vielleicht ein Stück weit früher aufheben können. Das sind einzelne Beispiele, aber on the whole, wirklich nochmal, ohne dass ich da auch diejenige bin, die wirklich die Expertise hat, das jetzt im Einzelnen empirisch einzuschätzen, glaube ich, würde ich jetzt nicht sagen, da hätte man irgendwie drastisch anders entscheiden müssen. Und ein bisschen, Entschuldigung, wenn ich den Satz noch zu Ende bringen darf, und das meine ich mit Umdeutung. Ich höre zum Teil und durchaus aus seriösen Ecken, muss ich einfach mal einmal so deutlich sagen, Stellungnahmen, bei denen ich denke, ne, das ist ein Rückschaufehler. Das passt nicht. Geht mir auch so, sozusagen, wir waren ja wirklich eng dran, als Journalisten und Journalistin und haben wirklich alles verschlungen, was auf schnellen Wegen publiziert wurde. Und der Gedanke, den man so die ganze Zeit hatte, ist, was würdest du jetzt machen, ist natürlich eine Frage, die man sich, obwohl man ja nur die Welt beschreibt, man soll sie ja auch, gelegentlich will man sie auch einschätzen, kommentieren. Damals waren wir sehr damit beschäftigt, die Fakten zu verarbeiten und deswegen, das ist mir schon sehr präsent, dass ich in den meisten Momenten dachte, naja, okay, also wir haben extrem wenig, gerade am Anfang, extrem wenig Informationen. Viele Menschen sterben plötzlich und keiner versteht, warum. Wir sollten vorsichtig sein. Gegen später wurde es dann ja schon differenzierter, als man wusste, okay, es gibt einen Impfstoff und der wirkt so und so. Auch das ja ein wahnsinniger, ein wahnsinniger Erfolg der Wissenschaft. Da sind wir an ein paar Stellen abgebogen, wo ich mich im Nachhinein frage, hätten wir da nicht ein bisschen weniger vorsichtig sein dürfen. Ein Fall ist, ich glaube, Sie haben selber auch darüber gesprochen, eben die Schulen. Also sozusagen einer der großen Schäden, die, wenn man selber Kinder in der Schule hat oder hatte, kann man das, glaube ich, gut nachvollziehen, dass viele Eltern und Schulkinder, ehemalige Schulkinder sagen, das war jetzt echt Mist für das, was wir heute wissen. Hätten wir vielleicht damals ab irgendeinem Punkt schon genug gewusst, um das anders machen zu können. Ist das so ein Punkt, wo Sie auch sich das fragen? Eine Sache möchte ich noch sagen, was wirklich auch noch hinzugekommen ist, ist ja, dass das ständig sich verändert hat, das Virus. Das war ja auch noch, also wir haben ja am Anfang über ein völlig anderes Virus geredet, als jetzt dann zum Schluss mit Omikron und Delta und Alpha und was es da nicht alles gab. Also das darf man auch nicht vergessen. Welche Impfung geht jetzt nochmal für welches? Das wird nochmal gut. Ja, und das war wirklich, weil man ja dann immer wieder quasi fielst du nicht jetzt zurück auf Null, aber du fielst wieder ein unglaubliches Stück zurück im, okay, was macht das jetzt? Überraschungstüte, ja? Wie wird das jetzt, wie wird das klinisch? Wie schlimm wird es klinisch? Wie übertragbar ist es? Denn beispielsweise mit der Impfung, da hat sich ja der Transmission, also der Schutz vor Übertragung, dass ich nicht mehr ansteckend oder nicht mehr so ansteckend bin, das hat sich mit jeder Variante irgendwie geändert, was ja auch super krass ist. Jetzt dazu, wir haben ja tatsächlich zu den Schulen nie was gesagt. Das ist ja sowieso total witzig, weil alle glauben, der Ethikrat hat irgendwie zu allem irgendwas gesagt. Natürlich. Aber zu den Schulen hat nicht nur der Ethikrat das gesagt, auch ich, die ich zum Teil in Talkshows aus unseren Empfehlungen und Stellungnahmen so ein bisschen extrapoliert habe durchaus. Zu Schulen habe ich mich auch nie geäußert. Warum nicht? Ganz interessant, weil ich das selber überhaupt nicht einschätzen konnte. Das war so ein Bereich, wo ich immer dachte, oh, das ist wirklich empirisch schwierig. erstens und zweitens, da geht es, also, da will ich ganz offen sagen, da hatten wir die Expertise nicht, aber da habe ich auch, da habe ich gesagt, das ist, das ist, das ist so im Prinzip auf Kante, da kann ich auch nicht extrapolieren aus der Arbeit, was sozusagen die Einschätzung anbelangt. Und da reicht auch meine eigene medizinische Expertise nicht, um mir da eine, auf der Grundlage, ich habe ja immer sehr intensiv mitgekriegt, weil Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gemeinsam beraten haben zum Teil, dann kriegte man ja alles mit, was ist gerade der aktuelle Stand, da kann, erlaube ich mir kein Urteil. Und deswegen bin ich und sind wir als Ethikrat ausgewichen und ich habe deswegen dieses Thema immer, bin das so angegangen, dass ich in Talkshows und öffentlichen Interviews immer gesagt habe, wir dürfen die junge Generation nicht vergessen, wir müssen auf die achten. Zum Beispiel, als dann viele Menschen schon geimpft werden konnten und die Jüngeren noch nicht, gesagt, das geht nicht, dass wir jetzt irgendwie sagen, das ist uns jetzt völlig wurscht, ja, die armen Jungen sitzen immer noch hinter der Glasscheibe und wir machen jetzt hier Party, 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 das geht nicht. Da sollten, da habe ich dann wieder an die Solidarität appelliert und gesagt, jetzt sollten wir gemeinsam für die junge Generation ein Stück weit solidarisch sein und was damit natürlich gemeint war, war, reist euch gefälligst zusammen, damit die Zahlen unten bleiben, damit die Schulen offen sind. Ja? Ja, das war so ein interessanter, jetzt erinnere ich mich auch wieder im Moment, als plötzlich, da wurde ja sehr stark über Solidarität gesprochen und von den Jungen das immer verlangt wurde, aber als sie, dann gab es diesen spannenden Moment, wo die Älteren plötzlich solidarisch sein konnten. Ging dann so mittelgut. Ja, und das habe ich eingeklagt. Ging dann so mittelgut. Wirklich, also das habe ich tatsächlich, das, wir haben, ich habe es sehr bedauert, das haben wir ja auch öffentlich gesagt, dass wir nicht eine Empfehlung oder Stellungnahme zu den Jungen gemacht haben in der Pandemie. Wir haben es dann, also, Ende November 2022 gemacht zur psychischen Gesundheit und haben ja vorher im Herbst eine Tagung gemacht und haben uns ganz viele Schülerinnen und Schüler eingeladen und haben uns einfach mal erzählen lassen, wie war das für euch? Also haben sozusagen das umgedreht, das Format, nicht wir erzählen irgendwas, wie wir das meistens auf Tagung machen, sondern umgedreht und haben uns von Hunderten von Schülerinnen und Schülern berichten lassen. Das war wahnsinnig eindrücklich und dann eben diese Ad-Hoc-Empfehlung gemacht und in der sagen wir ganz klipp und klar, das ist eine unerwiderte Solidarität gewesen und auch wir schließen uns damit ein, auch wir haben nicht stark genug gesagt, pass mal auf, die haben so irre gelitten, jetzt müssen wir denen was zurückgeben, jetzt müssen wir das auch sozusagen zur Chefsache machen, die müssen im Fokus stehen. Das ist immer noch nicht das Schulthema, da sind wir einfach drum herum gedacht, so haben wir uns nicht geäußert und ich auch nicht. Aber wir haben über die Jungen geredet, nicht genug, auch wir nicht genug. und damit sind wir so ein bisschen auch in eine dann auch wiederum wahnsinnig kontroverse und zum Teil sehr unangenehme Diskussion gegangen, denn wir waren eines der ersten Gremien, die wirklich gesagt haben, das haben wir nicht gut gemacht. Und ich habe aber auch in einer Pressekonferenz gesagt, wir entschuldigen uns jetzt nicht für Schulschließungen oder sowas, weil das geht nicht. Wir haben als Gremium nie die Macht gehabt, irgendwelche Schulen zu schließen, wir haben auch nie Entscheidungen getroffen, wir sind ja ein beratendes Gremium. Und deswegen ist der Begriff der Entschuldigung für konkrete Dinge falsch. Aber wir sagen, wir haben das verpasst, wir schulden euch was, wir bedauern das, wie wir das gemacht haben, das war nicht gut. Und wir wollen das bisschen, was wir tun können, jetzt tun, um die junge Generation und ihre Sorgen und Belastungen und so weiter stärker in den Fokus zu nehmen und in den Vordergrund zu stellen. Also wenn es hier im Hintergrund rumpelt, liegt das daran, weil das traditionelle alles gesagt ist, gerade reingekommen ist. Und ich will sie auf keinen Fall jetzt vom Essen abhalten, weil ich ahne, dass sie auch Hunger haben. Extrem wichtig. Ich habe total Hunger und stürze mich da drauf. Wir können ja so ein bisschen über was, wir setzen später da fort und reden über das Wetter oder Christoph, kannst du mal sagen, was es gibt? Ja, es hat wieder die amerikanische Köchin Chelsea Turofsky für uns gekocht, die uns extra ein Menü heute hier zubereitet. Sieht total geil aus. Es ist wirklich fantastisch. richtig glücklich. Einmal den Wein aufhören. Ja, es gibt auch einen Weißwein. Ist es ein Feldcleaner? Warte, Christoph, ich schaue sofort. Oh Gott, das ist wieder so ein fancy. Der steht jetzt bei dir. Aber wir haben auch recherchiert, wir haben auch recherchiert, dass sie gerne Coconut Water trinken. Kann das sein? Dann wurde uns das von unserem Team falsch ausgerichtet. Das ist ja witzig. Steht das irgendwo? Vielleicht steht das irgendwo. offenbar. Sagen Sie mal, ist das ein tschechischer Wein? Können Sie mal gucken? Das ist ein tschechischer Wein, ja. Nee, ne? Doch, können Sie mal hin, wie geil ist das denn? Würden Sie einmal das... Weltlinske Selanay. Das ist natürlich hart recherchiert. Können Sie einmal, Gratki. Und was steht da hinten drauf? Ich kann es nämlich nicht wissen. Weltlinske Selanay. Das ist ein grüner Feldliner. 2018. Wie heißt das? Moravske. Das ist von der... Das ist märisch. Aha. Ist doch gut, dass wir hier eine Expertin haben. Märisch, ja. Genau. Also, ich kann ja mal kurz das Menü... Witzig, den hatte ich auch noch nie. Das finde ich aber wirklich also sehr aufmerksam hier den tschechischen Wein hinzustellen. Hüßel, Hüßel. Vielen, vielen Dank. Guten tschechischen Wein. Also eben die oft in Berlin lebende, jetzt wieder gerade ein Restaurant in Berlin führende Chelsea Turovsky hat für alles gesagt, für unsere Aufnahme heute mit Ihnen vor Böcks ein Menü zusammengestellt. Es steht hier jetzt auf Englisch, wenn ich das vorlese. Ich versuche es mal so ein bisschen live zu übersetzen. Also es gibt ein neues Restaurant, das hier macht, das heißt Cotta, also C-O-T-T-A hier in Berlin und hier gibt es also Milchbrot mit Chiliöl und Butter, Tamal mit Moal und Cheddar, also Käse. Dann gibt es einen lila Sommersalat, der steht hier gerade vor uns, vor Böcks. Der, da ist drin grüne Papaya, Tomaten, Sugar Snap Pea, Klingt so gut, oder? Klingt so gut, das sieht alles so gut aus. Concord Grape, also Grapefruit und Fischsoße, außerdem Austernpilze, Süßkartoffeln und Orange Blossom. Ja. Mann, das klingt gut, oder? Und die Hauptgänge, die auch vor uns schon stehen, ist Chicken mit Coconut Kefir Lime Rice. Wahnsinn. Ich glaube, der steht hier vor uns. Das ist hier der, in diesen kleinen Boxen. Also mit schwarzen Bohnen und es gibt dann auch noch ein Dessert. Ja. Also Wahnsinn. Hier hinten sind sogar Stöpfchen, den Wein schon aufgemacht. Stöpfchen, Stöpfchen, den Wein habe ich auch gemacht, ich musste nur kurz nochmal, ich bin nochmal kurz. Auch das Besteck kam diesmal vor der Ressour. Oh, das Besteck kommt auch von Chelsea Turovsky, wirklich eine meiner Lieblings, Köchin überhaupt. Ich lege Ihnen mal hier das Besteck an die Seite. Sie kochen ja auch gern, habe ich gelesen. Also Risotto, oder? Wenn ich das richtig gehört habe. Gott, oh Gott, das stimmt, ja. Ich koche sehr gerne. Was ist denn für ein Risotto? Ich kann ganz gutes Safran-Risotto und ich kann Zitronen-Risotto und so. Also Risotto ist ein, so, man hat ja so seine Gerichte. Ich habe davon gehört, dass Sie und Ihr Mann auch gerne gemeinsam kochen. Können Sie mal kurz ein bisschen, also Safran-Risotto, gut, das Safran-Reis. Das Risotto-Rezept ist ja, also Risotto ist jetzt keine Hexerei, das ist eigentlich relativ einfach. Man muss halt wirklich immer dabei bleiben und ich mag das, weil das ist sehr meditatives Kochen. Man muss immer so rühren, ne? Ja, genau. Und man muss immer so ein bisschen nachgießen und man muss das so, ganz liebevoll muss man mit dem Reis umgehen und ich koche total gerne. Ich liebe Kochen. Der Trick ist, wenn man Hunger hat, dann muss man was essen. Ja, ja. Deswegen, wir können auch mal... Ich fang mal an, ist das okay? Ja, guten Appetit. Ich bin so wahnsinnig hungrig. Ja, bitte. Ja, ich auch. Was ist das für ein toller Salat? Schmatzen wir jetzt hier so ins Mikro. Ja, ja, das ist hier Tradition. Wie ist der Salat? Sehr gut. Köstlich. Wir sprachen vorhin, da hatten wir noch nicht das Bandlaufen. Das Bandlaufen. Ich kann das immer nicht... Nee, gar nicht. Es war nur, sie meinten, da ist ja die Tür offen. Können wir die... Oder sozusagen, vielleicht kann man die zumachen. Und dann sprachen wir kurz darüber, dass es so menschliche Typen, unterschiedliche Menschen gibt, die so unterschiedlich mit Raumsituationen umgehen. Und sie sind... Weil das haben wir ganz oft schon gehabt, dass wir Gäste hatten, die... denen das Wichtige war, ob die Tür offen oder zu ist. Woran liegt das? Ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe einfach nur nicht gerne eine offene Tür im Rücken. Ja, im Rücken, ne? Ja. Weil da kommen die Monster. Ja, genau. Da kann mir ja von hinten jemand irgendwie... Kann mich ja anspringen. Darf ich mal so ein Päckchen da haben? Ja, unbedingt. Das sieht auch wahnsinnig gut aus. Das ist wahnsinnig gut. Wenn das Essen zu gut ist, dann konzentriert man sich aufs Essen. So, und jetzt der tschechische Wein. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, der tschechische Wein. Moment. Also, vielen Dank für die Einladung. Wie brustet man? Nasdravi. Nasdravi? Nasdravi. Nasdravi. Prokraso. Cheers. Nasdravi. Das Chicken ist auch wahnsinnig. Ich habe mal, glaube, acht Stunden Tschechisch gelernt. In meiner Jugend. Vegan. Ich habe auch Verwandte... Also, meine mütterliche Verwandtschaft kommt aus Meeren, kann man das so sagen? Ja. Und dann hatte ich tatsächlich, dachte ich mal, das wäre doch lustig, wenn ich ein bisschen... Tschechisch sprechen würde. Ich habe es dann aber... Ich habe es dann völlig aufgegeben wieder. Weil es doch eine der schwierigen... Es ist eine schwierige Sprache, ja. Das ist... Ich habe im Studium... Ich habe ganz viele Nebenjobs gehabt. Immer. Und einer war, dass ich tatsächlich Tschechischstunden gegeben habe. Für einige... Weil sie es so gut konnten. Ich bin zwei Sprache aufgewachsen. Ja, ja. Was eine Gnade ist, weil es wirklich sauschwer zu lernen ist. Ich hatte nämlich aus der... Aus der Slavistik ein, zwei Studierende, die mit mir halt sozusagen... Die Tschechisch irgendwie als Nebenfach oder so hatten. Und das... Und ich habe sozusagen mit denen geübt und Tschechischstunden gemacht. Und da habe ich festgestellt, das ist zum Lernen wirklich grässlich. Die Grammatik ist furchtbar. Und schon sehr, sehr schwer. Also da bin ich meiner Mutter sehr dankbar, dass sie mir das einfach so beigebracht hat. Auch in einer Zeit, als man dachte, das arme Kind wird doch ganz verwirrt. Ja, ich wollte gerade danach fragen. Es ist doch... Wir sind ja ungefähr gleich alt. Ich bin auch in den 70ern geboren. Damals gab es doch in unserer Kindheit und Jugend auch immer diese Theorie, man darf den Kindern nicht zu viel Sprachen gleichzeitig zumuten, damit das Gehirn verwirrt. Und inzwischen ist der Forschungsstand so, dass es in jeder Hinsicht eigentlich... Das Gegenteil, oder? Das Gegenteil, genau. Einzelabi gibt es nur, wenn du mindestens vier Sprachen gehabt hast. Und das ist ja in der Zeit, also wir reden ja dann jetzt hier von den 80ern vor allem, ja auch gar nicht so üblich gewesen, dass Eltern dann gesagt haben, okay, also du lernst jetzt hier auch Tschechisch. Weil, oder? Also das passierte eigentlich gar nicht so oft, sondern es ging ja eigentlich eher darum... Naja, weil ja auch gesagt wurde, also meiner Mutter wurde das auch gesagt, der wurde gesagt, du verwirrst das Kind. Und sie hat, glaube ich, das erste Ja darauf gehört und nicht mit mir Tschechisch gesprochen und dann immer gemerkt, das geht nicht, ich kann das nicht und hat dann begonnen, mit mir Tschechisch zu sprechen und hat aber, glaube ich, wirklich genuin schlechtes Gewissen, weil ihr das eben eingeredet wurde, auch, glaube ich, so von Kinderärzten und so, dass irgendwie das arme Kind da verwirrt würde. Und wie würden Sie heute Ihr Verhältnis zu Tschechien beschreiben? Ist das so eine Art irgendwie auch gefühlte Heimat oder eine Heimat Ihrer Familie? Oder wie würden Sie das sagen? Na, das kann ich nicht sagen, weil ich ja nie da gelebt habe. Ich habe schon auch, wir waren auch in der damaligen Tschechoslowakei noch vor der samtenden Revolution, also vor der Wende. Das heißt, ich kenne auch wirklich ein kommunistisches Land von innen. Weil Familie noch da war. Ja, genau. Weil Familie noch da war und wir sind sozusagen auch wirklich in den Ferien hingefahren und das ist irgendwie schon, also das ist ein Teil meiner Identität, aber ich habe tatsächlich, weil die Familie dann so verstorben und ich bin regelmäßig da und ich liebe Prag und meine Eltern verbringen sehr, sehr viel Zeit dort. Aber ich kann, also es ist kein Heimatland, das muss ich sagen. Das ist eben eine zweite Muttersprache und ich denke immer noch irgendwie, ich würde gerne mal länger Zeit dort verbringen und ich denke auch immer noch über, also wenn dann meine Amtszeit vorbei ist, habe ich mir gedacht, kannst du mal nachdenken über irgendwelche wissenschaftlichen Kooperationen oder so. Aber ich war einfach orientiert tatsächlich in den agnoamerikanischen Raum und deswegen ist das, bin ich da tatsächlich, also ich bin jetzt nicht, ich renne da nicht als Touristin durch die Gegend, aber ich bin Besucherin, ganz klar. Haben Sie einen Lieblingsort in Prag? Mehrere. Kleiner Tipp für Touristen. Also ich bin tatsächlich sehr gerne in den, im Rodolfinum, in den Konzerten, das ist sehr, sehr schön und ich liebe das Nationalmuseum und es gibt einen ganz wundervollen Botanischen Garten in Prag 2, der absolut hinreißend ist. Den kennt auch kaum jemand. Das ist ein Geheimtipp. Ja und ansonsten gibt es... Beste Kneipe ist natürlich wichtig bei der Kultur. Das wechselt so stark, weil das wechselt relativ stark. Gutes Zeichen eigentlich. Ja, ja, also es gibt was, wenn das jetzt meine Familie hört, werden die alle, alle schmunzeln, aber ich glaube, ich kann das trotzdem sagen, obwohl es schon inzwischen viel zu überlaufen ist, aber es gibt, es gibt etwas, dass den Lonely Planet Tod so ein bisschen gestorben ist. Oh ja, ja, dann kenne ich es wahrscheinlich, ja. Also ich, ich habe tatsächlich das große Glück gehabt, dass eine, eine Freundin meiner Mutter super, super zentral gewohnt hat und wir haben deswegen wirklich sozusagen zwischen Wenzelsplatz und Altstädter Ring gewohnt und da gab es oder gibt es eine so Art Kantine, die heißt einfach Tschechische Küche. Czeska Kuchinja. Und das war wirklich, wo all diejenigen, die irgendwie im Zentrum gearbeitet haben, hinmarschiert sind und da gibt es so quasi auf Gewicht klassische tschechische Küche. Nein. Super geil. Ja, also Knödel mit Fleisch. So ungefähr. Mega. Super geil. Und diese unfassbaren Obstknödel. Oh. Das, also für diejenigen, die sie nicht kennen, das ist die größte Sünde überhaupt. Das sind Obstknödel, also in der Mitte ist tatsächlich ein Stück Obst, dann ist da drum halt so ein ordentlicher süßer Knödel und das Ganze wird dann dick und fett mit geraspeltem, harten Quark, das ist der Tvaroch, überschüttet. Darüber kommt eine Schicht, dicke Schicht Puderzucker und das Ganze wird mit dick und fett geschmolzener Butter übergossen. Ach so, herrlich leicht. Das ist Paradies auf Erden. Ja, das ist wirklich zum Abste, zum Reinlegen. Und das gab's da halt und das war spottbillig und fantastisch. Und dann hat's der Lonely Planet in den Führer geschrieben und jetzt sind die Schlangen davor halt wahnsinnig lang und es ist total überlaufen und es ist immer noch gut und wir gehen da auch immer noch hin, antizyklisch, also am besten irgendwie nachmittags um drei, damit man noch einen Sitzplatz kriegt und da können wir einfach reinlegen. Also das ist schon, das ist schon wirklich richtig gut. Ich hab ja so vor, weiß ich nicht, 17 Minuten oder so bei der kurzen Vorstellung nur einmal kurz erwähnt, das Thema künstliche Intelligenz. Und ich freu mich deshalb schon auf den Moment, wenn wir darüber reden, weil auch damit haben Sie sich ja so früh beschäftigt und jetzt 2023 oder eigentlich auch schon 2022 hat man so das Gefühl, zumindest in der breiten Öffentlichkeit ist plötzlich das Bewusstsein da, oh, es passiert gerade und zwar nicht in einer mittleren Zukunft, sondern es passiert gerade sozusagen unseren Füßen, verändert sich gerade die Welt. Ja. In Details und in ganz großen Fragen, was man auch in der Popkultur gerade merkt, finde ich, also Mission Impossible 7 ist ja gerade in den Kinos, der ja 2018, 2019 geschrieben wurde und da geht es eben darum, dass Ethan Hunt, also die Hauptrolle in Mission Impossible, den Schlüssel zu einer künstlichen Intelligenz sucht, die offenbar unkontrollierbar ist und alle mächtigen Staaten der Welt versuchen Kontrolle über diese künstliche Intelligenz zu bekommen. Das nur, um so ein Beispiel zu erzählen, wie plötzlich das Thema auf eine Art präsent geworden ist, ja, mit der Sie bestimmt gerechnet haben, aber ich glaube, sehr viele Menschen nicht. Wie sind Sie eigentlich zum ersten Mal, können Sie sich daran erinnern, zum ersten Mal auf das Thema künstliche Intelligenz gestoßen? Das ist lustig, das ist nämlich schon sehr lange her, weil ich einen, es gab einen Professor damals an dem Institut, an dem ich bei Bettina Schöne-Seifert war, die hatte den Lehrstuhl für Medizinethik und es gab den Professor Hucklenbräuch, ein wunderbarer Kollege, der Medizinteorie gemacht hat und der hat auch so ein bisschen so Fuzzy Logic und neuronale Netze und so ein Zeug gemacht und da waren immer mal Kolleginnen und Kollegen da, die von künstlicher Intelligenz sprachen, denn das ist ja eine Diskussion, die läuft jetzt irgendwie seit den 60er Jahren und der erste Chatbot Eliza stammt aus den 60er Jahren und ich habe das, das habe ich relativ peripher mitgekriegt, habe ich immer gedacht, das ist irgendwie spannend und dann ist in der Medizinethik, habe ich mich schon relativ früh mit sogenannter datenreicher Medizin beschäftigt, also Biobanken, die nicht nur Gewebezellen und sowas lagern, sondern eben auch die dazugehörigen Daten und dann kam relativ schnell das Thema Big Data auf. Wann war das ungefähr? Gott, wann war das? Also ungefähr. 2005, 2006, sowas um den Dreh und das wurde ein großes Thema, weil offenkundig wurde, dass man mit Daten in der Medizin einfach ziemlich viel machen kann und dann ging es relativ schnell schon auch um die Algorithmen, mit denen man diese Daten ja bearbeitet und dann auch schon relativ bald um maschinelles Lernen. Naja und da ist man dann eigentlich schon auf dem Weg zu dem, was heutzutage künstliche Intelligenz genannt wird, denn also jedenfalls jetzt reden wir ja über generative KI, also Chat, GPT und solche Sachen. Das ist nochmal einen Schritt weiter, aber diese, das, was in der Medizin jetzt schon seit Jahren unter, in Anführungszeichen, künstlicher Intelligenz läuft, das sind eben Algorithmen des maschinellen Lernens, die auf riesigen Datensätzen eben trainiert werden, sich dann irgendwann selbst trainieren, also autonom werden und alle möglichen tollen Sachen können. Die Medizin ist einer von diesen Anwendungsbereichen, bei denen man wirklich sagen muss, da ist irrsinniges Potenzial drin, sind auch Herausforderungen und Risiken, die man ordentlich einhegen muss, aber da gibt es wirklich ein irres Potenzial und jetzt sage ich was, was mir auch neulich jemand gesagt hat, die noch näher dran ist. Ich arbeite schon lange, weil ich sehr interdisziplinär arbeite, auch mit Entwicklern zusammen, die diese Dinger wirklich auch schreiben. Ich bin ja an der Technischen Universität und die machen maschinelles Lernen, die machen sogenannte künstliche Intelligenz. Dieser Sprung zur generativen KI, der war jetzt schon noch mal sehr kernig. Also das war schon auch noch mal, glaube ich, selbst von denjenigen, die sich mit dem Thema auch, also technisch, ich mache das ja nicht technisch, obwohl ich auch Projekte habe, wo wir gemeinsam mit Entwicklern programmieren. Klar, sie coden mich selbst. Wir haben ein Projekt, wo wir gemeinsam mit Kollegen von der TU einen Algorithmus pilotiert haben, der klinische Ethikberatung. Oh, wow. Okay. Das ist ein ziemlich krasses Ding. Und wir benutzen das natürlich, um das Ganze zu diskutieren und zu fragen, also A, wie kann sowas aussehen und B, sollte man das machen und wenn man es macht, wie sollte man es machen? Ja, also die typische ethische Debatte um eine Technologieentwicklung herum. Aber das ist schon, das ist schon sehr, sehr spannend. Und trotzdem, wir haben ja gerade eine dicke Stellungnahme vom Ethikrat gemacht, auch zu dem Thema. Und da haben wir GPT schon drin, also das Sprachmodell ist schon drin, aber Chat-GPT kam im November, da war das Ding schon fertig. Da haben wir es nur noch an ein paar Stellen sozusagen angedockt und man erst nicht nochmal wieder aufreißen konnte. Das war schon nochmal, dass das so schnell doch so intensiv auch ins Alltagsleben überspringen würde. Denn bisher, das muss man einfach sagen, waren diese Diskussionen um künstliche Intelligenz und zwar nicht nur in der Medizin, na auch, was weiß ich, Bildung, Verwaltung und natürlich soziale Medien und digitale Plattformen und so oder in Fertigung, Fabriken und was weiß ich, robotische modulares bauen, was denke ich was. Das waren schon eher noch Expertinnen und Experten Debatten. Naja, und jetzt ist mit diesen großen Sprachmodellen ist das jetzt ziemlich in der Alltagswelt angekommen. Und das muss ich sagen, das ist schon nochmal ein Sprung, den haben, glaube ich, viele mich eingeschlossen, auch nicht so schnell antizipiert und wahrscheinlich diejenigen, die da Mission Impossible geschrieben haben, auch nicht. Das ist auch toll, wenn man mit ForscherInnen spricht, die es wirklich machen, dass die ja zum, nee, nicht zum Teil, sondern alle entweder so ein Glimmen in den Augen haben oder es auch aussprechen. Man kriegt die schon dazu mit einem Wodka oder so, dass sie sagen, ja, ehrlich gesagt, ich bin genauso überrascht wie du, was es so macht. Ja, zum Teil ist das ja auch öffentlich und man redet so drüber. Also man ist schon selber erstaunt und ist ja auch also bei OpenAI, wenn man mit denen spricht, die waren ja von ihrem eigenen Modell, was es so auf den letzten Metern des Trainings gelernt hat, zum Teil auch sehr überrascht. Wie navigiert man und gleichzeitig gibt es aber schon natürlich vor allem in Europa eine Riesendebatte, wie das beschränkt werden soll und wie kann man da als Ethikerin überhaupt sinnvolle Dinge tun in einer Situation, wo sich alles so schnell bewegt, dass die Leute, die es machen, auch nicht so genau wissen, was es macht und wie es sich bewegt. Ja, da wird man als Ethikerin ein bisschen unrund, weil wir uns natürlich damit wirklich schon lange beschäftigen. Es ist jetzt nicht so, als gäbe es da nicht schon was. So ein bisschen, aber das ist ja auch nachvollziehbar. Also was Sie sagen ist, haben wir doch alles schon erledigt? Naja, wir haben schon relativ viel und ich verstehe das, dass es in den öffentlichen Debatten durchaus was Neues ist, weil es das eben bisher alltagspraktisch noch nicht gab. Aber was mich so ein bisschen, wo ich mich ein bisschen drüber ärgere, ist, wenn ich auf irgendwelchen Podien sitze oder in irgendwelchen Debatten bin oder irgendwelche offenen Briefe lese, wo dann sozusagen irgendwie die Schreckensszenarien beschworen werden, so als hätte nie jemand über die Gefahren, Risiken, ethischen und sozialen Implikationen dieser Technologien bisher nachgedacht. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Es gibt wirklich viele tolle Leute, die darüber schon sehr lange nachdenken. Es gibt ganz viel Literatur, es gibt ganz viel Vorschläge und deswegen auch so diese etwas hektischen Debatten, über irgendwelche Verbote oder so. Leute, wir reden doch jetzt seit einer Dekade mindestens darüber, dass das definitiv nicht geht, weil ein und dieselbe Technologie, um mal jetzt das Beispiel Medizin zu nennen, kann neue Krebsmedikamente ganz schnell rausfinden, weil die Proteinfaltung innerhalb kürzester Zeit, die sonst Jahre gedauert hat, weil es so irrsinnig viele Möglichkeiten gibt, jetzt innerhalb von ein paar Stunden von seinem Algorithmus runtergerissen werden kann. Genau der gleiche Algorithmus kann halt auch die toxischsten Kampfstoffe genauso entwickeln. Das ist eine Dual-Use-Technologie, das ist auch nichts Neues und deswegen kann man mit Pauschalen verboten, das kann, das wird definitiv nicht funktionieren und das schlägt auch ernsthaft niemand vor. Es gab ja, weil Sie gerade gesagt haben, offene Brief, es gab ja diesen offenen Brief von amerikanischen Tech-Unternehmern wie Elon Musk und auch Wissenschaftlern wie Yuval Harari, der ja auch schon hier zu Gast war, hat alles gesagt, die ja ein Moratorium gefordert haben und in einem Podcast mit Sascha Lobo, der auch schon mal hier war, liebe Grüße, haben sie gesagt, ich zitiere aus dem Gedächtnis, mit dem Gedanken eines Moratoriums können Sie theoretisch schon was anfangen, auch wenn Sie diesen offenen Brief als Feigenblatt bezeichnen würden. Ja, das sage ich nachher wie vor so. Also ich finde die Idee des Innehaltens überhaupt nicht schlecht, im Gegenteil, da sind Technologien sozusagen über Gesellschaften hereingebrochen, ich glaube, so kann man das sagen, die haben alles an verfügbarem öffentlichen Datenvolumen irgendwie abgesaugt und verstoffwechselt und das ist ja noch völlig offen, ob es da jetzt irgendwelche Copyright-Probleme gibt, ja da sind ja irgendwelche Klagen anhängig, vor allem von Künstlerinnen und Künstlern. Also das ist mal das eine Thema und da mal innezuhalten, auch um Gesellschaften die Möglichkeit zu geben, ein bisschen hinterher zu kommen und mal drüber nachzudenken, beziehungsweise die ganze tolle Literatur zu lesen, die es schon zu diesem Thema gibt, das halte ich für keine schlechte Idee. Ich habe nur diese Briefe, insbesondere diesen letzten, der irgendwie nur so ein Satz war, glaube ich, nur ein kurzer Absatz, irgendwie, also das ist jetzt sozusagen, das sind alles, das ist die größte Bedrohung der Menschheit, mindestens gleichzusetzen mit Klimawandel und Pandemie und so weiter und da müssen wir jetzt prioritär alles draufwerfen, das sind in meiner Wahrnehmung eher PR-Aktionen. Also natürlich gibt es diese Endzeit-Horror-Szenarien, das sind, das ist nicht völlig ausgeschlossen und natürlich muss man dafür sorgen, dass die nicht passieren, aber es ist ja nicht so, als wäre das ein Automatismus. Da stehen ja eine ganze Reihe von Entscheidungen davor. Bis diese Mission Impossible autonome Killer-KI entsteht, müssen ja Entscheidungen getroffen werden. Das passiert ja nicht von alleine und diese Entscheidungen dürfen natürlich nicht so getroffen werden, dass wir irgendwann eine autonome Killer-KI haben, die die Menschheit auslöscht. Das wäre mir ein Anliegen. Ja, so ein bisschen zynisch formuliert. Ja, so, das ist das eine. Gleichzeitig haben diese Technologien jetzt schon wichtige soziale und ethische Implikationen, aber wenn man nur über diese Gruselszenarien nachdenkt, muss man über die nicht nachdenken. Das ist nicht ganz so schlimm, das ist nicht so relevant. Schlimm ist ja, dass uns die KI mal auslöschen kann und deswegen ist das aus meiner Wahrnehmung tatsächlich so ein bisschen Ablenkungsmanöver. Man zeigt sich als, guck mal, wir sind so mächtig, wir haben diese mächtige Technologie, schaut, was wir alles können. Wir haben gerade so eine Elon-Musk-Bewegung gemacht. Ja, ja, gleichzeitig den meine ich auch, Stichwort Elon Musk, hat er natürlich ein riesiges KI-Labor, wo er das Zeug ordentlich schön erforscht. Also das ist natürlich eine PR-Aktion. Aber, und damit kann ich sozusagen den Zynismus wieder ein bisschen zurückschrauben, ich finde das natürlich nicht schlecht, dass so sichtbare Leute, denen auch wirklich wichtige Unternehmen in diesem Bereich gehören, selbst dieses Thema, diesem Thema zu so viel Aufmerksamkeit verhelfen. Und es gibt auch, ich habe mit dem CEO von Google gesprochen und, und, ne, die haben ja alle so eine Tour gemacht hier in Europa, die sagen natürlich, klar, reguliert uns. Das ist das, was mich auch so irritiert. Der Sam Altman war ja sogar bei Ihnen an der Team München, wo ich die Freude hatte, ihn zu interviewen und hatte da einen seiner zahlreichen Popstar-artigen, also Harry Styles-mäßigen Auftritte. Die Menschen wollten ihn berühren, lagen ihm zu Füßen. Wer ist denn das nochmal? Der Chef von, der CEO von OpenAI und sicher auch Mitgründer. Und das finde ich tatsächlich eine ganz seltsame Kommunikation. Einerseits sagen, wir bauen hier eine Maschine, wir wissen auch nicht so genau, die könnte irgendwann Weltherrschaft erreichen. Bitte reguliert uns. Und gleichzeitig werden aber die Probleme, wie Sie schon sagen, die jetzt gerade schon existieren, geflissentlich lieber ein bisschen ignoriert. Also wenn die, wenn Europa sagt, wir haben da ein AI-Act, der soll das regeln, auch wenn ich glaube, dass er ein bisschen verrückt ist, aber sozusagen dem entzieht man sich doch lieber gern sagen, naja, dann gehen wir halt aus Europa raus. Lass uns doch über die großen Fragen reden. Ja, ja, genau. Also das wirkt schon sehr nach einem Ablenkungsmanöver. Die Fragen in 20 oder 10 Jahren, darüber sollten wir uns Sorgen machen, nicht über die Niederungen des Copyrights. Genau. Und das ist, deswegen finde ich das, halte ich das für Ablenkungsmanöver. Und man muss sich klar machen, dass auch China an der Regulierung arbeitet. Die USA haben jetzt gerade irgendwelche Voluntary Agreements und so, also das ist mal so der aller, aller, allererste Schritt und mal gucken, ob da noch was kommt. Aber ich gehe auch davon aus, dass auch die USA eine gewisse Regulierung einziehen werden. Und die KI-Verordnung, die jetzt gerade vorbereitet wird, macht aus meiner Sicht, wenn ich das mal vorsichtig sagen darf, was, was prinzipiell nicht dumm ist, also eben nicht pauschal irgendwie ganze Technologie oder Technologiegruppen verbieten oder sozusagen hart hart regulieren, sondern hat diesen risikobasierten Ansatz, dass man unterschiedliche Risikoklassen der Anwendung hat. Und das ist im Prinzip das, was der Ethikrat gesagt hat. Der Ethikrat hat gesagt, ganz kurz zusammengefasst, KI, die Anwendung oder die Nutzung von KI-Anwendungen muss die menschlichen Entfaltungs- und Handlungsmöglichkeiten erweitern und darf sie nicht verringern. Und KI darf den Menschen nicht ersetzen. Das klingt super simpel in einer total simplen ethischen Faustregel, aber das heißt natürlich, du musst dir jeden Bereich angucken und immer unter so, was heißt denn das in diesem Bereich? Was heißt das denn jetzt in der Medizin und da zum Beispiel in der Onkologie, versus die Röntgenmedizin? Was heißt das denn in den sozialen Medien? Was heißt das denn in der Bildung? Was heißt das denn in der Verwaltung? Für wen werden jeweils Handlungsmöglichkeiten erweitert und Entfaltung erweitert? Wo hilft uns das Ding, muss man platt so sagen? Und wo passieren Sachen, von denen wir jetzt schon wissen und das auch zeigen können, da werden Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt? Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Es ist immerhin in den Niederlanden eine Regierung zurückgetreten, weil sie einen, also Algorithmus unterstützt, Sozialleistungen vergeben haben und da gab es nicht mehr die Möglichkeit, sich dagegen zu wehren beziehungsweise Einspruch zu erheben und da sind falsche Einschätzungen erfolgt und Menschen haben einfach viel zu wenig von Leistungen bekommen, auf die sie eigentlich Anspruch gehabt hätten. Und es gab aber nicht mehr die Möglichkeit noch zu sagen, übrigens hier ist irgendwie was schiefgelaufen, weil diese algorithmische Entscheidung stand. Und das ist natürlich, wenn es um so richtig wichtige Entscheidungen geht, kann man den, das nennt man Human in the Loop, nicht ignorieren. Also du brauchst einen Menschen, wo noch immer ein gewisser Zugriff, eine gewisse, man kann sich ja das Leben erleichtern lassen, man kann alle möglichen Schritte vorher auslagern an Algorithmen. aber es muss die Möglichkeit geben, bei lebensrelevanten, wichtigen Entscheidungen, die machtvoll sind für das Leben des Einzelnen, dass der oder die Einzelne immer noch irgendwie die Chance hat zu sagen, ist das jetzt eigentlich in Ordnung hier oder nicht? Und das ist was, das ist ewig diskutiert, ja, das steht sogar in der DSGVO schon irgendwo in einem, ich glaube, was ist das, 20, 22, einer der Artikel, steht drin, dass es keine Entscheidung über Menschen geben darf, auf die ganz ausschließlich nur von Algorithmen gefällt werden, ohne die Möglichkeit da nochmal drauf zu schauen. Aber mal eine verrückte Frage, angenommen, wir gehen in eine Welt, fern, ja, Sie haben ja schon beschrieben, Ihre Zunft denkt viel weiter voraus, als die Realität schon geschritten ist, in diesem Fall, wohl dokumentiert und wir kommen in eine Welt, in der tatsächlich Maschinen sehr viel gerechter, sinnvoller, smarter, was auch immer, nehmen Sie irgendein Wort, wichtige Entscheidungen treffen für eine große Zahl von Leuten, ja, also viel besser als Menschen es könnten. Das ist ja auch so eine Vision, ja, das ist ja auch so ein Heil, nicht mal ein Heilsversprechen, sondern es gibt ernsthafte Leute, die meinen, könnte ja sein, dass eine Demokratie irgendwann von der Maschine besser erledigt wird, sogar diese Vision gibt es ja, ja, weil die wird einfach unser Sozialsystem viel smarter verteilen und die Dynamiken besser, aber diese Maschine gibt es im Moment nicht, aber es wäre ja auch im Kleinen denkbar, ich sage mal ein Beispiel, Autofahren ist ja eigentlich Mord, sobald Maschinen, das sage ich jetzt, ich bin kein Ethiker, Autofahren ist ja eigentlich Mord, sobald klar ist, dass Maschinen besser Autofahren können als Leute, warum sollte man noch Leute in ein Auto steigen lassen, wenn wir die Unfälle auf Null senken könnten, ja, das wäre zum Beispiel in den Buddies vielleicht näher, haben wir nicht auch irgendwann die Pflicht als Menschheit zu sagen, ja, das müssen wir jetzt diesen Maschinen nehmen, gar bitte keine Humans in the Loop. Das steht genau so, also fast so ähnlich in der Stellungnahme drin, wobei, es kommt drauf an, was man eben unter Human in the Loop versteht, also wir sagen da, wo es, aber das muss eben wirklich empirisch sauber mal belegt werden, es gibt noch nicht so viele Beispiele, wahrscheinlich gar keins. Na doch, in der Medizin schon. Also es gibt wirklich in der Medizin inzwischen Bereiche, da diagnostiziert der Algorithmus besser als, da kommt jede Woche eine neue Publikation in Nature oder so, dass wieder Facharztstandard übertroffen wurde für einzelne Aufgaben. Also zum Beispiel? Bestimmte Röntgenaufnahmen befunden, bestimmte Krankheiten vorhersagen, diagnostizieren, solche Dinge. Und da sehen wir, wenn das wirklich empirisch sauber und ordentlich und belastbar nachgewiesen ist, eine Pflicht, die dann zu entwickeln und auch einzuführen. Weil das ja zum Schutz des Menschen ist. Natürlich. Das ist genau das, was wir meinen. Das ist eine Erweiterung von Entfaltungs- und Handlungsmöglichkeiten. Wenn ich schneller eine Erkrankung diagnostiziere, kann ich die schneller behandeln. Das ist doch super. Also das sind die Potenziale, über die wir reden. Die müssen wir abholen. Da sagen wir tatsächlich, gibt es eine Verpflichtung, die dann tatsächlich auch allen zugänglich zu machen. Heißt aber nicht, dass man nicht trotzdem noch drauf gucken muss und sicherstellen muss und immer wieder überprüfen muss, weil die Dinger ja selbstlernend sind. Und jetzt ein schönes Beispiel, ChatGPT wird gerade schlechter in der Qualität. Da müssen wir auch nochmal drauf gucken, wie das jetzt weitergeht. Aber auch das weiß man, man muss, bis der Human ganz out of the loop dieser Entscheidung sein kann, glaube ich, da muss noch eine ganze Weile vergehen. Wir müssen das Beste, das ist auch so ein bisschen bei denen, die wirklich ernsthaft in diesem Bereich arbeiten, jedenfalls mit Blick auf die Medizin, da kenne ich es am besten, ist dann ganz klar, der Goldstandard ist blended intelligence. Blended. Ja, also zusammen, dass man sozusagen, dass wir das als ein tolles Werkzeug nutzen. So verschnubbelt. Na vermischt eben. Gemeinsame Nutzen, wo die Maschine sozusagen überlegen ist und Dinge wirklich besser kann, aber gleichzeitig immer noch im Handlungssattel der Patientenbehandlung bleiben. Und aus meiner Sicht ist das relativ offenkundig in vielen Bereichen der beste Weg. Das heißt, du kannst dann vieles delegieren und ab und zu machst du stichprobenartige Kontrollen, ob da irgendein Schwachsinn passiert. Und natürlich, ganz kurz noch, natürlich kann es sein, dass in fünf oder zehn Jahren das so gut wird und wir so sicher darin sind, dass wir uns dann wirklich darauf verlassen, aber da brauchst du mal eine Phase, musst du mal hinkommen, noch geht ständig irgendwas wieder schief und es ist dann doch nicht so gut und kommt bei Chachipiti die ganzen Fabrikationen und Halluzinationen und Fehler und was da alles passiert, sodass man doch, gerade wenn es um wirklich wichtige Sachen geht in der Medizin, möchte ich, dass das richtig, richtig gut ist. Und das gilt auch fürs autonome Fahren, hat es ja auch schon eine Ethikkommission gegeben, das hängt eben von so vielen Dingen ab, nicht zuletzt davon, dass wir das noch gar auf die Straße bringen könnten und also auch noch gar nicht wirklich sozusagen mal im Echtfall und noch nicht mal in der Forschungssituation so richtig gut überprüfen können. Und deswegen ist das alles noch ziemlich hypothetisch. Bisher wissen wir aus dem echten Feldversuch, nur dass dann Tesla doch auch mal gerne wen umfährt. Also noch funktioniert das alles nicht so wunderbar. Sie haben gerade in so einem Nebensatz gesagt, gerade wird ChatGPT schlechter. Das müssen Sie nochmal erklären. Das habe ich auch nur aus der Presse. Das kann man in den Medien ja, das steht in den Medien. Also das ist ungeprüft. Ich habe mir das noch nicht angeguckt, da habe ich keine Zeit, aber ChatGPT 4, also die nächste Version und das ist auch nicht überraschend, fabriziert noch mehr. Ja, das hat ja jeder, also jeder, der damit rumgespielt hat, kennt das. Man lässt sich irgendwie einen Lebenslauf schreiben und da stehen dann irgendwie sechs Stationen, die stimmen und drei, bei denen man denkt, ja, das hätte zwar irgendwie sein können, aber da war ich definitiv nicht. Oder irgendwelche Artikel, wo dann auf einmal Publikationen zitiert werden, die es nicht gibt oder die, wo zusätzliche Autoren oder sonst irgendwas sind. Also diese Fabrikationen passieren, naja, und das ist nicht überraschend, aber das ChatGPT 4 in der Hinsicht noch schlechter wird, ist auch nicht überraschend, weil offensichtlich man nicht mehr weiter trainieren kann, weil alle öffentlich verfügbaren Daten schon benutzt wurden fürs Training. Ja, da gibt es eine große, also ich will jetzt nicht rumnerden, aber eine große Debatte. Ja, ich weiß, das ist sehr kontrovers. Ob man das wirklich braucht oder ob man nicht, man kann auch Menschen treffen in Kalifornien, die sagen, machen wir jetzt alles mit synthetischen Daten und so weiter. Können wir bei den einfachen Fragen kurz bleiben? Also wenn wir, ich fand dieses Mensch-Maschine-Problem nennen wir es mal kurz so ganz interessant. Ich erinnere mich dunkel, vor Äonen gab es mal eine Studie der Uni Oxford, das war lange vor diesem jetzigen Hype, wo es drum ging, welche Berufe werden denn ersetzt? Das ist schon sehr präsent. Ja. Was? Ja, ja. Welche Berufe werden eigentlich ersetzt werden und welche nicht? Und brauchen wir jetzt nicht mehr durchdeknieren, weil hat sich vielleicht auch ein bisschen was verändert mittlerweile, aber interessant, ich erinnere mich an eine Argumentation, die ich cool fand darin, es wird Sachen geben, da kann die Maschine noch so toll sein, ich will immer einen Menschen vor mir haben, nehmen wir mal sowas wie Therapie, könnte sowas sein oder auch Ärzte, was sie ja sind, ich möchte eigentlich mit einem echten Arzt reden, ist mir egal, wie gut die Maschine ist. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich so sein wird. Also es gab ja jetzt auch Versuche, Therapien mit KIs zu machen, die angeblich sogar ein bisschen besser sind als der normale Therapeut, aber wenn die Leute dann wissen, dass es eine Maschine ist, dann funktioniert die Therapie wieder nicht und so. Was sind das für Berufe und für Sphären, wo ich auf keinen Fall jemals mit einer Maschine zu tun haben will, so gut sie auch immer sei? Also ich habe es übrigens 2007 gesagt, jetzt weiß ich nicht, ob es nicht doch 2011 war, diese Oxford-Studie, das war ein bisschen später. Es gab auch mehrere davon und die haben ja irgendwie gesagt, es gab die eine, die hat gesagt, 25 Prozent, die andere hat gesagt, 40 Prozent der Berufe werden irgendwie durch KI ersetzt. Ja, nämlich 40. Das gibt es ständig und das passiert meistens dann nicht so schnell und oft auch in anderer Art und Weise. Aber das ist natürlich ein schönes Beispiel für das, was wir eben schon besprochen haben, dass schon sehr lange über diese Implikationen nachgedacht wird. Das ist ja eine ganz wichtige. Und auch in der Medizin, ich erinnere mich, die allerersten Vorträge, die ich hatte zu so in Anführungszeichen künstlich-intelligenten Algorithmen, das ist auch schon eine ganze Weile her, da habe ich damals gesagt und ich weiß ja, das wurde belächelt, wir sollten in der Medizin einfach über sozusagen, ist jetzt ein kontroverses Wort, ich erkläre gleich, was ich damit meine, über Quotierungen nachdenken. Wir sollten sagen, dass wir bestimmte, sozusagen untergrenzen menschlicher Gesundheitsberufe einziehen. Da sollten die Berufsverbände jetzt drüber nachdenken, was wollen wir behalten und wo würden wir sagen, das können wir zukünftig delegieren. Und im Moment, viele Jahre später, renne ich rum und stelle unsere Stellungnahme in den ganzen Berufsverbänden und bei den Landesärztekammern und irgendwelchen Anwaltskammern und so weiter vor und sage denen immer, bitte denkt darüber jetzt sofort nach, was sind die Kernbereiche eurer Berufe und was könnt ihr delegieren? Gilt ja auch für Journalistinnen und Journalisten und für alle möglichen anderen Berufe. So, und jetzt zu dieser konkreten Frage. Ich glaube, es gibt in fast jedem Beruf ganz sicher Aspekte und Elemente, die man in der menschlichen Hand haben will. Manchmal kann das so eine Art Kontrollfunktion sein, ja, also dass man zum Beispiel jetzt, ich weiß, ich gebe ja das ein oder andere Interview und ich weiß, die werden durch KI-Algorithmen transkribiert. Ja, und da wird auch Sprachbearbeitung schon zum Teil gemacht durch Algorithmen. Aber der Journalist, die Journalistin kürzt das dann in einer Art und Weise und formt das noch zu einem Gespräch. Und das ist so ein Beispiel. Bei uns in der Medizin ist es eben so, dass es durchaus Patientinnen und Patienten gibt, die sogar lieber mit der Maschine interagieren. Das gibt es auch. Menschen sind da unterschiedlich. Also da weiß man, bei den einen ist das so, die vertrauen sich eher und stärker sogar einer Maschine an. Und andere sagen, da will ich überhaupt nichts mit zu tun haben. Also das kann man auch nicht über einen Kamm scheren. Aber wir sagen vom Ethikrat, wir schauen uns das relativ differenziert an und sagen, eine vollständige Ersetzung eines therapeutischen Prozesses widerspricht dem Patienten wohl, weil das Element der ärztlichen Zuwendung, Empathie und sozusagen des klinischen Blicks auf den Patienten dann jedenfalls noch ziemlich lange absehbar rausfällt. Kann sein, dass in 50 oder 100 Jahren dann es sozusagen robotische, KI-getriebene ÄrztInnen gibt, Maschinen, die das auch irgendwie können. Also das will ich überhaupt nicht alles ausschließen. Aber sagen wir mal so, absehbar geht das nicht. Und das heißt, man kann auch, wenn das prinzipiell schon möglich wäre, hintereinander geschaltet, ganz viele Teile einer Behandlung jeweils immer an Algorithmus zu delegieren, würden wir sagen, da muss ein Arzt eine Ärztin durchführen. Und deswegen würden wir immer sagen, überlegt euch, welche Aspekte eures Jobs lagert ihr aus und wo benutzt ihr diese Systeme als Handwerkszeuge? Wo können sie helfen? Wo können sie Sachen, ja, wir gehen in wahnsinnigen Fachkräftemangel. Und zum Beispiel sowas, es gibt ein tolles Projekt am BIDT, Bayerisches Institut für Digitale Transformation, die entwickeln einen Algorithmus für Pflegedokumentation auf der Station, damit die Pflegenden wieder mehr Zeit haben, tatsächlich mit den Patienten zu arbeiten und nicht den ganzen Tag irgendwie da am Computer hängen und irgendwas dokumentieren. Sowas ist natürlich großartig. Ich habe schon vor vielen Jahren gesagt, das, was wir brauchen, können wir aufhören, darüber nachzudenken, dass irgendwie der Algorithmus den Arzt ersetzt? Können wir stattdessen bitte einen Algorithmus programmieren, der die Akten aufräumt und ihm die Arztbriefe macht? Diesen ganzen Mist, den man selber nicht machen will in der Klinik. Und das passiert jetzt, das finde ich richtig gut, weil die KI soll uns den Mist abnehmen, aber das, wo entweder menschliche Kontrolle und Aufsicht immer noch relevant ist oder wo es um so etwas Ganzheitliches geht, wo eben auch, ich kenne mich in den Kreativberufen nicht aus, aber die sagen mir auch, auch wir haben solche Bereiche, aber jedenfalls bei uns in der Medizin ist es eben auch die empathische Zuwendung, die ist klinisch relevant. Also das ist nicht irgendwie, das ist nicht, dass wir jetzt hier nur, dass alle denken, ach das ist so dieses weiche Zeug. Es ist hart empirisch erwiesen, dass die Arzt-Patienten-Beziehung einen ganz klaren Effekt hat, wenn sie gut ist, auf den Genesungsprozess, dass Empathie, Zuwendung extrem wichtig sind dafür, wie Krankheiten verlaufen bei Patientinnen und Patienten. Also das ist kein sozusagen weicher Pipifax. Und ist das ein kulturelles Phänomen auch? Beispiel der Pflegeroboter. Ja, ich würde mich niemals, niemals von einem Roboter, also ich weiß nicht, bestimmt wird es so sein, pflegen lassen wollen. Gleichzeitig gibt es in Japan Weltgegenden wie Japan, wo da unfassbar viel tolle Arbeit geleistet ist. Das ist ein Klischee. Das stimmt gar nicht. Ich muss es mal schnell korrigieren. Also es gibt eine herrliche Studie. Ja, es gibt einzelne. Ich habe es recherchiert. Ja, aber es gibt auch aus Japan von Japanern, no offense, aber die das wirklich seit Jahren studieren, eine dicke Studie. Die sagen, stimmt also nicht. Die sagt, das ist im Prinzip gescheitert. Ist es als Technik oder als soziales Konstrukt? Also das soziale Konstrukt, dazu kann ich nicht sagen, kenne mich überhaupt nicht aus, aber was sozusagen, die Übernahme von Pflege in einem substanziellen Sinn, also nicht nur mal die Leute aufs Recht gehen, ja, anbelangt, das ist gescheitert. Wir haben ja nicht mal einen Roboter, der die Post holen geht am Briefkasten. Warum sollten wir einen Roboter haben, der pflegen kann? Ja, aber deswegen ist das ein Klischee zu sagen, dass in Japan irgendwie die Pflege von Robotern übernommen wird. Nein, das höre ich. Nein, nein, so habe ich es auch nicht verstanden. Ich wollte das nur einmal ganz deutlich sagen. Nur die Vision ist eventuell je nach Kultur nicht ganz so schräg. Also da habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Es gibt zumindest eine andere Tradition, was sozusagen Maschinen auf, also Maschinen zugetraut wird, aber auch eine Maschine kann eine Form von Gegenüber sein, eine Seele haben. Entschuldigung, das habe ich ein bisschen überzogen. Ditte finde ich schon zum Vergleich zu Deutschland einen Unterschied. Mein Opel hat vielleicht eine Seele, aber sonst jetzt nicht jeder Roboter, der mir über den Weg läuft. Ist mir auch gerade, also nochmal Entschuldigung, ich habe mich da konkret wirklich bezogen auf dieses Klischee, in Japan werden die schon alle von Robotern gepflegt und das funktioniert nicht. Die kulturelle Offenheit, vielleicht könnte man sagen, oder so die Bereitschaft, das wird mir auch aus China berichtet. Also das kann ich nur aus zweiter Hand wiederholen. Hat mir ein Künstler neulich erzählt am Rande von auch irgendwie einem von diesen endlosen Podien zur KI, der erzählte, dass in China es Serien gibt, die halt seine Tochter irgendwie guckt, das ganz begeistert, die ist da gerade und so und guckt das alles. Und da ist KI sozusagen so ein Stolzfaktor und was das ganze Leben irgendwie durchwirkt und was man total super findet, was total positiv belegt ist, dass das jetzt alles, dass es das schon gibt und dass da noch viel mehr kommt, dass alles ganz super wird. Und das ist glaube ich, also da bin ich Laie, aber einfach, um das zu wiederholen, da glaube ich, gibt es tatsächlich gegebenenfalls kulturelle Unterschiede, weil wir in Deutschland, da gibt es, also es gibt verschiedene Studien in Deutschland zur Technikoffenheit. Und damit meine ich nicht Technologieoffenheit, sondern die Offenheit von Menschen gegenüber bestimmten Technikaspekten des Lebens und bestimmten Technologien. und da ist Deutschland sehr gespalten. Da gibt es Unterschiede, was Alter anbelangt, also die Jüngeren irgendwie offener als Ältere, aber wir sind da auch, wir sind da zurückhaltender, glaube ich. Wenn ich so mich erinnere an das, was ich da gelesen habe, im Vergleich zu anderen Ländern, bei uns gibt es da doch einen stärker, auch durchaus, und vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm, auch durchaus skeptischer durchwebten Diskurs. Und ich, mir ist es immer nur wichtig zu unterstreichen, Menschen sind da unterschiedlich. Es gibt Studien, die auch für Deutschland und auch für Europa zeigen, grob gesagt gibt es zwei Gruppen, die einen, die sagen, weißt du was, ey, ich erzähle meine peinlichen, was weiß ich, Geschlechtskrankheitserfahrungen echt lieber irgendwie einem Laptop mit einem netten Gesicht, der mit mir da irgendwie redet, oder ich erzähle irgendwie meine Mental-Health-Sachen lieber dem Mental-Health-Chatbot morgens um drei, wenn ich aus dem Club komme. Und dann ist das echt toll, weil dann kriegt man Leute zum Beispiel mal in ein allererstes, in Anführungszeichen, ich will jetzt nicht sagen im vollen Sinne therapeutisches Geschehen, aber man kriegt sie sozusagen, man nähert sie mal an, überhaupt in die Richtung. Und dann gibt es eine Gruppe, die sagt, ey, das ist das Letzte, was ich will, ja, ich will, dass mich jemand an die Hand nimmt und ich will, dass da jemand neben mir sitzt und das mit mir durchspricht und so. Da sind wir unterschiedlich und das ist aber doch auch eine Chance, dass man das eben vielleicht, man muss das nicht mehr so absolut denken, sondern man kann es ja so eine Art Hybrid vorstellen, ja, das ist eben für die einen, setzt man das ein und für die anderen eben eher nicht. Ja, weil Sie das gerade gesagt haben, was man ja mitbekommen hat in den letzten Wochen, auch wenn man sich jetzt für die Unterhaltungsindustrie nicht besonders interessiert, dass es in Hollywood ja einen großen Streik gibt und dann gibt es alle paar Jahre einen großen Streik in Hollywood, also zwischen den Gewerkschaften der Schauspielerinnen und Schauspielern, Drehbuchautoren und der Filmstudios, da geht es meistens um Geld, wie immer bei Streiks, aber diesmal geht es ja vor allem um das Thema neben dem Geld künstliche Intelligenz. Ja, das ist irre, ne? Und ich finde dieses Beispiel sehr interessant, weil da, ich glaube, man kann daran sehr viel erzählen, was auch für andere Berufsfelder irgendwann und wahrscheinlich eher schneller als später ein Thema wird. Wir hatten im Zeitmagazin letztes Jahr, mein Kollege Johannes Ducak hat das Interview geführt, ein Gespräch mit dem Schauspieler Paul Rudd. Paul Rudd ist der Hauptdarsteller in Ant-Man, in einer dieser Superhero-Filmreihen. Der nicht altert. Ja, genau. Und der erzählte in diesem Interview, das im letzten Jahr erschienen ist, dass er von Film zu Film weniger machen musste. Warum? Weil er am Anfang der Dreharbeiten einmal komplett digitalisiert wurde und sehr viele Filmszenen und Dinge in diesem Film passiert sind, an denen er gar nicht mehr aktiv mitdrehen musste. Das hat er, das im letzten Jahr erschienen, das hat er auch so ein bisschen belustigt damals noch erzählt, weil ich meine, der Hauptdarsteller und so, und meinte so, ja, es ist im Grunde genommen, habe ich von Film zu Film immer weniger gedreht. Und das ist ja genau die Diskussion, die jetzt geführt wird, denn, und das passiert ja gerade schon, Schauspielerinnen und Schauspieler werden eben von diesen 150 Kameras erfasst, alle Bewegungen komplett digitalisiert. das heißt, nicht unbedingt für Nahaufnahmen, aber habe ich mir auch von einem befreundeten Regisseur erzählen lassen, es passiert jetzt schon, dass Produktionsfirmen sagen, naja, also für diese Straßen-Massen-Szene, da brauchen wir die Schauspieler nicht mehr. Lieber Christoph, liebe Maria, ich würde mich weigern, diesen Podcast mit euren digitalen alter Egos zu machen. Darauf stoßen wir noch mal kurz an. Nur falls du mal kurz... Auf die echt Protagonisten. wollte mich nicht, aber jetzt, ich hatte gerade diese Vision und nächste Woche werden wir gescannt. Prost, Maria. Und die Frage, die ja auch jetzt in diesem Streik eine Rolle spielt, wem gehört eigentlich mein digitalisiertes Ich? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, nochmal, da bin ich keine Expertin, das kenne ich auch tatsächlich eher aus medialen Darstellungen, wobei sozusagen die Herausforderungen an sich, die haben dann wieder ethische und soziale Implikationen noch und nöcher, aber da scheint es ja so zu sein, dass die das einmal machen und das war es dann. Es wäre ja nochmal etwas anderes, wenn man sagt, also pass mal auf, mein digitales Abbild ist Teil meiner Identität und ja, du hast das erstellt, das ist ja immer so, Daten sind kein Eigentum, Eigentumsdiskussionen, alles ganz kompliziert, aber man könnte ja irgendwie sich sowas vorstellen, wie ich lizenziere das sozusagen. Du zahlst mir halt was dafür, immer wenn du das einsetzt. Ja, aber das wollen die Studios natürlich nicht. Das wollen die Studios natürlich nicht. Ja klar, weil die sehen natürlich ein riesen Einsparpotenzial. Ja und deswegen bin ich da auch keine Expertin, weil da müsste man jetzt mal gucken, okay, wie lässt sich das denn vergleichen mit anderen urheberrechtlichen und sozusagen IP-Fragen. also jedes Mal, wenn im Radio ein Lied läuft, kommt irgendwie ein Mini-Betrag auf das Konto der Person. In Deutschland über die Kima. Genau, die oder der, das Lied mal irgendwann geschrieben beziehungsweise aufgenommen und so weiter und so fort. Das ist alles ganz kompliziert und ich kann mir nicht vorstellen, dass man da nicht auch verträgliche Wege findet. Also jetzt zu sagen, wir schneiden das komplett ab, wir scannen euch einmal ein und dann für alle Ewigkeiten, das ist ja, finde ich, laienhaft gesprochen, ohne dass ich was diese Urheberrechtsdinge besonders beschlagen wäre, scheint mir doch eine sehr übergriffige Forderung zu sein und da kommt etwas ins Spiel und das ist jetzt wieder relevant für ganz viele Berufsgruppen. Ich finde das auch ganz faszinierend, die schlagen da jetzt eine Schlacht. Das meine ich eben. Witzig, ne? Das ist interessant, die in ganz vielen Berufsfeldern in den nächsten Jahren auch geschlagen wird. Das ist ganz klar. Und dann aber auch, eben, es geht nicht nur ums Geld, es geht wirklich um die KI und diese Nutzung, diese Identitätsfragen spielen da auch eine Rolle und es geht darum, machen wir uns nichts vor, es geht darum, dass etwas passiert, was immer wieder passiert ist. Also ganz kurz noch, ich kriege immer das Argument zu hören, ja Moment mal, aber in der Industrialisierung hat es doch immer wieder diese Phasen gegeben, ja, zu Beginn, also als die Industrialisierung begann, Buchdruck ist auch schon so ein Beispiel, Elektrifizierung und so, das hat es doch immer diese Sprünge gegeben, warum ist das jetzt so was Besonderes? Und darauf ist meine Antwort, das ist im Kern an sich nichts so besonders, auch die Digitalisierung, die wir schon erlebt haben, hat ja, da gab es genau die gleichen Studien wie die Oxford-Studie, die haben auch gesagt, jetzt haben wir irgendwie Computer und Internet und jetzt wird die Hälfte der Leute wird arbeitslos und was dann immer passiert ist, es transformiert sich so, dass es entstehen neue Berufe, Tätigkeiten verändern sich, das wird irgendwie absorbiert, aber das eine, was man sich klar machen muss und das steht auch bei diesem Streik dahinter, das geht jetzt so schnell, dass innerhalb nicht von 10, 20, 30 Jahren, sondern von 1, 2 oder 3 Jahren ganze Branchen, ganze Berufsgruppen, schnippen, jedenfalls, also eben die nicht, die sozusagen mächtig genug sind, weil sie Paul Rudd sind und bekannt sind und sagen können, ihr habt es ja wohl nicht alle, sondern sozusagen diejenigen, die nicht diese Art von Sichtbarkeit und Einfluss haben, dass die dann auf einmal mit einem Schlag eventuell ganz, in Anführungszeichen, überflüssig werden könnten und zweitens, was auch neu ist, es ist total zentralisiert. Es ist nicht so wie Digitalisierung, es ist nicht so wie Elektrifizierung, es ist nicht so wie der Buchdruck, der an ganz, ganz, ganz vielen Stellen, in ganz, ganz, ganz vielen Unternehmen, im Staat, in den Verwaltungen, überall irgendwie ist das so ein bisschen auch organischer gewachsen, sondern jetzt geht es um eine Handvoll Unternehmen. Letztlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, in jeder Branche höchstens, die, dazu haben wir auch was gesagt, wir sagen das zu digitalen Plattformen und sozialen Medien, aber das kannst du wirklich so übertragen, beispielsweise in, jetzt eben die, die Kreativbranche, dass eine Handvoll Unternehmen, die das dann haben und das ist neu, das ist nochmal eine Dimension, die finde ich daran auch wirklich, wirklich bedenklich, denn es ist das eine zu sagen, du hast so eine Transformation, die irgendwie doch noch breit gesellschaftlich passiert und es ist das andere, dass du eine Handvoll Akteure hast, die da, die das alles abziehen und dann sozusagen, ich meine dystopisch vorgestellt, heißt das dann irgendwann 90 Prozent aller Schauspielerinnen und Schauspieler werden einmal abgescannt und das war es für alle Ewigkeit. Naja, man muss es ja nur einmal durchdenken, das geht ja nicht nur um die Schauspielerinnen und Schauspieler, es geht um die Make-up Leute, es geht um das Catering, also da hängen ja viele Industrien dran, die man dann natürlich auch nicht mehr braucht oder nicht mehr so viel. Und da kommen dann, da kommen dann die Rufe nach, weil die Logik ist irgendwie so beschwächend, aber die Logik entsteht natürlich nur, weil wir alle akzeptieren, dass es eine Handvoll Unternehmen gibt, die diese Art von Macht, muss man einfach sagen, das ist kritische, infrastrukturelle Macht, erlangt haben und wir alle sagen irgendwie, ja, das ist irgendwie logisch, das kann man schon nachvollziehen, aber wir sollten doch als Gesellschaften sagen, pass mal auf, ihr bringt diese Technologien in unsere Gesellschaften hinein, das ist zutiefst disruptiv, das haut uns gegebenenfalls, ich will jetzt nicht übertreiben, ja, ich habe ja auch ganz viel gesagt, viel Potenzial, nochmal zur Erinnerung, aber jetzt sind wir bei einer genuinen Gefahr, das gefährdet letztlich in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen das soziale Gefüge, nee, das gestalten wir jetzt, das lassen wir nicht einfach, dass ihr das macht, weil das für eure, was weiß ich, weil das finanziell für euch irgendwie eine folgerichtige Idee ist, nein, und da muss man dann regulieren. Was ich gerade gesagt habe, ist ein kleiner Gedankensprung, dieses, wie viel, wenigen Menschen und Konzerne, denen so viel gehört, ich habe vor ein paar Tagen einen Podcast gehört, einen amerikanischen Podcast, da ging es um Elon Musk und die Tatsache, dass er jetzt aus Twitter Ex macht und was er alles damit anstellt. Ein Audiokommentar, die Frau haut sich gerade mit der flachen Hand auf die Stirn. Und der amerikanische Podcaster sagte dann, den schönen Satz, also er ist wirklich, er sagte über sich selber, er ist überzeugter Kapitalist und er hätte noch nie etwas grundsätzlich gegen Kapitalismus gesagt, aber am Beispiel, an dem, was Elon Musk gerade mit Twitter mache, frage er sich doch, haben ein paar wenige Menschen auf der Welt zu viel Geld. Ja, und zu viel Macht. Um das nur mal auszubuchstabieren, Elon Musk gehört ein Stück digitaler Infrastruktur, das jedenfalls, kann man das für Deutschland sagen, nach wie vor, das benutzen gar nicht so irre viele Leute, aber es benutzen in Anführungszeichen die, wie nennt man das, viele derjenigen, die Meinungsmacherinnen und Macher sind. Da ist die Politik unterwegs, da sind Journalistinnen und Journalisten unterwegs, da sind ganz viele zivilgesellschaftliche Organisationen unterwegs und was auf Twitter passiert, strahlt in die Medien aus, strahlt in die Politik aus und ist ein ganz wichtiger Teil unserer öffentlichen Debatte und das gehört einer Person. Und wenn diese Person zum Beispiel sich entscheiden würde und ich, also ich rede, man kommt, man findet sich wieder in einer Art von Kapitalismuskritik, die man vielleicht früher so nicht gemacht hätte, aber es ist doch auch eine solche Überdrehung, dass eine Person diese Art von infrastruktureller Macht hat, das ist doch absurd. Das geht doch eigentlich nicht. Aber was heißt das, im Umkehrschluss hieße das, wenn solche Konstrukte groß genug werden, müssen sie verstaatlicht werden? Also, wir haben uns damit wirklich auch beschäftigt, weil das eine superschwere Frage ist. Natürlich kann man jetzt nicht, also da ist ja auch Intellectual Property, also da ist ja wirklich Ja, das hat ja jemand aufgebaut und finanziert und das war nicht in der Maske, aber der hat es von den Leuten gekauft, also von den Aktionären. Genau. Wir haben das aber schon auch als Gesellschaften irgendwie ein Stück weit nicht so richtig mitgekriegt, glaube ich, und geschehen lassen. Also da bin ich auch nicht alleine mit das sozusagen und haben uns irgendwie ausgeruht, alle miteinander darauf, dass das ja umsonst ist und nicht verstanden, das Business-Modell ist die Datensammlung und eben jetzt inzwischen natürlich auch eine gewisse Form der Beeinflussung und was man damit alles machen kann. Wir haben ein dickes Kapitel dazu, wie man in sozialen Medien manipulieren kann, wie man öffentliche Debatten beeinflussen kann, Politisierung, Polarisierung und so weiter und so fort. Und wir sagen, wir haben auch keine Patentlösung, aber nicht mal, also wir sagen was sehr Naives. Wir sagen erstens, es müssen härtere und bessere Regeln gelten auf diesen Plattformen und da haben wir als Gesellschaften ein Recht drauf, da stärker einzusteigen auf der einen Seite. Ich meine, das NetzDG und so, wir haben ja eine Gesetzgebung, die zum Beispiel Hass und so was auf Twitter eigentlich verbietet und deren Umsetzung ist absolut lächerlich schlecht. Ja, ein riesiges Rechtsumsetzungsdefizit gibt es da. Das ist das eine, dass man das mal angeht und das Zweite ist, wir sagen, man sollte darüber nachdenken, wir sind da sehr vorsichtig in der Formulierung, Alternativen dazu aufzubauen, die nicht einem Menschen gehören, sondern die gegebenenfalls und die auch nicht staatlich sind, sondern die beispielsweise über eine, also ich weiß nicht, wir haben das formuliert, über eine öffentlich finanzierte oder staatliche Stiftungsstruktur. Ja. Und ich weiß, da kommt sofort der Naivitätsvorwurf, das ist ja total, ich wollte es dir unterstellen, aber das ist das, was man dann sofort hört, ihr habt sie ja nicht alle, ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass man so eine Art Alternativ-Twitter aufbauen kann, das funktioniert nicht, aber nicht mal darüber nachzudenken und einfach zu sagen, okay, wir lehnen uns zurück und überlassen das jetzt eben eine Handvoll einzelner Akteure und Milliardäre, die dann irgendwie Cage-Fight-Fantasien ausleben, finde ich, ist auch keine gute Antwort. Ja. Es ist nur so oft, also ich habe deswegen vielleicht ein bisschen gelächelt, weil auch da sich die Geschichte natürlich wiederholt, ja, das erste Mal, als das debattiert wurde, in auch nur Grupp der Sphäre, war halt, als das Internet plötzlich da war, dass ja eigentlich ein Rüstung, das Projekt aus einer Waffen, aus einem Waffen-Think-Tank ist und soweit ich informiert bin, ich könnte mich irren, aber immer eigentlich noch dem amerikanischen Staat gehört, so als Basistechnologie, ja, da werden ganz viele internationale Gremien drüber geschaltet, aber wenn man mal buddelt, das Internet ist ein, gehört den USA, ja, und auch da hatte man schon überlegt, warum gibt es ein Dessert, oh Gott, das ist mein Lieblest Dessert, Lemon Meringue, geil, wie kommen wir nur auf dieses Dessert, oh, habe ich das auch mal eben gesagt, nein, nein, ich wollte eigentlich kein Dessert, aber das sieht ja wirklich toll aus, mega geil, ich würde einen Löffel doch probieren, ich würde einen Löffel doch probieren, also hier sind so kleine Löffelchen, wow, das macht mich jetzt richtig glücklich, ich dachte mir, es ist Zeit dafür, ja, das ist toll, oh, die sind auch noch richtig gut, ja, okay, jetzt muss ich doch probieren, was sind das für kleine Löffel hier, die sind süß, die hat es ja auch mitgebracht, das ist ein seltsames Material, ein Muttlöffelchen, Eierlöffel, noch kleiner, mhm, 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 also wir hören jetzt mal eben schnell für eine Viertelstunde auf, ich werde nicht vergessen, wo wir waren, und genießen diese, mhm, mhm, grüßen unseren Hörer David Lukas, der immer alle, mhm, mega geil, oder, muss jetzt alle neidisch sein, dokumentiert, mhm, mhm, richtig toll, bin ja nicht so der Desserttyp, aber, oh, köchlich, schweinegeil, schrecklich, haben sie schweinegeil gerade gesagt, mhm, was meintest du, Jochen, wo waren wir gerade, ähm, beim Internet, ne, also ich fasse mal kürzer zusammen, diese Debatte gab es eigentlich jedes Mal, als das Internet an sich kam, dann die Suchmaschinen, jedes Mal hat wieder jemand gesagt, müssen wir nicht eine europäische Suchmaschine haben, die, wie auch immer konstruiert, sozusagen entwickelt wird, damit wir da unabhängig werden, das besser steuern können, das ist halt nicht ein einziges Mal, ich kann mich jetzt nicht erinnern, weil es jemals funktioniert hätte. Vielleicht ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Ausnahme, ein Konstrukt, das sozusagen ins Leben gerufen wurde, wo ein Land, ein Staat, Staaten, es gibt es ja weltweit öfter, gesagt haben, wir wollen ein Medium finanzieren, das dann auch wirklich Menschen lieben, das darf man ja sagen, aber sonst ist es eigentlich immer schiefgegangen. Mir ist alles völlig egal. ist das gut. Christoph lächelt, Christoph lächelt selig. Ja, ich freue mich, dass es Ihnen schmeckt. Das ist so lecker. Das ist fürchterlich. Ja. 5000 Kalorien natürlich. Wir können auch den Rest der Sendung ins Mikrofon seufzen, weil ich probiere auch noch mal einen. Ja, das ist richtig. Es ist richtig und deprimierend. Wir haben Sie bestochen mit Dessert, damit Sie das jetzt sagen. Das hat wirklich, wirklich gut funktioniert. Ich sage ja auch, wir haben da auch keine gute Antwort drauf, können wir auch nicht. Es ist auch wirklich kompliziert, es gibt ja auch Gründe, warum das nicht entstanden ist. Ich finde nur einfach, einzelne Personen dürfen nicht diese Art von infrastruktureller Macht haben. Haben sie aber. Ja. Und dann muss man da irgendwie ran. Geht aber nicht, weil es wäre ja, man kann ja nicht Ihnen, also es ist ja wirklich, man rüttelt ja an den Grundfesten. Das heißt ja nicht, dass man Ihnen das wegnimmt. So, als würde man in Berlin Wohnungskonzerne enteignen wollen. Nein, ich finde. Also Kommunismus. Also erstens wird natürlich, darüber schon auch diskutiert, dass es da noch in Anführungszeichen was drunter gibt, unterhalb der Enteignung. Aber vor allem geht es darum, dass man schon, wie ich finde, sehr zu Recht sagen kann, dass zumindest mal geltendes Recht beachtet werden sollte. Und ich habe jetzt gerade, ich darf das jetzt mal eben hinwerfen, als ein ganz aktuelles Beispiel gerade, was, also es gibt ja sehr viel Schwachsinn, der über mich da draußen rumgeistert. Jetzt muss ich sagen, darüber müssen wir noch reden. Darüber reden wir auch noch. Aber ich fange jetzt mal proaktiv an, darüber zu sprechen. Es gibt sehr viel Spaß, in der irgendwelche halb falschen Zitate und halbierte Zitate aus dem Kontext gerissen oder halt auch wirklich einfach falsches Zeug. Und der bisherige, traurige Höhepunkt war, dass ein genuiner Fake, und man kann ja, und dann gibt es auch ganz viel Hass natürlich, das muss man auch einfach mal sagen. Also wo mir Leute den Tod wünschen oder mich, was weiß ich, falls das mal meine Kinder hören sollten, gehe ich jetzt nicht ins Detail, aber jedenfalls nicht so schöne Sachen sagen. Die erreichen Sie auch direkt, die Nachrichten? Oder eben jetzt eigentlich? Ja, auf Twitter stehen hier für alle zum Lesen. Und in den anderen, ich lese das nicht, aber ich schalte das alles stumm und blockt weg und so. Aber mir werden natürlich auch Sachen zugeschickt und natürlich, also gucken auch. Hast du nicht gesehen? Gucken, ja, sowas sollte man nie machen. Liebe Grüße. Nee, don't do it. Don't do it. Aber es schauen auch andere Leute da drauf und gucken, was das bedeutet. Ja, wobei weniger, als man denken sollte. Also eine richtige Infrastruktur habe ich und haben wir da natürlich nicht. Aber wenn es ganz schlimm ist, dann sind das ja auch Dinge, wo sozusagen bestimmte Organe des Verfassungsschutzes hier und da mal einen Blick drauf her. Und es ist so, dass, das sind die zwei Sachen, also absolut falsches Zeug und absolut bedrohliches Zeug sozusagen. Und das passiert, ich nehme jetzt mal nur als Beispiel Twitter. Und gerade ein ganz konkretes Beispiel, da wurde, gibt es ein Fake, das ich gesagt hätte, also ein Bild von mir. Ein Meme? Nee, das ist ein Foto von NTV, war das, glaube ich, ein Interview im Herbst 2020 und ich habe leider ein saugutes Gedächtnis. Ich erinnere mich quasi an jedes Interview, das ich je gegeben habe. Das ist ein bisschen Fluch, aber manchmal hat es auch Vorteile. Und da ging es um den zweiten Lockdown und da habe ich gesagt, die Maßnahmen sind fürchterlich, aber ethisch gerechtfertigt oder irgendwie sowas. Und da wurde eine Schlagzeile draus, Maßnahmen sind ethisch gerechtfertigt. Und da hat jemand ein Fake gemacht, Streubomben sind ethisch gerechtfertigt, mit Bild und allem und das ist auf Twitter rumgegangen. Und um das mal zu, da musste ein bekannter, teurer Anwalt, der sich mit äußerungsrechtlichen Fragen intensiv beschäftigt, sehr knackig werden, damit Twitter das löscht. Das ist super aufwendig und kostet richtig Geld. Das kann in Anfang, also ich als Privatperson könnte das gar nicht machen. Das war in diesem Fall, ist der Ethikrate eingeschritten. Und in vielen Fällen mache ich das gar nicht oder meldet man dann das halt, aber da passiert dann nichts und so. Das ist irre. Das geht einfach nicht. Das ist absolut irre. Und das ist nur das Beispiel Desinformation und Fake News. Dann gibt es eben auch noch die absolut grässlichen Hass- und Bedrohungsgeschichten. Und auch da ist das so, das interessiert Twitter natürlich auch nicht, die Bohne. Und jetzt rede ich ja noch aus einer privilegierten Position. Da gibt es einen Ethikrat, da gibt es eine Geschäftsstelle. Ich bin jemand, der man das glaubt. Ja, der man auch glaubt, wenn die sagt, übrigens das ist jetzt nicht so nett, könnt ihr da mal drauf gucken. Aber vielen Menschen passiert ja sowas ständig und alltäglich und die ganze Zeit. auf diesen Plattformen und es passiert zero, nix, nada. Und bei aller Liebe, aber das finde ich absolut skandalös. Also ich finde, dass die Plattformen sich ein geltendes Recht zu halten haben, finde ich, ist mal ein Anfang. Und das große Problem ist ja, dass die immer sagen können, ja, aber wir sind ja nicht wie Verlage und so. Wir sind ja, wir sind ja, wir stellen ja hier nur den Ort zur Verfügung. die Infrastruktur. Genau. Aber dazu eine Nachfrage. Das ist ja jetzt nicht, ich glaube, Elon Musk hat so ein PR-Problem, weil er natürlich sehr visibel ist, das glaube ich auch will, offensichtlich, ja. Gibt andere, die auch visibel sind. Gibt es noch so eine Torte eigentlich? Sie können, also wenn es Ihnen nichts ausmacht, ich habe noch drei Viertel übrig. Ich würde dann... Also eine ganze? Eine ganze schaffe ich, glaube ich. Ich könnte ein Stück von seiner... Nee, also gerne, wirklich, ich freue mich, wirklich. Es wäre mir eine Ehre, wenn Sie meine Torte essen. Sonst haben wir auch noch eine. Es ist so schrecklich gut. Essen Sie frei heraus die Torte weiter. Ich freue mich auf Jason Turovsky. Selten haben Sie, also es gab schon große Freude über das Essen, aber schon lange nicht mehr so große Freude. Das ist natürlich gut. Was wolltest du eigentlich noch sagen zu Elon Musk? Naja, vielleicht fokussiert man sich zu stark auf den. Da gibt es ja noch Facebook und auch Google ist natürlich in einer anderen Sphäre, aber auch da gab es ja immer schon mal in der Historie Sachen, wo man sich darüber stritt, ist Google eigentlich für das Internet verantwortlich? Müssen die eigentlich Sachen aus ihrem Index löschen oder nicht? Das wurde dann irgendwann in Europa so oder so geregelt. Aber es ist ja nicht der einzige Fall. Deswegen, ich finde Twitter, hat gerade sehr viel Aufmerksamkeit, aber das Problem ist ja viel größer. Und was Sie gerade beschreiben, versuch mal was irgendwo wegzukriegen. Wir haben übrigens viele Gäste, Gästinnen, die das berichten. Zum Beispiel Renate Künast, kann ich mich erinnern, die ja auch sozusagen einen Sieg errungen hat. Heißt aber nicht, dass Facebook weltweit jetzt sofort dem nachgekommen wäre, sondern die haben es dann in Deutschland erstmal gemacht. Man muss schon sehr viel Mühe darauf haben. Und auch Geld haben. Und auch Geld haben. Darf ich noch was Kompliziertes sagen? Ja, bitte. Dann hat man ja auch noch das Problem der Abgrenzung. Wo, also ich, sowas ist, deswegen habe ich diesen ganz offensichtlichen Fake genommen. Aber wo beginnt das? Wo, da berührt sich ja Meinungsfreiheit, die uns allen total wichtig ist, mit eben dem Schutz derjenigen, die da sozusagen von den Dingen verfälscht werden. und die Abgrenzung ist ja an sich auch noch wahnsinnig schwierig. Also da führt man zurecht, finde ich, sehr, sehr komplizierte Diskussionen. Mein Punkt ist zu sagen, es würde schon helfen, die krassesten Beispiele, über die niemand streitet, die kein Graubereich sind, ja, sondern wo offenkundig ist, das geht wirklich nicht, wenn man die mal anginge. Und ich höre das, Elon Musk als Einzelperson ist im Moment super sichtbar und findet das offensichtlich irgendwie geil und dass wir alle zugucken, wie er das Ding vor die Wand fährt. Keine Ahnung, warum. Aber es gibt auch noch andere Akteure, wobei auch da häufig einzelne Personen, das ist ja die Struktur dieser Unternehmen, die ist ja offensichtlich irgendwie, das ist ja amerikanisch geprägt. Aber das stimmt natürlich. Es gibt noch andere Räume, aber das heißt ja nicht, dass wir diese Diskussion nicht mehr führen sollten. Und vor allem möchte ich das nochmal, und ich will jetzt hier nicht zu sehr drauf rumreiten, aber ich möchte das nochmal einordnen in der Bedeutung, die das Ganze für uns als demokratische Gesellschaften hat. Wenn Bürgerinnen und Bürger immer wieder die Erfahrung machen, du stehst mit deinem Auto 20 Zentimeter über der Parklücke und kriegst sofort ein Ticket und zahlst Geld, aber in jeder Telegram-Gruppe und auf Twitter kann dir jeder den Tod wünschen und es passiert gar nichts und kann dich wüst beschimpfen, kann deine Reputation angreifen und Lügen über dich verbreiten und da passiert nichts. Das ist ein Problem für unser Vertrauen in den funktionierenden Rechtsstaat und in die Mechanismen, die mich als Bürgerin und dich als Bürger schützen und das ist nicht ungefährlich, weil dann entsteht so eine Entfremdung, dass man denkt, da kann man sowieso nichts machen und das ist halt so und dann muss man das akzeptieren und immer mehr Ärger darüber, dass an anderer Stelle etwas von mir verlangt wird. Das Missverhältnis, das müssen wir sehr, sehr ernst nehmen. Wo ich vor der Torte hin wollte, war eigentlich was anderes. Also essen Sie weiter, weil dann kann ich so ein bisschen erklärend ausdehnen und die Zeit überbrücken, werden Sie diese Torte rein. Ist die schon wieder leer? Ja, bin ich schon wieder weg. Okay, Respekt, Respekt. Haben wir noch eine dritte Das ist wirklich tausend Kalorien. Es ist so lecker. Es gibt Beispiele, mir fällt ein aktuelles ein, das mich persönlich ziemlich schmerzt. Es gibt nämlich eine Twitter-Alternative, die heißt Threads. Hat vielleicht jeder schon mitbekommen, ich sage es trotzdem nochmal, Facebook hat sich den Spaß erlaubt, auf der Basis sozusagen seiner Instagram-Nutzerschaft einfach so eine Art besseres Twitter zu bauen. Ich sage das ganz bewusst, weil ich es selber richtig toll finde. Unter anderem finde ich Threads, dass es in Deutschland offiziell noch nicht gibt, deswegen so toll, weil es wirklich so eine, diese etwas freundlichere Atmosphäre von Instagram auf so eine Art Twitter rüber rettet, nämlich das und ich fand es sofort sympathisch. Es ist gut gedesignet, es ist relativ durchdacht. Gibt es das? Ich habe versucht, mir das runterzuladen in Deutschland darf man es offiziell noch nicht. Ohne jetzt in die Details zu gehen, es gab eine wilde Phase, wo man, wenn man wusste, wie, konnte man das machen und es war ganz toll. Und dann haben sie auch dieses Schlupfloch insofern gestopft, als jemand, der visible, doch irgendwie offensichtlich aus Deutschland zugreift, jetzt da nichts mehr machen kann. Also man kann da nicht mehr richtig aktiv sein. Und der Grund scheint ja zu sein, dass man so überhaupt keine Lust hat auf diese blöde europäische Regulierung und sich jetzt diese Mühe nicht machen. Ja, ja, das ist, glaube ich, auch so gesagt. Ja, ja, und das ist dann sozusagen die Kehrseite dieser Geschichte, dass wir, das wollte ich nur auch mal sagen, dass wir auf richtig tolle neue Sachen vielleicht immer weniger Zugriff haben werden, weil sie leider an Orten entwickelt werden, wo unsere Gesetzgebung nicht greift. Und niemand mehr Lust hat mit diesen Europäern, die ethisch natürlich weit überlegen sind. Dasselbe befürchtet man bei KI, Klammer auf Klammer zu, irgendwas zu tun zu haben. Und das ist schon auch blöd. Ich sage das jetzt nur als Nutzer. Ich finde es auch dann irgendwie doof. Also das höre ich, aber da ist die Ethikerin echt nicht die richtige Adressatin, weil ich kann jetzt nicht sagen, also okay, dann lassen wir unsere ethischen Standards alle in die Tonne hauen. Räumen den Kant doch mal weg. Ja, ey, come on. Also utilitaristisch gesprochen. Und ich bin da ja durchaus schon für Minimalstandards, ja, also was KI anbelangt zum Beispiel, votiere ich, wann immer ich kann, wann immer ich in politischen Kontexten unterwegs bin. Also ich finde auch, dass die DSGVO total übergriffig ist in vielerlei Hinsicht und dass wir sozusagen den Fehler nicht begehen dürfen. Was das an Quatschproblemen verursacht in Deutschland? Vor allem wie wir sie auslegen. Wenn man irgendwas mit dem Digitalkram macht, DSGVO ist ganz toll. Ich liebe es, der Geist ist richtig, aber was da hinten reguliert wurde, ist wirklich schwach. Das ist noch ein ganzes riesiges anderes Thema. Ich wollte noch ganz kurz auf was anderes hinaus. Wir dürfen jetzt natürlich nicht den Fehler machen, fünf sozusagen Regulierungen übereinander zu pflastern, weil sehr viel steht ja schon in der DSGVO und es gibt ganz viel Regulierung und Gesetzgebung, die auch schon bestimmte Dinge von KI erfasst. Da muss man das Rad nicht neu erfinden. Also man darf jetzt nicht so... Wofür steht die Abkürzung nochmal? Können wir das einmal kurz vor? Datenschutzgrundverordnung. Das ist das große europäische Regelwerk, das inzwischen international übrigens recht positiv besprochen wird, allerdings natürlich nicht, wie es in Deutschland umgesetzt wird. Unsere Auslegungspraxis ist da wirklich sehr problematisch, habe ich auch schon öffentlich gesagt. Ganz kurz noch den Satz zu Ende. Also, dass man das maßvoll regulieren sollte, da bin ich auch dabei und ich gehe auch noch, selbst als Ethikerin, die sozusagen über ethische Standards nachdenkt, so weit zu sagen, wir sollten gucken, dass was KI anbelangt, sich die Demokratien zusammenraufen. Es hat Nick Kleck, die Nummer zwei von Meta, mal auch, als sie diese ganzen Touren gemacht haben und hier irgendwie, wie man so schön sagt, Stakeholder Gespräche geführt haben, da war ich auch immer dabei. Wenn sie da auch immer gefragt haben. Lass uns mal mit der Chefin von diesen deutschen Ethikraten reden. Wir hatten ja auch gerade die Stellungnahme draußen. Und der sagt, ganz klar, der sagt, naja, USA, Europa plus UK und vielleicht auch Indien sollten mal schnellstens zusammenkommen und eben ein paar Minimalstandards auseinandersetzen, also einfach entwickeln gemeinsam, um zumindest die irgendwie festzulegen, was KI-Nutzung und Anwendungen. Und da könnte dann so was Irres drinstehen, wie zum Beispiel möglichst keine unkontrollierbare Killer-KI entwickeln, um nochmal wieder ein bisschen zynisch zu werden mit Blick auf das, was ich vor einer halben Stunde oder Stunde besprochen habe. Und sowas finde ich, da bin ich, da komme ich nicht her und sage, jetzt müssen wir den Kant hier rauf und runter dran abarbeiten und hier sozusagen also die Standards dann wiederum möglichst hochziehen. Oder sage ich, es mir lieber, wir fangen mal damit, wenigstens Minimalstandards, aber die Demokratien zusammen. Denn eigentlich ist natürlich besonders bedrohlich und das ist auch ein Argument, das man immer wieder hört, es wird Systeme geben in der Welt, es wird Gegenden geben, die werden maliziös KI nutzen wollen. Und da muss man sich natürlich rüsten. Also bösartig, mit bösen Absichten. Und da muss man sich klar machen, dass das kommt. Also ich bin da nicht so blauäugig. Aber die Ethikerin wird nie diejenige sein, die sagt, ach, jetzt wandern alle ab. Ja gut, dann machen wir keine Ethik mehr. Dann machen wir das wie in China. Entschuldigung, dass ich da so platt bin. Das werde ich nie sagen. Ich werde immer das Gegenteil sagen. Ich werde sagen, Ethics made in Europe oder Ethics made in Germany, wenn sie gut gemacht ist und nicht total übertrieben und fein ziseliert und sozusagen sagen wir mal deutsch bürokratisch, sondern wenn es einfach gute, aber schon knackige Standards sind, kann auch ein Innovationsvorteil sein. Ja, also gut kuratierte, sicher, sicher gewonnene, saubere, sichere Datensätze und Verschlüsselungstechnologien sind auch ein Exportschlager. Ja, und die DSGVO an sich, die USA ringen darum, mit uns ein ordentliches Abkommen zu kriegen. Jetzt ist gerade wieder die nächste Version draußen. Das ist ja eine Never-Ending-Story, um mit uns Daten auszutauschen und da irgendwie wieder unter so ein gemeinsames Dach zu kommen und so. Also die Ethikerin wird nie diejenige sein, die sagt, ach komm, ey, Menschenrecht und irgendwie unsere ethischen Grundstandards, lass uns die mal vergessen, weil das machen die anderen auch nicht. Das finde ich, ist auch ein schlechtes Argument, wo ich dabei bin, ist zu sagen, in der Vergangenheit, oh, jetzt sage ich was ganz Kontroverses. Was in der Vergangenheit sehr häufig passiert ist, ist, dass ethische Standards verrechtlicht wurden. Und wenn die juristischen Kolleginnen und Kollegen sich da dran machen, dann kommt es natürlich manchmal dazu, dass da durchaus vielleicht auch sehr gute oder gut gemeinte Regulierung entsteht. Das hat mir auch, haben mir auch Juristinnen und Juristen so gesagt, das habe ich mir nicht selber ausgedacht. Aber die Auslegung in der Praxis nicht unbedingt getragen ist, sozusagen von so einem Gesamtverständnis innerhalb einer bestimmten Rechtslogik, sondern dann sehr, sehr streng und vorsichtig. Hast du gerade gesagt, Gerichte sind doof? Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber was ich damit meine, ich führe es lieber aus, bevor da irgendjemand was denkt, was ich nicht gesagt habe. Wir haben Datenschutzregeln, die zum Teil besser sind als ihr Ruf, die aber extrem zurückhaltend und vorsichtig und risikoavers ausgelegt werden. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Und umgesetzt werden. Und das liegt daran, das hat mir mal zum Beispiel jemand, ich sage jetzt extra nur jemand, von meinem Lieblingsgremium, nämlich dem Normenkontrollrat, gesagt. Und diese Person kennt sich weiß Gott aus. Das ist also ein Gremium, das ist eigentlich dafür zuständig, zu kontrollieren, wie sozusagen Gesetze in der Praxis wirken und wie man da Bürokratie und Dysfunktion und sowas abbauen kann. Klingt total sexy. Total geil. Kennt kaum jemand, leider viel zu wenige und beschwert sich selber zu nachvollziehbarer Weise das Gremium, dass überhaupt keine Zeit ist, dass die das überhaupt noch schaffen können und machen können. Aber diese Person, auch selbst Jurist in, ich bin echt vorsichtig jetzt, hat mir gesagt, schau, da werden dann bestimmte, auch datenschutzrechtliche Regelungen von den tollsten Juristinnen und Juristen entwickelt, die das gesamte datenschutzrechtliche System voll vor Augen haben und genau sehen, wie das schön alles ineinander greift. Aber der oder die Juristin im sechsten Glied irgendwo in einem Unternehmen oder in irgendeinem Krankenhaus legt das dann halt nicht sozusagen günstig, möglichst günstig und möglichst offen und ermöglicht und mutig aus, sondern möglichst, soweit wäre ich jetzt nicht gegangen, aber ich sage mal, möglichst vorsichtig, möglichst restriktiv, möglichst ja nicht falsch. Damit diese Juristin oder der Jurist in diesem Unternehmen selber auch abgesichert ist. Ich kriege ganz viel Ärger, wenn ich sage, dass es auch Datenschutzbeauftragte gibt in den Ländern, die echt ganz schön kompliziert auslegen. Ich sage jetzt lieber nichts, ich habe schon so viel Ärger beim Datenschutzthema. Ach, ich habe es ja auch schon gesagt. Also wo man auch denkt, also ja, das ist jetzt schon kompliziert. Und das ist aber nicht etwas, was die Ethikerin einfordert. Im Gegenteil, ich bin sehr sichtbar öffentlich vertreten mit Positionen, die gegen diese restriktive Datennutzungs- und Datenschutz-Auslegungskultur argumentieren. Dafür habe ich ordentlich Lack gekriegt, weil es nämlich aus ethischer Perspektive immer beides zu berücksichtigen gibt. Auf der einen Seite die Notwendigkeit, mit Daten sorgsam sicher umzugehen. Datenschutz schützt ja nicht Daten, sondern die informationelle Selbstbestimmung. und die ist ein Grundrecht, also wichtig. Ja, man schützt ja nicht die Daten um der Datenwillen, sondern um der Interessen derjenigen, von denen diese Daten stammen oder auf die diese Daten eventuell Effekte haben können. Auf der einen Seite, aber die Ethikerin muss immer mitdenken, auf der anderen Seite steht ja die anvisierte Datennutzung. Und die hat ja meistens Ziele und die sind oft, aber nicht immer, aber oft auch sehr positiv. Und wenn wir das nicht machen, verlieren wir das. Und das ist besonders eklatant in der Medizin, wo um jedes Krankenhaus und jede Uniklinik ein Friedhof nicht gemachter, wirklich sinnvoller Forschungsprojekte ist, die an irgendwelchen Auslegungen von echten oder auch nur vorgestellten Datenschutzhemmnissen gescheitert sind. Wo Patientennutzen verloren gegangen ist und wo, also da können wir jetzt stundenlang drüber reden. Und das ist eine ethische Argumentation, dieses Beides sich anzuschauen, die aus meiner Sicht durchaus bei der Regulierung, wenn ich das rechtlich fasse, also das ist natürlich oft mitgedacht, aber manchmal frage ich mich, ob es genug mitgedacht ist. Und manchmal frage ich mich, insbesondere in der Auslegung der Regulierung, denke ich natürlich dann, wenn ich im sechsten Glied das Zeug auslege, lieber, ich will hier ja nichts falsch machen, bloß nicht diese Risiken, die da irgendwie ganz entfernt eintreten könnten, bloß dafür sorgen, dass die nicht eintreten und vergesse gleichzeitig, was ich verliere, wenn ich das Ding verbiete oder nicht zulasse. Und das ist unser Problem in der Datennutzung. Ich würde gerne noch über ein anderes ethisches Thema reden. Gott, diese Torte hatte ich irgendwie ein bisschen aufgeregt. Weil ich da im Sommer so drüber nachgedacht habe. Und zwar gab es ja da so zwei Meldungen parallel quasi aus England und Israel, dass zwei konkurrierende Arbeitsgruppen bekannt gegeben haben, sie hätten aus Stammzellen künstliche Embryonen gezüchtet. Ja, das stimmt. So Modelle, ne? Ja, genau. Ich habe da ein, zwei Sachen öffentlich auch zugesagt und habe immer die Formulierung verwendet. Oh Gott. Das ist ja auch schon das zweite Glas Wein. Jetzt muss man ein bisschen nachdenken. Das ist aber sehr guter tschechischer Wein. Wirklich gut. Das sind, also die einen sagen Modelle, ich würde sagen Strukturen, Embryo-ähnliche, Embryo-like, genau. Embryo-ähnliche Strukturen menschlichen Ursprungs. Es sind keine Embryonen. Das ist wichtig. Allerdings habe ich auch schon gesagt, es gibt ein sehr ausführliches Interview dazu, dass es jedenfalls nicht ausgeschlossen ist, dass die Forschung sich so weiterentwickelt, dass wir immer näher heranrücken. Also die Embryologen, mit denen ich darüber gesprochen habe, sagen mir, es ist eigentlich unmöglich, dass du wirklich, weil da fehlen noch so alle möglichen, da bin ich auch selber raus. Also das ist so ein Spezialgebiet. Aber es ist eigentlich unmöglich, dass du sozusagen wirklich aus so künstlich geschaffenen, über reprogrammierte, induzierte Stammzellen, also das ist ja sozusagen du, IPS-Zellen, Entschuldigung, reprogrammierte Zellen, also du nimmst eine Hautzelle oder so und programmierst die wieder zurück, so ein bisschen in den Urzustand, wenn ich das mal so platt sagen darf. Also kann alles wieder draus werden, auch Keimzellen, also Samenzelle und Eizelle. Und die bringst du dann zusammen und daraus entsteht dann Embryo. Und da sagen mir die Embryologen, ja, das ist nicht ganz so einfach, da fehlen noch Sachen, da hat man dies und jenes nicht bedacht. Aber prinzipiell ist das nicht ausgeschlossen. Sodass, und das ist, finde ich, eine Ironie des Schicksals, wir hier ein ganz irres Beispiel haben, wir haben Forschungsverbote in Deutschland und nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern, auch weltweit, dass man an humanembryonalen Stammzellen entweder nicht forschen darf oder jedenfalls an Embryonen nicht forschen darf oder sie jedenfalls nicht schaffen darf für die Forschung. Das sind unterschiedliche Verbote in unterschiedlichen Ländern. Und Deutschland ist besonders restriktiv. Und was passiert ist, ist, dass die Forscherinnen und Forscher hergegangen sind und gesagt haben, gut, dann versuchen wir jetzt, ethisch und rechtlich weniger komplizierte Umgehungswege zu schaffen, haben sich auf die reprogrammierten Zellen geschmissen. und jetzt stehen wir 20, 30 Jahre später vor der Herausforderung, dass da auf einmal irgendwelche Entitäten geschaffen werden, bei denen wir sagen, verdammt, was haben die denn jetzt für moralischen Status? Im Moment haben die gar keinen moralischen Status, also es ist auch nicht erfasst von der Gesetzgebung, aber wenn die näher in Richtung dann tatsächlich... Ab wann ist ein Mensch ein Mensch? Ja, ab wann ist ein Embryo ein Embryo? Und ist das ein anderer Embryo, wenn er nicht auf der sozusagen in der traditionellen, nicht mal in der traditionell künstlichen, sondern nochmal einer neuen künstlichen Art und Weise geschaffen wird oder nicht? Und das ringt derjenigen, die diese Forschungsverbote als ganz junge Studentin immer schon so ein bisschen übertrieben fand tatsächlich. Sie. Ringt ihr ein gewisses, sagen wir mal, ein gewisses... Ja, nee, eigentlich ist es natürlich überhaupt nicht lustig, aber es ist wirklich ironisch, weil du kannst... Das heißt also im Grunde genommen, wenn ich es richtig verstehe, hat man mit einem Forschungsverbot zu bestimmten Aspekten die Möglichkeit gegeben, dass sich die Energie und Kreativität von Forscherinnen und Forschern ein paar Zentimeter daneben bewegt hat und dann so... Dann ist es noch komplizierter. Ach so. Das ist das, was passiert ist. Und es ist nicht erfasst. Also es ist auch nicht... Es sind keinerweise verboten. Und das ist ironisch. Und ich finde das ein sehr, sehr sprechendes Beispiel dafür, dass du mit so richtig harten Forschungsverboten meistens nicht intendierte Effekte einfährst. Interessant. Ich finde das also... Ich finde es auch wirklich irre. Also es ist auch einfach eine... Jetzt mal als Medizinerin gesprochen, natürlich eine total geile Forschung. Ja, es ist wirklich, was da weitergegangen ist. Aber natürlich gruselt es einen. Ja, da werden jetzt irgendwelche... Also das ist schon... Und noch sagen die alle natürlich, sowohl das israelische als auch das britische Team, die sagen natürlich, wir wollen da nur den Anfang der menschlichen Embryonalentwicklung erforschen. Wir wollen feststellen, warum kommt es zu Fehlgeburten, warum kommt es zu bestimmten genetischen Erkrankungen und so weiter und so fort. Kann ja auch alles stimmen. Aber die genau gleiche Technologie ließe sich, wenn sie dann funktioniert, natürlich, wenn du dann wirklich mal so weit wärst, mit ganz viel Konjunktiv, also bitte nicht missverstehen, dass daraus tatsächlich menschliche Embryonen entstehen, die per Definition entwicklungsfähig sein müssen. Das gehört nämlich zum Beispiel in Deutschland, glaube ich, sogar im Gesetz zur Definition eines menschlichen Embryos dazu. Wenn die das wären, dann könnte daraus ja rein theoretisch ein Mensch entstehen. Ja, und dann sitzt du da mit Herausforderungen, die vielleicht wirklich von denjenigen, die damals diese sehr restriktiven Regeln gemacht haben, nicht mitbedacht wurden. Naja, aber was heißt es im Kehrschluss? Hätte man die Regeln weniger restriktiv gemacht, wäre das nicht passiert und man hätte dafür Experimente mit echten Embryonen noch viel weiter getrieben? Das ist eine ganz interessante Frage. Also ich glaube, das mit dem Weitergetrieben ist nicht passiert, denn es gibt ja Beispiele für, beispielsweise in England, für etwas wenig, ich plädiere übrigens nicht dafür, das nicht restriktiv zu handhaben, nur etwas weniger restriktiv. Und die Briten zum Beispiel, da gibt es so ein bisschen das Klischee, da dürfte man alles, das stimmt überhaupt nicht. Die haben eine sehr, sehr eng begrenzte Zulässigkeit von Forschung an frühen Embryonen, die super stark überwacht ist. Also wirklich jede einzelne, da gibt es eine eigene Institution, die das überwacht, die HFVA, die Human Embryology and Fertilization Agency. Das müsst ihr eigentlich wissen, aber das zweite Glas Wein. Sagen Sie es auf Tschechien vielleicht. Ich sage die Abkürzung, HFVA, kann jeder googeln. Also die machen das schon ziemlich gut, das gilt auch so als der Goldstandard der wirklich guten, gut überwachten, eng begrenzt zulässigen Forschung. Die haben zum Beispiel einfach gesagt, wir lassen das zu bis zu dem Zeitpunkt, wo in der Natur sicher die Einlistung abgeschlossen wäre und so die aller, allerersten Organstrukturen wenn überhaupt dann entstehen. So der 14. Tag. Und das ist jetzt, also da gibt es jetzt auch eine Diskussion, ob man diesen Zeitraum noch mal ein bisschen erweitert, weil die Entwicklungsfähigkeit außerhalb in der Petrischale sozusagen sich verlängert. Aber das wird ganz sorgfältig und vorsichtig und seit Jahren diskutiert. Also da gibt es überhaupt keine Dammbrüche oder so, dass die da irgendwie wildeste Sachen an Embryonen machen würden. Allerdings will ich zugeben, dass diese Frage deswegen extrem gut ist und sehr, sehr scharfsinnig, weil wo kommt das Team her, dass diese Nummer jetzt erforscht hat? Das ist Cambridge. Es hat die Briten auch nicht davon abgehalten, das zu machen. Das liegt natürlich daran, dass die die besten Embryonenforscher sind. Das können die Gruppen bei uns in Deutschland zum Teil gar nicht mehr, weil diese Technologien in Deutschland gar nicht anwenden und entwickeln konnten. Und habe ich das geträumt oder gibt es nicht auch so eine Art Grenzverkehr der Embryonen? Also man darf bestimmte Sachen lokal. Nein, Embryonen nicht. Embryonale Stammzellen. Stammzellen. Es gibt einen Grenzverkehr von bestimmten Sachen, die man im einen Land nicht machen darf, aber man darf sie dann im anderen Land dafür importieren und so weiter. Also da gibt es auch interessante, ethisch interessante Dinge. Ja, wir sind jetzt in absoluten Stammdebatten übrigens meines Faches. Das ist das, weshalb der Nationale Ethikrat unter anderem, glaube ich, eingerichtet, also sagen viele, wurde deswegen eingerichtet, als es um diese ganzen Stammzellforschung, Forschung an frühen Embryonen ging. Also das ist wirklich richtig oldschool Medizinethik und Biomedizinethik. Und das ist richtig. Ich bin deswegen sofort rein, weil auf gar keinen Fall der Eindruck entstehen darf, dass es da Grenzverkehr mit Embryonen gibt. Embryonenforschung ist in Deutschland komplett verboten. Aber es gibt das Stammzellgesetz, das regelt, ich glaube, die erste Version stammt aus Schlag mich tot 2001 und die letzte, oder nee, 2007 und dann nochmal eine Novelle, 2011 oder 2017. Ey, ich komme mit den Zahlen heute durcheinander. Schrecklich. Oh Gott, wann war das? Oder 2012? Ich verwechsel das auch gerade. Wir können das googeln. Ja, bitte googeln. Das ist vielleicht für das Argument nicht absolut extrem wichtig. Nein. Ist auch nicht so wichtig. Wir hätten ja nicht so viel Torte hinstellen sollen. Genau, ich bin im Zuckerschock. Gibt es jetzt schon eine ganze Weile eine Gesetzgebung, die eben sagt, es dürfen in Deutschland, also zur Erklärung nochmal, humane embryonale Stammzellen werden ja aus frühen Embryonen gewonnen. Es sei denn, sie werden reprogrammiert und so weiter. Das legen wir jetzt mal beiseite. Aber der klassische Weg ist natürlich, das sind befruchtete Eizellen, die sich ein paar Mal teilen und das sind ja dann diese pluripotenten Stammzellen, diese humanen embryonalen Stammzellen. Also es sind, da gehen Embryonen zugrunde, wenn ich die gewinne. Das darf ich in Deutschland nicht und ich darf das auch in Deutschland nicht anreizen, dass das woanders passiert. Aber wenn es schon mal da ist, dann kann man es ja auch importieren. Genau, und wir haben das sehr schön beschrieben. Wir haben das in Deutschland in der typisch, wie ich finde, durchaus, ich möchte fast sagen, Scheinheiligen, Art und Weise gelöst, sozusagen, wasch mich, aber mach mich nicht nass, ja, have your cake and eat it too, dass man sagt, wir, wir machen das nicht. Aber wenn es schon mal da ist, dann. Aber wenn die anderen sich schon so sozusagen böse verhalten und die sind schon da, dann sagen uns ja unsere Forscher, das ist doch irgendwie auch wichtig und ein bisschen partizipieren wollen wir natürlich an diesen ganzen Fortschritten und Innovationen, die das für die Medizin bringt, ja doch auch. Dann machen wir das halt so. Also es darf aber nicht angereizt werden, was machen wir denn? Gut, machen wir einen Stichtag und sagen, es dürfen nur importiert werden Stammzellen, Stammzellinien, die sind ja unsterblich, die kannst du ja immer weitermachen, die vor einem Stichtag entstanden sind. Und jetzt, again, schlag mich tot, ich glaube 2007 oder 2011 ist dieser Stichtag, ich meine sogar 2007, das ist echt lange her, das heißt, dürfen nur embryonale Stammzellinien importiert werden, das muss jedes Mal von einer Kommission, der Stammzellkommission auch überprüft werden, das finde ich übrigens total richtig, das machen die Briten ja auch so ähnlich, aber das müssen immer welche sein, die vor diesem Stichtag entstanden sind. Was sagen dir die Forscherinnen und Forscher? Die werden ja nicht besser. Also es kommt ja immer auch zu Verunreinigungen und die werden, das ist einfach qualitativ ein riesiger Nachteil. Es haben ganz, ganz viele natürlich in Deutschland einfach das aufgegeben und machen das nicht mehr, weil sie sagen, also sorry, da kann ich jetzt, also Nature and Science Paper kriegst du dann immer nicht mehr. Das ist natürlich so, im Prinzip heißt das, wir machen in Deutschland ganz, ganz wenig. Also es ist, der Grenzverkehr ist nicht besonders umfassend und wir machen einfach sehr, sehr wenig diese Art von Forschung. Das machen andere. Das machen andere Länder und das wird bei uns kaum gemacht. Darf ich mal, also wirklich Laienfrage, Sie haben schon gesagt, man sagt, man könne dann bestimmte Dinge besser erforschen, aber gibt es so einen wahren, wahren Grund, warum das offensichtlich ja doch eine recht populäre Forschungsrichtung ist? Also gibt es da ein ökonomisches Potenzial, das irgendwann ausgeschöpft werden kann, wenn man das immer besser kontrollieren kann? Also man erhofft sich da sehr personalisierte Krebstherapien zum Beispiel und das ist natürlich, also deswegen hat das ein enormes ökonomisches Potenzial und wird auch in den USA irre gemacht. In Deutschland ist jetzt gerade auch hier gerade sogar an der Charité, ist noch gar nicht so lange her, so ein Zentrum für Stamm und Zell, wie heißt das denn, Zell, Stamm, Zell, Gen- und Zelltherapie gegründet und darum herum konnte man halt auch nochmal sehr viel lesen, relativ viele mediale Darstellungen, die einfach sagen, bestimmte Bereiche dieser Forschung sind komplett abgewandert aus Deutschland und sind halt in den USA, da rocken die das und das wird in der Medizin, also ich glaube, dieser Hype, den es mal gab, dass man damit jetzt alles irgendwie behandeln kann, der ist weg, aber es gibt nach wie vor, also es gibt schon Erfolge, auch gerade in der Krebstherapie, aber natürlich stellt man sich nach wie vor oder hofft man nach wie vor, dass damit auch zum Beispiel degenerative, neurodegenerative Erkrankungen, also Nerven- oder Gehirnerkrankungen behandelt werden können, insbesondere geht es aber vor allem um Krebstherapie und ich würde noch, ich wollte noch einen Satz sagen, was wollte ich dazu noch sagen? Vielleicht fällt er Ihnen auch noch ein, wenn wir... Nee, genau, ich wollte sagen, warum wir das eigentlich verbieten. Ich finde das wichtig, können wir das nochmal eben schnell sagen? Denn das ist ja, jetzt haben wir darüber und auch so ein bisschen mit Zungenschlag, ich bin so ein bisschen, wie sagt man denn, läppisch enthemmt nach dieser Torte. Deswegen muss ich jetzt schon auch nochmal sehr ernsthaft daran erinnern, dass das ja nicht aus Jux und Dopperei so kompliziert ist und ist der eine und nicht, das wäre sehr unangenehm. Nein, aber sagen Sie es nochmal deutlich, das ist natürlich, gerade in Deutschland, ein extrem wichtiges Thema. Also es geht hier um das frühe menschliche Leben, also es ist keine Trivialität und das ist bei uns auch verfassungsrechtlich geschützt, liegt auch unter anderem an unserer Verfassung, an unserer Geschichte, Entschuldigung, aber es ist tatsächlich so, dass es... An den Nazis, Nazi-Deutschland, genau. Also die absolute Verfügbarkeit über das menschliche Leben und so und es gibt schon auch eine Diskussion sowohl im Verfassungsrecht, also in der Wissenschaft, im Verfassungsrecht, als auch in der Medizinethik, ob jetzt die Verfassung sozusagen irgendwie vollen Schutz ab der befruchteten Eizelle vorgibt, das sagen eigentlich die meisten eher nicht oder was damit einhergeht oder ob es so eine Art Stufenmodell gibt, einen zunehmenden moralischen Status und entsprechend zunehmende Schutzpflichten und so weiter und so fort. Das ist eine nach wie vor sehr intensiv geführte Debatte, aber dass man das frühe menschliche Leben respektiert und schützt, das stellt eigentlich... Also stellen auch durchaus viele in Frage, die sagen, es sind halt irgendwie... Es ist eine befruchtete Eizelle, ja, also jetzt dreht man nicht ab und es sind 8 Zeller oder 16 Zeller oder 32 Zeller oder so. Was ist das Problem? Aber ich möchte da schon auch nochmal respektvoll rüberwinken, dass das jetzt nicht irgendwie... Es gibt Menschen, die das religiös interpretieren. Für die ist das natürlich sowieso vollkommen indiskutabel. Aber es gibt durchaus auch Leute, die das nicht religiös haben, die einfach sagen, das ist das frühe menschliche Leben und da können wir nicht so tun, als wären das einfach nur irgendwelche Zellhaufen. Und das war früher sehr viel stärker, auch in der Bevölkerung als Argument vertreten. Das hat sich ein Stück weit gewandelt und dieser Tage glaube ich, jetzt wenn ich so ein bisschen nachdenke über die empirischen Daten, die ich da so kenne, ist es glaube ich schon eher so, dass ein größerer Teil der Bevölkerung sagt, naja, also das frühe menschliche Leben, diese frühen Zellformen genießen jetzt nicht irgendwie einen extrem hohen moralischen Status, der gleichzusetzen ist, was weiß ich, einem Fetus im Mutterleib, der im achten Monat ist oder gar geborene Menschen oder so. Aber dass das etwas ist, um das wir ringen, wie man damit umgeht, wie man Respekt dem frühen menschlichen Leben zollen kann und gleichzeitig vielleicht dazu kommt, dennoch bestimmte Formen von Forschung zu erlauben, das halte ich für eine nach wie vor wichtige Diskussion. Und da bin ich, weiß Gott, nicht alleine, sondern das hat zum Beispiel die Leopoldina und das hat auch die Union der wissenschaftlichen Akademien, also die Leopoldina ist ja die nationale Akademie der Wissenschaften. Die Deutschland in Wahrheit erst kennengelernt hat während der Pandemie, als plötzlich jeden Abend diese Nachrichten kamen und ich dachte, Leopoldina, habe ich das eigentlich verpasst? Wann wurde mir das eigentlich erklärt, was die Leopoldina ist? Genau. Und die Leopoldina unter anderem, aber eben auch, es gibt ja noch andere Akademien, auch so ein Verbund von Akademien, die haben dafür votiert, komm Leute, wir müssen mal das Embryonenschutzgesetz anfassen und da mal ein bisschen drauf gucken und das mal ein bisschen, das ist, glaube ich, von 1991 oder so, das passt überhaupt nicht mehr, das ist total veraltet und diese Abwägung, die ich jetzt gerade dargestellt habe, ja auf der einen Seite Respekt und auf der anderen Seite aber auch eine Nutzung, es gibt nämlich einen schönen Ausweg und dann höre ich auch auf damit, Spezialthema, Verzeihung an alle, Nee, überhaupt nicht. Wir haben ja danach gefragt. Es gibt in Deutschland haufenweise, also wirklich zigtausende meine ich inzwischen, von eingefrorenen frühen Embryonen, die entstanden sind bei der IVF, bei der In-vitro-Fertilisation, also künstliche Befruchtung, die nie eingesetzt wurden. Die dürfen in Deutschland natürlich nicht zerstört werden, das heißt, die liegen auf ewig in Gefrierschränken und da gibt es, und das haben wir auch als Ethikrat umgewälzt und das steht eben auch in diesen Stellungnahmen etwa der Leopoldina drin, da sagen viele, komm, die könnten doch der Forschung zur Verfügung gestellt werden. Die werden niemals implantiert werden und die liegen da jetzt einfach kryokonserviert und wenn die Paare, von denen die stammen oder die Mütter, also die Nichtmütter, sondern die Frauen, von denen, meistens sind es Paare, von denen, die stammen, wenn die sagen, komm, wir spenden das der Forschung, dann sollte das doch möglich sein. Das sind die sogenannten übrig gebliebenen Embryonen und das wird eigentlich von sehr vielen angesehen als so eine Art Konsensmöglichkeit, bei der man nicht sagt, du kannst am frühen menschlichen Leben einfach rumforschen auf der einen Seite und gleichzeitig aber anerkennen, A, gibt es da diese Embryonen, mit denen niemals irgendwas wieder passiert und B, könnte man die nun wirklich einem sehr hochrangigen Ziel zufügen und wenn diejenigen von denen, die stammen, auch noch sagen, bitte mach das und da würden viele Ja sagen, dann könnte man doch sozusagen tatsächlich, wasch mich und mach mich nicht nass, hinkriegen und auch in Deutschland diese Forschung machen. Das war jetzt echt eine Oldschool-Fachdebatte. Ne, sehr interessant. Darf ich eine futuristische Frage stellen, wenn wir schon so abgebogen sind, die vielleicht seltsam ist, aber wir hatten es ja vorhin bei der KI, wo sie gesagt haben, naja, wir haben das alles schon vor Jahrzehnten durchdacht und jetzt kommt es halt und ein Wort, dass es gibt so eine Ambiguität bei Wörtern, die man in der KI-Forschung verwendet hat, ist Singularität, ja, das ist der Moment, in dem die Maschinen schlauer sind als der Mensch, das sage ich jetzt mal in meinen einfachen Worten und dann gibt es auch eine Singularität in der Biologie bei Menschen, das ist, wenn wir unsterblich werden, ja, wenn es plötzlich den Moment gibt, wo wir Altern heilen können und alle dann, also Dinge, die uns sterben lassen, und das wird jetzt einfach heilbar. Punkt. Haben Sie sich darüber mal Gedanken gemacht? Ich weiß es tatsächlich nicht, Frage ins Blaue, was ist eigentlich, wenn Altern heilbar wird? Also wenn wir jetzt, so wie wir hier sitzen, in 100 Jahren auch noch hier sitzen und denselben Podcast immer noch machen, weil wir es können. Solange es die Torte gibt, finde ich, ist das überhaupt kein Problem. Torte im Überfluss. Kommen wir auch in 100 Jahren noch. Wir sitzen einfach hier, wir haben mehrere Menschheitsalter, Altermessung. Das ist ja auch eine Vision, die nicht mehr total verrückt ist. Plötzlich kann man eben Sachen machen, die man früher nicht macht. Man versteht zumindest im Ansatz, was Altern eigentlich ist und so. Ich finde das total interessant. Was heißt das eigentlich, wenn alle Leute plötzlich immer da sind? Also das ist ein klassisches Thema der Medizinethik. Ich habe dazu nie gearbeitet. Das ist eines der wenigen Themen, zu denen ich nie spezifisch gearbeitet habe. Deswegen kann ich jetzt nur sozusagen in groben Zügen diese Diskussion und Debatte nachzeichnen. Aber das ist jetzt nicht mein Fachbereich. Und ganz kurz vorweg, es hat jetzt so vor ein, zwei Jahren hat es da wieder so, dass man Zellen tatsächlich verjüngen kann. Da gab es ein paar Befunde. Aber also die Alternsforscher sagen einem schon, also dass wir da jetzt irgendwie so diese Vision haben von, wir werden 400, 500, 600 Jahre alt oder so. Das ist extrem unwahrscheinlich. Ja, ja, so wie hängende Maschinen. Aber wir reden mal über die Vision und über die hat mein Fach viel nachgedacht. Das hat ja durchaus, also der jungen Brunnen, das sind ja alte Visionen. Also ich erinnere, tolle Vorträge von Kollegen, die dann irgendwelche, durch die Kunstgeschichte gegangen sind und diese ganzen Erzählungen und Beispiele und sowas ziehen. Naja, und die Argumente, die dann verhandelt werden, ist erstmal, was heißt das auf der Individualebene? Was heißt das für den Mensch selbst? Also wie würde sich ein Mensch, ist das die zweite Flasche? Ja, aber Christoph trinkt zu viel und ich natürlich eh. Wir brauchen da so. Also literweise trinken wir den tschechischen. Du schützt dir immer nach. Was heißt das also für den Menschen? Und da werden positive wie negative Visionen entworfen, was das auch für die Entwicklung des Menschen bedeutet. Die zweite Dimension ist sofort, was bedeutet das für die sozialen Beziehungen? Was bedeutet das für Familien? Ja, was bedeutet das für Ehen? Was bedeutet das für Freundschaften? Auch wiederum im Positiv wie im Negativen kann man sich ja vorstellen. Es gibt eine Positivversion, dass man sagt, das ist wunderschön, dass ich mit dir 500 Jahre alt werden kann. Und es gibt auch vielleicht die Vorstellung, dass es nicht ganz so schön ist. Und dass man dann, was weiß ich, wie oft verheiratet ist und was weiß ich nicht alles. Aber auch so ein Ennui. Ja, also die Person selbst. Irgendwann hast du alles gemacht, hast alles gesehen. Ganz wichtig übrigens, die Vision ist natürlich immer, man ist gesund. Ja, klar. Also es muss eine Morbiditätskompression geben. Was nicht sein kann, ist, ich werde 70 und dann kriege ich alle Alterskrankheiten und dann lebe ich bis 450. Das ist ein richtig totaler Horror. Ach so, nein, das wollen wir nicht. Ja, aber da muss man schon ehrlich sein. Denn ganz ehrlich, in der Altersforschung ist das ein ungelöstes Problem. Nein, das lösen wir dann natürlich. Das wäre dann gelöst. Also wir reden hier total kontrafaktisch. Man hält so die Uhr an bei 25, sag ich jetzt mal. Ich sage das ein bisschen despektivisch, aber das ist eine Art von Ethik, die hat mich nie so interessiert, weil ich das immer so wahnsinnig antizipiert fand. Ich mache keine antizipatorische Ethik. Ich weiß, es gibt ganz viele, die das machen und die denken auch, lieben es auch über die Singularität nachzudenken. Aber mir war das immer zu. Ich habe immer gesagt, ey Leute, bis man das wirklich kann, ja, denk mal über Apoptose nach, Zelltod und so weiter. Wie willst du das alles hinkriegen? Wie willst du denn ernsthaft, dass wir dann mit 150 auch gesund sind, dass das auch Spaß macht? Weil ansonsten kannst du die Nummer in der Pfeife rauchen. Also wir stellen uns vor, es macht Spaß. Dann kommt die dritte Dimension, Was macht das gesellschaftlich? Das bedeutet ja, es kommen im Prinzip irgendwann auch nicht mehr so viele Leute nach. Ja, also uns fehlt sozusagen dieser Generationenwechsel. Was macht das mit Berufen? Wenn ich als Professorin auch noch mit 350 immer noch meine Vorlesung halte und vor mir sitzen lauter, was dann, sitzen dann da ernsthaft noch die 22-Jährigen oder sitzen da dann irgendwie 250-Jährige und wir machen irgendwie Altersstudium. Was macht das mit den Berufen? Was macht das mit den Versorgungsstrukturen? Wie würde das die Gesellschaft verändern? Und ich verkürze das jetzt drastisch, aber die meisten Kolleginnen und Kollegen, die ich zu dem Thema gehört oder gelesen habe, kommen am Ende dabei raus und sagen, das kann für Einzelne eine sehr attraktive Vision sein. Aber man muss sich klar machen, das würde die Gesellschaft, so wie wir sie heute kennen, gäbe es dann nicht mehr. Die sähe völlig anders aus. Wir würden wahrscheinlich... Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, im wahrsten Sinne. Auch das. Wie siehst du denn dann aus mit 500? Ja, mit 25. Das ist ja der Witz. Ja, das ist ja totaler Quitsch. Also das wird es ja niemals geben. Da muss man schon realistisch sein. Also wenn, dann haben wir irgendwie so einen Zustand, dass wir alle so Boomer sind schon 500 Jahre lang. Entschuldigung. Das wollen wir natürlich nicht. Aber die meisten kommen dabei raus, wahrscheinlich wären die Effekte auf Gesellschaften schon relativ krass. Eher in der Gesamtschau wahrscheinlich negativ. Aber es gibt auch welche, die das total geil finden und sagen, das ist die Form von Enhancement. Das ist ein Teil einer Enhancement-Diskussion. Das ist ein Riesenthema in der Medizinethik, insbesondere gewesen. So vor, sagen wir mal, zehn Jahren ungefähr, zehn, 15 Jahren, die Nutzung von Medizin nicht mehr, um Krankheiten zu heilen, sondern um uns zu verbessern. Und eine extreme Steigerung der Lebensspanne gilt auch als ein Enhancement. Wenn du das nämlich geschafft hast, die Krankheit, damit bist du durch, dann wäre der nächste Schritt, weil nur dann macht das Sinn. Es macht keinen Sinn, eine Krankheitsphase zu verlängern. Es macht nur Sinn, du hast die Krankheit im Griff, du kriegst keinen Krebs mehr, du kriegst keine Rachitis, Entschuldigung, Arthritis, nicht Rachitis, du kriegst keine neurodegenerativen Erkrankungen mehr, du bist fit im Kopf und so weiter und deine Muskeln funktionieren noch und willst wahrscheinlich ein Libido haben und was man da so alles braucht. Und dann eine extreme Verlängerung der Lebensspanne. Das ist ein klassisches Enhancement und das wird kontrovers diskutiert. Wir müssen ja gar nicht, und sterblich, vielleicht übertrieben, aber 50 Jahre, also wenn jetzt jemand käme und sagt, wir haben jetzt diese Alterungsprozesse, das haben wir jetzt verstanden und ein anderer sagt, Krebs haben wir auch geheilt und so, das könnte ja ein bisschen schneller kommen. Und deswegen ist das wichtig, dass wir über tatsächlich darüber, also dass man einmal nochmal guckt, worüber redet man, denn so etwas, also im Moment ist ja die durchschnittliche Lebenserwartung bei Frauen, glaube ich, irgendwie bei 81 oder so und bei Männern irgendwie in 79 oder so was. Das heißt, sagen wir mal 80 im Schnitt, 50 Jahre drauf wäre 130. Das ist wahrscheinlich nicht so unwahrscheinlich. Also es wird natürlich etwas sein, was Gerechtigkeitsfragen werden auch diskutiert, also kriegen das dann alle? Oder ist das wieder nur etwas, was ein Elitenphänomen ist, was nur Bestimmten zur Verfügung steht? Oder finanzieren wir das vielleicht solidarisch in der gesetzlichen Krankenversicherung oder wie auch immer? Also gehört das dann sozusagen zum Standard dazu, den wir gesellschaftlich anbieten? Da sind 130 was ganz anderes als 500. Weil in der Diskussion wird immer unterschieden zwischen Altersspannen, die noch irgendwie eine Verankerung in einer natürlichen Lebensspanne haben und es gibt eben Menschen, die werden 127, wenn auch nur ganz wenige, aber das ist nichts, was komplett undenkbar ist. 500 Jahre ist jenseits jeglicher menschlichen Normalität, also jenseits der Gauss-Kurve sozusagen. Da ist die Gauss-Kurve vorbei. Solange wir noch Gauss-Kurve sind und wir sind ganz rechts in den letzten Prozenten, ist das noch was, wo man sagt, das würden wir vermutlich auch gesellschaftlich, da wird sich auch viel verschieben. Aber das ist etwas, das haben wir ja im Prinzip erlebt. Ja, die Lebenserwartung hat sich ja drastisch erhöht in den letzten 100 Jahren. Also da haben wir sozusagen eine Präzedenz, das würden wir noch hinkriegen. 500 Jahre ist absolut jenseits unserer sozusagen Erfahrungs- und Vorstellungskraft. Und das wird deswegen auch anders diskutiert. Und das wird eher negativ diskutiert. Jochen. Christoph. Ich dachte mir, es wäre Zeit für ein Spiel. Ja. Kann ich mal eben verschwinden? Ja. Ist das möglich? Selbstverständlich. Wir wissen ja, wohin. Wir bleiben ja im Studio und warten auf Sie. Es ist, als hätten wir gerade angefangen. Ich habe noch, ich meine, ich habe eine Million Fragen. Ich hoffe, also wir müssen wirklich hart arbeiten. Deswegen habe ich ja gedacht, ich bringe mal das A- und B-Spiel jetzt ins Spiel, dass wir danach, ja, dass wir danach noch über die anderen wir müssen unbedingt noch Torte haben. Ja. Es gibt noch eine Torte. Maria, wir würden nie deine Torte. Nein. Aber ich glaube, die Torte ist auch wirklich gut, Lemon Meringue. Ja. Ja. Was macht Sie wohl nach dem Ethik-Grad? Habe ich mich auch noch vorhin. Da müssen Sie fragen, habe ich nämlich auch mich vorhin gefragt. Dann hat es ja zum ersten Mal so ein normales Leben eigentlich, Also wie man das eigentlich so mit, jetzt werde ich mal Professorin und dann habe ich so Forschung und wahrscheinlich ruft dann wieder jemand an. Sagt, wollen Sie nicht. Das ist lustig. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Achso, was ich noch machen darf. Ja, das ist eine sehr lustige, sehr lustige Geschichte. Da ist nichts passiert. Die Tür ist zu. Das ist das Wichtigste. Genau, die Tür im Rücken. Nur eine Frage. Ich habe das Gefühl, ich rede so schnell, weil wenn man so viel und so lange verliert, man irgendwie so das innere Maß. Nein, alles wunderbar. Wir spielen in diesem Podcast immer ein kleines Spiel. Irgendwann. Immer. Und zwar hat Jochen ein paar Fragen für Sie vorbereitet, die Sie ganz einfach beantworten. Also zum Beispiel eine Frage wie Hund oder Katze. Wenn Sie sich jetzt entscheiden müssten zwischen den beiden, Hund oder Katze, dann würden Sie sagen, Katze. Das ist das Spiel. So funktioniert es. Darf ich auch beides sagen? Nein. Weil bei Hund und Katze fiel ich es extrem schwer. Nein, nein. Sie müssen sich entscheiden. Es sind natürlich schon einfache, aber strenge Regeln. Ja. Okay. Es gibt die 10%-Regel. Achso, ja. Also A, man muss sich entscheiden. B, natürlich muss man gar nichts. Man kann auch weiter sagen, wenn man sich nicht entscheiden will oder die Frage nicht versteht, was durchaus vorkommen wird. und man kann aber nur endlich oft weiter sagen, nämlich 10% der Zahl der Fragen. Wie viele Fragen sind es insgesamt? Es sind, Moment, Blätter, 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 Blätter. Hollaria. Ja, okay. Ja, das sagen die immer, die Leute. Es ist aber in 30 Sekunden vorbei, weil die zweite Bitte, die wir haben, schnell antworten. Nicht lange überlegen. Ja, ja, nicht lange, sondern intuitiv. Keine Begründung, Begründung wollen wir gar nicht hören. Okay, okay. In diesem einen Fall, ja. Also das heißt, wir sind bei 12 weiters. Ich würde mal sagen, ja, abgerunden, 10%. Okay. Und ich würde jetzt mal anfangen. Ich sage zu Wortpaare, Sie sagen das eine oder das andere und sehr schnell, wenn es geht. Snooze oder Aufstehen? Snooze. Achtsamkeit oder keine Zeit? Keine Zeit. Ja oder vielleicht? Vielleicht. Sein oder nicht sein? Sein. Ordnung oder Chaos? Chaos. Teilen oder haben? Teilen. Drinnen oder draußen? Draußen. Gott oder kein Gott? Gott oder kein Gott? Eins. Sisyphos oder Icarus? Icarus. Speziell oder allgemein? Allgemein. Räucherstäbchen oder Fenster auf? Oh, Fenster auf. Mann oder Frau? Frau. Mutter oder Vater? Mutter. Patriarchat oder Matriarchat? Matriarchat. Ideal oder real? Real. Erfolg oder Respekt? Respekt. Respekt oder Glück? Glück. Respekt oder Liebe? Weiter. Sparen oder Verprassen? Verprassen. Wissen oder Nichtwissen? Wissen. Wissen oder Googeln? Wissen. Monogam oder mir doch egal? Weiter. Alt oder Neu? Alt oder Neu? Alt oder Neu? Alt. Scham oder Wut? Scham. Wut. Augen zu oder Augen auf? Augen auf. Schach oder Poker? Poker. Helm oder kein Helm? Kein Helm. Sterbehilfe oder keine Hilfe? Sterbehilfe. Impfpflicht oder nicht? Impfpflicht. Mieten oder kaufen? Kaufen. To do or not to do? To do. Online oder offline? Online oder offline? Weiter. An oder aus? An. Frühmorgens oder nachts? Nachts. Sicherheit oder Freiheit? Freiheit. Freiheit oder Verantwortung? Verantwortung. Deontologisch oder konsequentialistisch? Danke. Brutluck oder Option luck? Brutluck oder Option luck? Option luck. Alter Schwede. Ethik oder Moral? Ethik. Müde oder wütend? Müde. Müde. Anfangen oder aufhören? Anfang. Reden oder schweigen? Reden. Geld oder kein Geld? Geld oder kein Geld? Geld. IOS oder Android? Was? IOS oder Android? IOS oder Android? IOS. WhatsApp oder SMS? SMS. SMS oder Anruf? SMS. Vegetarisch oder vegan? Vegetarisch. Bio oder regional? Regional. Eingeschweißte Bio-Gurke oder plastikfreie normale Gurke? Plastikfreie normale Gurke. Vegane Wurst oder keine Wurst? Keine Wurst. Soja oder Hafer? Hafer. Zucker oder Fett? Fett. Bier oder Wein? Wein. 01 oder 02? 02. Kommunismus oder Kapitalismus? Oh, Kapitalismus. Bargeld oder Bitcoin? Bargeld. Globuli oder Aspirin? Oh Gott, Aspirin. Maske oder keine Maske? Im Zweifel Maske. Impfung oder Maske? Impfung. Waffel oder Becher? Was? Waffel oder Becher? Ach, du bist vom Eis. Waffel oder Becher? Aufschneiden oder wegschmeißen? Aufschneiden. Flugscham oder Zugstolz? Zugstolz. Rollkoffer oder kein Rollkoffer? Rucksack. Also kein Rollkoffer. Hä? So geht's. Kein Rollkoffer, ja? TV oder Netflix? Netflix. TV oder YouTube? YouTube. Messi oder Kondo? Messi oder? Weiter. Fünf. Messi oder Ronaldo? Weiter. Sechs. Abwaschen oder abtrocknen? Abtrocknen. Winnetou oder Old Shatterhand? Ah, das ist schwierig. Old Shatterhand. Winnetou oder kein Winnetou? Oh, Winnetou. Abi oder Nee? Was? Abi oder Nee? Abi oder Nee? Da verstehe ich den Witz, glaube ich nicht, aber ich sage mal Abi. Haiku oder Sonett? Haiku oder Sonett? So nett. Sport machen oder Sport gucken? Sport machen. Steffi oder Serena? Steffi. Rheingold oder Götterdämmerung? Götterdämmerung. E-Auto oder kein Auto? Kein Auto. Fleisch oder fliegen? Fleisch. 30% oder 50%? 30% oder 50%? Keine Ahnung, weiter. Homeoffice oder Office Home? Homeoffice. Nach Namen oder nach Datum? Nach Namen oder nach Datum? Nach Namen. Nach Namen oder nach Farben? Nach Namen. Nach Namen oder nach Geschlecht? Nach Namen. Buch oder E-Reader? Buch. E-Reader oder gar nicht lesen? E-Reader. Buch oder Hörbuch? Buch. Podcast oder Hörbuch? Podcast. Münster oder Ibenbüren? Schwierig, weiter. Acht. Münster oder Berlin? Berlin. München oder Berlin? Berlin. Ostberlin oder Westberlin? Mitte. Ostberlin oder Westberlin? Weiß ich nicht, weiter. Neun. London oder Boston? Schwierig, London. Cambridge oder Cambridge? Cambridge. Abschreiben oder abschreiben lassen? Gute Wahl. Abschreiben lassen. Gender-neutrale Toilette oder keine Toilette? Gender-neutrale Toilette. Sternchen oder Doppelpunkt? Äh, ist mir egal. Äh, Doppelpunkt? Zeitung oder Fernsehen? Zeitung. Zeitung ohne Internet oder Internet ohne Zeitung? Internet ohne, nee, oh Gott. Zeitung ohne Internet. Oh Gott, ist ja schrecklich. Ja, Spotify oder Platte? Spotify. Platte oder CD? Äh, weiter. Harry oder William? Zehn. Harry oder William? 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 Das ist ein schnelles Spiel, man antwortet sehr schnell. Das ist fürchterlich. Harry oder William? Whatever. Ähm, William? Catherine oder Meghan? What? Catherine oder Meghan? Oh Gott, das ist mir scheißegal. Catherine oder Meghan? Äh, weiß ich nicht. Äh, Meghan? Luke oder Han? Han. Bei Rot oder bei Grün? Bei Rot oder bei Grün? Ich glaube, ich verstehe den Outing-Witz gerade nicht, weil ich stehe auf dem Schlauch. Das kommt vor. Bei Grün? Rot oder Grün? Rot oder Grün? Hm, als Farbe dezidiert nicht politisch. Ähm, Rot oder Grün? Rot. Aha. Gelb oder Grün? Grün. Gelb oder Schwarz? Hm, Gelb. Kant oder Hegel? Ah, Kant. Derrida oder Deleuze? Derrida. Simone oder Judith? Ah. Simone oder... Simone. Emma oder Missy Mac? Äh, Missy Mac, was auch immer das ist. A Room of One's Own oder Le Deuxième Sex? Le Deuxième Sex. Michelle oder Barack? Oh, das ist schwierig. Ah, Michelle. Melania oder Donald? Oh Gott, weiter. Melinda oder Bill? Pfff, Melinda? Hillary oder Bill? Hillary. Marie oder Pierre? Marie oder Pierre? Marie. Habeck oder Baerbock? Habeck. Söder oder Seehofer? Gott, Söder. Esken oder Walter-Borjans? Esken oder Walter-Borjans? Esken. Kühnert oder Klingbeil? Klingbeil. Drosten oder Strieg? Drosten. Drosten oder Brinkmann? Oh, ihr seid gemein. Ich küsse euch beide. Weiter. Nee, es gibt keine Weiter mehr. Es gibt keine Weiter mehr. Wir sind bei zwölf. Ja, das ist jetzt blöd. Ja gut, da muss ich jetzt Melanie sagen. Brinkmann. Brinkmann. Schwarzer oder Steinem? Steinem. Sonntag oder Tolentino? Ach, boah, der war Sonntag. Merkel oder Scholz? Merkel. Lauterbach oder Spahn? Oh Gott. Das kann ich nicht machen. Kein Weiter mehr ist blöd. Das ist ja wirklich totale Scheiße. Wenn man so prasst mit den Weiters. Ich dachte, wir sind längst durch. Wie viele sind denn das noch? Lauterbach oder Spahn? Sie waren sehr großzügig mit den Weiters. Ja, sehr großzügig. Lauterbach oder Spahn? Ich bin noch im Amt, also sage ich natürlich lauter, aber. Merz oder Lindner? Lindner. Trump oder Putin? Gott. Teufel oder Belzebub? Oh Gott. Nee, ich spreche das nicht aus. Weder noch. Was machen wir da, Christoph? Du bist ja der Schiedsrichter. Ich glaube, das meine ich. Ich spreche eure Regeln. Wir haben ja abgerundet. 228.13. Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Also ich bin jetzt echt schon an meine absoluten Schmerzgrenzen gegangen. Das machen wir natürlich nicht. Was ist das überhaupt für eine Frage? Das ist ja fürchterlich. Wir können ja nicht. Man kann nicht der Vorsitzende des Ethikrats hier. Ist aber ethisch eine interessante Frage. Also wenn man jetzt, das ist ja ein theoretisches Spiel. Das war jetzt aber sehr interessant. An ganz vielen Stellen, ja. Ist das jetzt endlich zu Ende? Es ist schon nichts zu Ende. Trump oder Putin ist immer die letzte Frage. Oh Gott. Wir haben vorhin mal so darüber gesprochen, dass sie so schnell, dass in ihrer Karriere das alles immer so schnell passiert ist, dass sie manchmal auch selber nicht hinterher kamen, weil sie das Gefühl hat, ich habe doch das gerade erst angefangen, jetzt geht schon dahin und so. Jetzt nähert sich ja das Ende ihrer Zeit als Vorsitzende des Ethikrats. Haben Sie sich schon überlegt, was Sie am ersten Tag nach Ihrer Amtszeit machen werden? Ja, da muss ich jetzt mal was dazu sagen. Das ist eine interessante Frage. Aber was ja viele vielleicht gar nicht wissen, ist, dass das ja mein Ehrenamt ist. Ich habe ja einen Vollzeitjob. Ja. Also werde ich, wie die meisten Tage, meinen Job machen. Dahinter steht aber was anderes, das ist mir schon klar, das war kein ganz normales Ehrenamt und es hat ja auch Phasen gegeben, in denen es mich sehr, sehr, sehr intensiv beschäftigt hat und es beschäftigt mich auch immer noch und es ist ein irrsinniges Privileg gewesen, das machen zu dürfen, sodass ich das natürlich schon gebührend markieren werde. Was heißt denn das? Und das erste Mal, dass nicht so ganz klar ist, welcher Tag das dann eigentlich ist. Ist das der erste Tag nach meiner letzten Sitzung oder ist das der erste Tag der neuen Ratsperiode? Also ist es so ein bisschen unklar, wann mein letzter Tag ist? Wenn Sie es nicht wissen, wer soll es sein? Das ist eine Frage für den Ethikrat. Ja, ich weiß es tatsächlich nicht, keine Ahnung. Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich der Tag nach meiner letzten Sitzung. Wobei formal ist er das nicht. Formal endet das erst am Tag der Neuernennung und konstituierenden Sitzung, glaube ich, der neuen Ratsperiode, also des neuen Rats. Das ist dann wahrscheinlich mein letzter Tag formal. Ich habe immer scherzhaft gesagt, in der Pandemie habe ich gesagt, wenn der Ethikrat vorbei ist, mache ich ein Jahr Sabbatical. Und ich glaube, das werde ich nicht machen, aber ich werde schon eine Phase haben und auch machen, in der, eben weil es so irre war und so toll und aber auch so schrecklich und so besonders und so unerwartet. Und also ich glaube, ich muss, ich muss, ich tue das jetzt schon zum Teil, ich bin immer gut im Vortrauern. Es ist immer so, auch wenn ich umziehe, trauere ich schon um den Ort, den ich verlasse, irgendwie ein halbes Jahr vorher. Aber ich glaube, ich werde einfach Momente versuchen zu suchen, wo ich mich nochmal so richtig in die Dankbarkeit reinlehnen kann, dass ich das machen durfte. Die Bearbeitung der negativen Seiten läuft nämlich die ganze Zeit kontinuierlich. Also das macht man nicht erst, wenn es dann vorbei ist, aber auch da werde ich wahrscheinlich mal irgendwie innehalten müssen. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich jetzt schon so irre viele Pläne habe. Und tatsächlich muss ich auch sagen, tolle Anfragen, was nicht alles danach passieren kann, dass ich, glaube ich, auch ein bisschen Zeit damit verbringen werde, so ein bisschen zu sortieren. Denn es ist wirklich ein, es war, es war, das will ich sagen, es war wirklich, also Geschenk und Bürde zugleich. Das klingt ein bisschen pathetisch, aber es ist tatsächlich so. Und etwas, was daran wahnsinnig positiv war, ist, dass eine Sichtbarkeit entstanden ist für mein Fach und das, was wir leisten können. Und dass das nicht irgend so ein Orchideenfach ist, das da so irgendwie im luftleeren Raum oder im obersten Elfenbeinturm irgendwie kompliziert vor sich hindenkt, sondern dass wir was beitragen können. Vielleicht nicht immer lösen und vielleicht nicht abschließend, aber dass wir für Gesellschaften gerade in schwierigen Phasen und zu schwierigen Fragen was anbieten können, was Diskussionen hoffentlich verbessert. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das was ist, was wir immer weniger brauchen, wenn ich das mal so sagen darf, sondern eher, was wir, glaube ich, da habe ich echt ein Anliegen. Und in irgendeiner Form hoffe ich, werde ich das weitermachen können, weil ich wirklich glaube, dass wir im Ethikrat auch was machen, was immer, immer wichtiger wird. Wir sind ja, ich sage das immer scherzer, wir sind ja eine breite Kirche. Also wir haben extrem viele Positionen im Rat, wir haben auch eine ganz hohe Breite, was die politische Verortung anbelangt und viele Disziplinen und so. Und wir könnten immer noch breiter und so weiter und so fort, alles klar. Aber was wir tun ist, dass wir aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und mit ganz unterschiedlichen, sagen wir mal, Grundpositionen uns zusammensetzen an einen Tisch und ringen. darum, dennoch was Gemeinsames zu machen. Und das ist was, das wir, glaube ich, in Zeiten, in denen Polarisierungstendenzen zunehmen, in denen rechtsradikale Parteien Wählerpotenziale mobilisiert kriegen, Menschen, die einem Sorgen machen, immer mehr brauchen. Und das ist mein Anliegen. Und das ist nicht vorbei, wenn der Ethikrat vorbei ist. Könnten Sie sich vorstellen, in die Politik zu gehen? Werde ich sehr viel gefragt und ist meine Antwort und jetzt wirklich auch sehr ernsthaft, also gar nicht scherzhaft, dass ich tatsächlich glaube, dass ich nicht geeignet bin für sozusagen Politik, also für klassische Parteipolitik. Warum nicht? Also erstens gehöre ich keiner Partei an. Das kann man ja schnell ändern. Zweitens habe ich, angesichts dessen, was ich mache, ist es, glaube ich, auch schwierig, eine Partei zu finden, wo das so gut passt, weil ich so ein bisschen quer zum Teil liege mit meinen Positionen. Und drittens und wahrscheinlich am wichtigsten, glaube ich, dass ich eine gewisse Robustheit und Härte nicht habe, die man für Politik braucht. Ich habe großen Respekt vor dem Job. Ich habe den ja sehr aus nächster Nähe erlebt, in vielerlei Hinsichten. Und ich kann verstehen, dass Unmut besteht gegenüber der Politik und dass es Unzufriedenheit gibt und so weiter und so fort. Aber der Job an sich, was die da machen, ist wirklich hammerhart und super anstrengend und wahnsinnig verantwortungsvoll. Und er fordert, also ich bin schon robust und fest auch, aber das erfordert, ich glaube tatsächlich, ich bin besser aufgehoben, sagen wir es mal so, dort, wo ich nicht, also mit Härte meine ich diesen echten Kampf, weil man den Gegner ja im Prinzip ein Stück weit abwerten muss. Das mache ich nicht gerne, ich will das gar nicht. Und das ist nicht konfliktavers, sondern wir haben in der Ethik einfach so ein bisschen ja das Privileg, dass wir sagen, genau davon sehen wir ab. Wir versuchen gemeinsam irgendwie was, also klar gibt es bei uns auch die, die Positionen schärfen und es gibt auch Extrempositionen und so, es gibt alles. Aber so der Mainstream-Ansatz der Ethik ist etwas zusammenzuführen, Dinge, also gerade dieser sehr angewandten, sehr praxisorientierten Ethik, die ich mache, etwas zu entwickeln, was wirklich für gesellschaftliche Lösungen geeignet ist. Und ich will nicht sagen müssen, die anderen machen das alles scheiße. Das ist das, was ich an der Politik, und das gehört dazu. Und da gibt es Leute, die machen das wahnsinnig respektvoll und gut und viele machen das respektvoll und gut. Aber das braucht eine gewisse Härte, dass man dann auch bereit ist zu sagen, ich bin eben Partei A und du bist Partei B und Partei A hat Recht und Partei B nicht. Und ich bin immer so, ah, ich höre auch, was B sagt. Warte mal, was ist denn jetzt besser, A oder B? Und dann kann man nicht beide Wege finden, kann man das irgendwie zusammenführen. Und das widerspricht so ein Stück weit einer parteipolitischen Logik. Und deswegen glaube ich, bin ich besser aufgehoben und kann auch mehr beitragen, eher von einer Position außerhalb des klassischen parteipolitischen Systems. Sind Sie Wechselwählerin? Ja, klar. Also ergibt sich aus dem, was ich gesagt habe, ne? So ein Stück weit. Ja, also was heißt Wechselwählerin? Das klingt so wie so ein Fähnchen im Wind. Aber ich habe schon eine Reihe der demokratischen Parteien gewählt in meinem Leben. Und ist es nicht so, dass man bei so Grundsatzfragen oft beide Thesen gleichzeitig vertreten könnte? Also wenn man jetzt sozusagen, ich meine es jetzt gar nicht so spielerisch wie so ein Debattierwettbewerb, sondern einfach, wo man so eine Rolle einnehmen muss, sondern je länger man dann mit Leuten redet, stellt man fest, okay, diese Welt sich oder diesen Ansatz kann ich vertreten. Und man redet mit der Gegenseite, jedenfalls geht mir das gelegentlich so. Und dann denkt man, ja, das verstehe ich völlig, diese Argumentation. Und dann steht man so dazwischen und denkt, und jetzt? Also da muss ich jetzt mal eine, und da bin ich sehr dankbar, dass ich das machen kann, zu dieser späten Stunde, noch eine Unterscheidung einführen. Ich glaube, dass das, was die Grundüberzeugung anbelangt, nicht der Fall ist. Ich glaube, auf der Ebene der Moral das ist das, wo unsere Wertüberzeugungen stattfinden. Das ist das, woran wir glauben, ja, was uns leitet. Unsere moralischen Grundsätze, bei den einen ist es religiös geprägt, bei den anderen ist es, was weiß ich, atheistisch oder anarchistisch oder was auch immer geprägt. Da, glaube ich, gibt es das sicherlich auch manchmal, aber das ist so die Ebene, wo man tiefe Überzeugung hat und bei bestimmten moralischen Fragen sind die komplett konträr. Und auf dieser Ebene, die beide gleichzeitig zu halten, ist dann fast ein bisschen schizophren. Ach so, groß hatte ich es jetzt. Ich hatte es ja auf politische Fragen, jetzt nicht fundamentale Moralfragen. Okay, das ist noch was anderes, weil dann, aber ich muss ja, ich muss ja in der Logik der Ethik bleiben, zur Politik kommen wir gleich noch. Und das, was Ethik macht, ist ja das Nachdenken über Moral, die Analyse und Theorie der Moral. Das heißt, ich untersuche, wie kann ich denn sozusagen ausgehend von Wertüberzeugungen, von moralischen Intuitionen, wie kann ich begründen und dann zu ethisch reflektierten, wohlbegründeten Positionen kommen. Und auf der Ebene geht es mir fast immer so, also sehr häufig, dass sich die Argumente, also weil da bemüht man sich ja um das beste Argument und da gibt es das wirklich häufig, dass man für beide Seiten gute Argumente sieht und die respektiere ich immer. Ich bin also in der Lage, beides in meinem Kopf zu halten oder auch mehrere und dann muss man entscheiden, das versucht man eben in der ethischen Analyse, welche die am besten argumentierte ist, aber manchmal ist das so, die sind wirklich gleichwertig und dann taucht man wieder zurück auf die moralische Überzeugungsebene und sagt, ich gehe jetzt da mit. Also man kehrt dann wieder zurück, wenn es dann wirklich zum Schwur kommt zum Beispiel. Wenn wir im Ethikrat, haben wir das manchmal, dass wir gespaltene Voten haben, also uns nicht auf eine Sache einigen können und weil man sich aber so lange mit den Argumenten beider Seiten beschäftigt, hört man natürlich beide Seiten und findet beide Seiten argumentativ durchaus überzeugend. Was machen Sie als Vorsitzende, wenn es 50-50 ist? Das hatten wir einmal, das wird dann so aufgeschrieben. Wir ordnen uns meistens namentlich zu, manchmal machen wir das nicht, aber meistens ordnen wir uns namentlich zu und da ist es oft so, das sagen dann auch Kolleginnen und Kollegen, natürlich finde ich, sind das super Argumente. Das sind auch super Argumente, scheiß ein Dreck, dann tauche ich nochmal schnell in meine moralischen Überzeugungen und votiere dann, weil ich weiß, die sind beide gut zu begründen und dann klopfe ich nochmal, was entspricht jetzt am ehesten meiner moralischen Grundüberzeugung. Und in der Politik kommen ja noch andere Dimensionen hinzu, in der Politik ist Interesse geleitet durchaus. Politik ist auch nochmal, also kann Werte geleitet sein, muss sie aber nicht, weil sie ja einem politischen, parteipolitischen Konstrukt entspringt. Also da muss ich ja solche Sachen fragen wie, das mache ich in der Ethik nicht. Also in der Ethik ist es so, ich habe gerade zum Beispiel auf der Frage Deontologie versus Konsequentialismus einfach Deontologie gesagt, weil das immer meine erste Frage ist. Was sind sozusagen die deontologischen Grundlinien, die roten Linien, die uns einhegen? Aber Konsequentialismus ist mehr. Ich bin keine lupenreine Deontologin, ich bin aber auch keine lupenreine Konsequentialistin. Und da ist es so, nur um den Punkt zu machen, ich sage nie in der Ethik, also Moment mal, du bist doch Deontologin, deswegen kannst du, du darfst jetzt kein konsequentialistisches Argument vorbringen. In der Politik ist es so, wenn ich einer bestimmten, also naiv beschrieben, als Sozialdemokratin zum Beispiel, kannst du eine bestimmte Argumentation nicht bringen, weil die, sagen wir mal, dem sozialdemokratischen, dem sozialdemokratischen Parteiprogramm widerspricht. Oder wenn ich als FDP-Politikerin, kann ich bestimmte Dinge, die dem Parteiprogramm meiner Partei widersprechen, nicht unbedingt argumentieren. Und das wird ja nur aufgehoben, wenn es um Entscheidungen geht, im Bundestag zum Beispiel, die ja Gewissensentscheidungen sind und da sind wir bei der Ethik. Das ist immer bei denen, das ist Sterbehilfe, Transplantation, also Organspende, diese Dinge. Und das ist der klare Unterschied zwischen einer ethischen Entscheidungsfindung und einer politischen Entscheidungsfindung. Ja, aber, also ich wollte, ich muss jetzt doch noch was dazu sagen, das war natürlich der Gedanke, dass sozusagen Parteien ja mal, und ich spreche bewusst in der Vergangenheit, einen Weg waren, Komplexität zu reduzieren, indem man gesagt hat, wenn du sozialdemokrat bist, dann hast du folgende acht Haltungen. Ja, das haben wir jetzt mal festgeschrieben, darüber haben wir tausendmal abgeschrieben, das ist jetzt so. Wenn du bei uns im Club bist, das sind deine Haltungen. Und du bist CDU, so sind deine Haltungen. Diese Welt hat vielleicht mal funktioniert, vielleicht hat sie nie funktioniert und ich karikiere das, aber ich glaube halt, dass dieser Brennglaseffekt von Parteien oder dieser Sammleffekt schon lange nicht mehr funktioniert. Ja, also ein Problem oder das, was debattiert wird, warum haben es die Volksparteien so schwer, könnte ja schon daran liegen, dass diese Weltsicht einfach auch nicht mehr funktioniert. Ich kann sozialdemokratische Thesen zeitgleich vertreten mit Liberalen und sehr Konservativen in derselben Person. Und diese Welt verschwindet einfach, wo es auch so einen sozialen Zusammenhalt vielleicht gab. Also da, wo Sie herkommen, die Bergleute, die es da mal gab, die hatten halt wirklich auch ein vergleichbares Leben und es war klar, dass die bestimmte Dinge gefordert haben. Und das hat Resonanz gefunden in einer bestimmten Phase in der Sozialdemokratie. Das geht doch so nicht mehr. So funktioniert die Welt nicht mehr. Und das ist ganz schwer abzubilden in Parteien. Vielleicht ändere ich noch alle fünf Minuten meine Meinung, weil ich ein neues Argument höre oder weil sich meine Lebenssituation geändert hat. Das ist das, was ich eben meinte, mit meinen auch politischen Überzeugungen liegen eben zum Teil quer zu Parteilinien. Also ich teile dann Dinge von verschiedenen Parteien und würde es schwer finden, mich dazu zu ordnen. Aber ich höre daraus natürlich auch so ein bisschen, also das wird ja auch intensiv diskutiert, früher waren vielleicht die Programme homogener und klarer abgegrenzt. Wobei ich auch da fragen würde, ob das wirklich immer so war. Aber vielleicht war es tatsächlich so. Da bin ich auch keine Expertin, keine Politikwissenschaftlerin oder so. Das sage ich jetzt als absoluter Laie. Das Zweite war, man war so ein bisschen sozialisiert in bestimmte Parteien. Also das hat auch viel sozusagen soziales Umfeld, familiär, wo bin ich als junger Mensch irgendwie hingekommen und so solche Dinge. Und das Dritte ist aber, wenn diese Diagnose stimmt, dann ist das die, glaube ich, die dem Vorwurf unterliegt, dass sozusagen so eine gewisse thematische Beliebigkeit manchmal ausgemacht wird in der Politik. Weil es eben für Parteien immer wichtiger wird, da letztlich auch bereicher zu werden. Ja, beziehungsweise in manchen Fragen auch eine große Homogenität. Oder das, genau. Was ja jetzt auch in bestimmten politischen Fragen wahrscheinlich auch dazu führt, dass eine Partei wie die AfD mit ein paar Positionen plötzlich eben zweitstärkste Partei in den Umfragen sein kann. Das ist ja auch Interessantes. Ich wollte aber was anderes dringend jetzt machen, weil wir jetzt schon wieder so ein Wort verwendet haben. Vorhin, als wir angefangen haben, kurz zu sprechen, wollte ich mal fragen, können wir einmal sagen, was Ethik eigentlich ist? Ja, also, vielen Dank. Alter Schwede, es ist wirklich eine Frechheit, weil Deontologie, na ja, okay, wir müssten einmal kurz erklären, gerne auch länger. Was ist nochmal Ethik genau? Ja, also ich habe mit Deontologie nicht angefangen, da möchte ich hier mal einmal. Das war, ich weiß, sie haben, es ist mir noch nie, es ist mir selten, es ist schon mal vorgekommen, dass jemand die Frage beantwortet, bevor sie gestellt wird. In dem Fall war das so. Sie haben sich für deontologisch, glaube ich, hieß es entschieden, bevor ich die Alternative nennen konnte. Was ist Ethik und was gibt es da so für Geschmacksrichtungen? Also, Ethik ist die Theorie der Moral. Was ist Moral? Moral ist die Gesamtheit unserer Wertüberzeugung, unserer moralischen Bauchgefühle, der moralischen Regeln, die wir als Gesellschaft haben, also da gibt es auch unterschiedliche Beschreibungen, aber so eine standardmäßige ist eben, das ist im Prinzip alles, was uns sagt, wie wir handeln sollen. Wenn es meinem Nachbarn schlecht geht, helfe ich dem. Das ist eine moralische Überzeugung. Das ist auch durchaus eine moralische Regel. Und darüber nachzudenken, warum sollte ich dem helfen? Und wie begründe ich das? Und was hat das für Implikationen? Was kann das für Folgen haben? Wenn ich nicht helfe. Wenn ich nicht helfe oder wenn ich ihm zu oft helfe oder so. Also all diese Art von Reflexion, das ist das Nachdenken über die moralischen Überzeugungen, Werte und Regeln, die wir so haben. Und das ist Ethik. Das heißt, Ethik ist die Theorie der Moral. Ethik ist das Nachdenken über die Moral. Und das gibt es in unterschiedlichen Spielarten. Und ich habe deswegen eben bei der Deontologie-Frage so schnell gezuckt, weil ich eine Form der Ethik betreibe, die sehr viele betreiben, die auch öffentlich, also die über echte, es gibt ja Metaethik, ja, es gibt also die Ethik der Ethik. Es gibt die Theorie der Ethik. Ja. Das ist Metaethik. Es gibt, also hochtheoretisch, da wird dann so sprachphilosophische Ethik und was weiß ich nicht, was es da alles gibt. Dann gibt es bestimmte Ethik-Familien, die sind ganz klar partikular. Die sind nur zugänglich für Leute, die bestimmte Wertüberzeugung von vornherein teilen. Also zum Beispiel, was weiß ich, christliche Sozialethik. Die Vertreterinnen und Vertreter sind eher gläubig. Ja. Und meistens christlich. Hilft. Hilft. So was. Und dann gibt es aber so die großen Familien, die großen Ethik-Theorie-Familien. Und das sind die Deontologie, die konsequentialistische Ethik. Also die Deontologie ist die, wird als Pflichtethik manchmal beschrieben oder als die Ethik von, von Gesetzmäßigkeiten und Normen. Also es gibt bestimmte Regeln, die befolgt werden müssen. Um der Regel willen. Ja. Und dann ist der Konsequentialismus, die Folgenethik. Also das ist die Ethik, die sagt, es geht um das, was hinten rauskommt. Und nicht so, gar nicht so sehr um die Regel an sich. Wenn eine Regel zu schlechten Folgen führt, dann heißt das eine schlechte Regel. Das ist in der Deontologie eben anders. Ich mache das jetzt super, super Holzhammer-mäßig. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe. Das ist die Gruppe der Tugendethiken. Da geht es sozusagen um die moralische Haltung desjenigen oder derjenigen, die ethisch relevante Entscheidungen trifft. Wenn man so wie ich und wie viele andere in einer Bereichsethik unterwegs ist, also die sich dann auch, die sehr angewandt ist, also nicht darüber nachdenkt, theoretisch, warum ist jetzt, was weiß ich, der Konsequentialismus der Deontologie überlegen oder umgekehrt. Da gibt es ja auch extrem viel tolle philosophische Arbeit dazu. Sondern wenn man sagt, man möchte diese Frage nicht abstrakt diskutieren, sondern man möchte über konkrete Probleme oder Herausforderungen nachdenken und das ethisch-theoretische Handwerk soll ich darauf anwenden, dann machen viele, dann gibt es so, also da gibt es viele Wege, das zu beschreiben, was weiß ich, überlegungsgleichgewicht, kohärentistische Ethik, was auch immer. Da kann man entweder mit sogenannten Prinzipien mittlerer Reichweite arbeiten, auf die können sich nämlich sowohl die Deontologen, ich weiß, es wird super theoretisch und kompliziert und wir sind die wie in Stunde fünf. Jochen ist Physiker, der wird jetzt gerade erst ein bisschen schwach sein. Da kann man dann zum Beispiel mit sowas arbeiten und das machen wir in der Medizinethik unter anderem mit einem Satz von Prinzipien, bei dem man sagt, das sind sozusagen Abkürzungen, das sind Überschriften, weil wir gehen nicht auf die Letztbegründung, du musst jetzt nicht sagen, du bist im Herzen hier Deontologe, totaler Kantianer und du bist der totale Konsequentialist, da kommt ihr nie auf den grünen Zweig, sondern können wir ein Prinzip finden, wo wir beide sagen, egal wie unsere Letztbegründung ist, das finden wir beide wichtig und wir finden sogar Wege, das beide auf dieselbe Art und Weise zu definieren und auszulegen und das funktioniert. Das ist konkret entstanden, tatsächlich, also das berühmteste Buch, das es dazu gibt, das sind die Principles of Biomedical Ethics, das ist sozusagen das große Lehrbuch der Medizinethik, gibt es inzwischen, glaube ich, auch endlich bald auf Deutsch, aber ansonsten gibt es, glaube ich, die zwölfte Auflage auf Englisch und das waren zwei, einer war ein, ich glaube, atheistischer Konsequentialist und der andere war ein tiefreligiöser Deontologe und auf der Ebene der Letztbegründung kommen die überhaupt nicht zusammen. Der eine ist gläubig und sagt zum Embryo, selbstverständlich, das ist das heilige menschliche Leben und der andere sagt, Zellhaufen und wichtig ist doch, was du da bei der Forschung rauskriegst. Die kommen nie auf einen grünen Zweig. Aber die konnten und die saßen zusammen in Kommission, so in den 70er Jahren und haben einfach gemerkt, nee, auf der Ebene können wir das in der Pfeife rauchen, das wird nichts. Trotzdem müssen wir ja irgendwie was Kluges dazu sagen, wie gehen wir damit um, wenn Patientinnen und Patienten an irgendwelchen Beatmungsmaschinen hängen monatelang und die Angehörigen kommen und sagen, das ist nicht gut, das wollen die nicht. Sagen wir dann, Heiligkeit des Lebens ist absolut, das sagt dem atheistischen Konsequentialisten gar nichts, der sagt nämlich, Moment mal, da liegt ein Mensch, der leidet, den müssen wir jetzt sofort abstellen. Wie kriegen wir das denn irgendwie hin, dass die trotzdem miteinander reden können? Und die können reden, und das tun wir in der Ethik sehr viel, in der angewandten und insbesondere der angewandten Medizinethik, die können reden auf der Ebene dieser Prinzipien mittlerer Reichweite, die können sich darauf einigen, Autonomie, Selbstbestimmung ist immer wichtig. Und es ist egal, ob du das irgendwie als Gottes-Ebenbildlichkeit formulierst und du leitest das her aus den sozusagen Effekten, die das auf das gute menschliche Leben hat. Nein, ihr könnt euch einigen, Autonomie, Selbstbestimmung ist wichtig, wir definieren das in der Art und Weise, können wir uns zusammen einigen und dann wenden wir das an. Das nächste ist Fürsorge oder Wohltun, ärztliche Fürsorge, ein klassisches ethisches Prinzip. Das dritte ist ein uraltes medizinethisches Prinzip, Nicht-Schadensprinzip, primum nil nocura, also als erstes mal keinen Mist machen und niemandem schaden. Und das vierte ist Gerechtigkeit. Jedes dieser Prinzipien kann natürlich Bibliotheken füllen, ist schon völlig klar und füllt auch in diesem Lehrbuch dicke Kapitel, aber daraus kannst du sehr viel ableiten und das funktioniert recht gut. Es wird ja noch ergänzt, weil sowas wie Solidarität zum Beispiel ist nicht dabei. Dann gibt es Leute, die insbesondere im deutschen Diskurs, die sagen, Moment mal, Menschenwürde muss unbedingt noch dazu, wobei es viele auch gibt, die sagen, naja, es gibt auch Autonomie-basierte Menschenwürde-Konzepte, also das sind dann auch wieder so theoretische Diskussionen, aber man kommt damit relativ weit. Welches Verhältnis haben Sie eigentlich zum Glauben? Ich muss noch ganz schnell was loswerden. Wenn ich hier schon sowas gefragt werde und das ist hier alles gesagt, dann muss das noch raus, aber dann kommen wir zum Glauben. Moment, Moment, Moment. So, und damit kommt man relativ weit, das machen wir auch im Ethikrat. Also die meisten Ethikrats Stellungnahmen, nicht die kurzen Empfehlungen, aber die meisten Ethikrats Stellungnahmen haben ein Kapitel, wo wir die relevanten, für die Fragestellung relevanten ethischen Prinzipien einmal aufblättern und sagen, was sind die Prinzipien, die wir hier eigentlich anwenden und dann wenden wir die auf die Problematik an, dann leiten wir aus denen, was sagt uns hier Respekt vor Selbstbestimmung, was sagt uns hier Fürsorge, woran müssen wir da alles denken, was sind die überhaupt die Fürsorgepotenziale, da geht es dann meistens um Chancen und so, was ist das, was nicht schaden, was sind also die Risiken, was kann schief gehen und so weiter und so fort und Gerechtigkeitsfragen und was auch immer noch an Prinzipien dazukommt. Und dann gibt es noch was und deswegen will ich das noch schnell sagen, weil ich bei der Deontologie so gezuckt habe, denn viele, insbesondere meine alte Lehrerin wird sagen, Moment mal, du bist doch gar keine Deontologin, was ist denn das, wieso hast du da sofort Deontologie gesagt? Wenn, ich bin ja hier dann immer noch auch als Ratsvorsitzende, die Art von, sagen wir mal, gesellschaftsorientierter Ethik, die wir da im Ethikrat machen, die hat am besten mein geschätzter Kollege Karl Friedrich Goethe man sozusagen rekonstruiert, indem er sagt, als erstes musst du die harten roten deontologischen Linien ausbaldobern. Das ist bei uns Verfassungsrecht. Das ist Menschenwürde, ja, weil das ist das höchste Prinzip der Verfassung, das einzige, was nicht abgewogen werden darf, alle anderen Grundrechte, die Würde des Menschen ist unantastbar und das ist, ne, Grundgesetz, Paragraf 1 und steht über allem, alle anderen Grundrechte dürfen abgewogen werden. Ja, wissen viele nicht, also sind vom Stuhl gefallen, als Herr Schäuble vollkommen zu Recht und wir haben vom Ethikrat auch was Ähnliches gesagt, gesagt, das Grundrechtsschutz des Lebens ist nicht abwägungsresistent. Ja, auch das darfst du abwägen. Sonst könnten wir in der Medizin, müssten wir immer bis zum aller, aller, allerletzten alles machen und dürften niemal auch sagen, weißt du was, jetzt darf der Tod mal zugelassen werden. Das heißt, das ist mal das Erste, was du machst, du machst sozusagen, der hat so ein Trichtermodell, ich finde das super, du machst als erstes die harten deontologischen Nielen, also kommt es mit irgendwelchen Sachen zu Menschenwürdeverletzungen. Wenn du das hast, dann ist die Nummer durch. Deswegen ärgere ich mich auch so darüber, dass an allen Ecken und Enden gebrüllt wurde in der Pandemie, ich muss das mal so sagen, dass das alles irgendwelche Menschenwürdeverletzungen sind. Wo ich sage, ne, 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 ihr lieben Leute, wir haben relativ klar definiert, was Menschenwürdeverletzungen sind. Wir haben ein Bundesverfassungsgericht, das sich damit über Jahrzehnte beschäftigt hat und immer zu brüllen, ich darf nicht mehr in die Kneipe und das ist eine Menschenwürdeverletzung, können wir alle mal durchatmen. Ja, da habe ich mich sehr drüber geärgert. Das war eine Trivialisierung der Menschenwürde, was nicht heißt, dass es nicht zu einzelnen Menschenwürdeverletzungen gekommen ist. Es gibt ein sehr interessantes Gutachten von Herrn Hufen, einem wunderbaren Mainzer, jetzt inzwischen emeritierten Verfassungsrechtler, der in den Pflegeheimen durch diese ganz harten Isolationspflichten, die insbesondere in der ersten Phase der Pandemie galten, Menschenwürdeverletzungen ausgemacht hat. Also das ist schon eine ganz relevante Kategorie. Das ist das Erste. Das musst du mal rausfinden, das sind die deontologischen Linien. Deswegen habe ich gezuckt. Dann kommt als Nächstes, innerhalb dieser deontologischen Linien, kommt so ein Nutzen. Ich gucke ihn nicht an, weil er ist schon unrund und ungeduldig. Ich führe das jetzt zu Ende. Überhaupt nicht. Nein, ich will gar nicht nachfragen. Ich muss das eben raushauen. Innerhalb, weil das ist Konzept, innerhalb dieser deontologischen Linien darfst du eine Kosten-Nutzen-Abrechnung machen. Das ist Konsequenzialismus. Da darfst du eben fragen, also was Wohltunen, wo schaden wir der Autonomie, was sind die Risiken. Das darfst du alles rauf und runter, also Positives und Negatives, sagen wir es mal ganz platt. Und danach kommt noch eine Ebene und das ist sozusagen, also wenn man ganz krumm durchguckt, so ein bisschen was Tugendethisches, aber eigentlich eher was Gesellschaftsethisches, da geht es dann um sowas wie soziale Akzeptabilität. Da kannst du alle möglichen sozialwissenschaftlichen, empirischen Daten mit einbeziehen. Wie kommen Dinge in der Bevölkerung an? Was hat das für, sozusagen verschiebt das noch irgendwelche sozialen Standards? Und all diese Dinge, die auch sehr wichtig sind. Das ist ein Trichtermodell. Das finde ich total super. Und das ist eigentlich, das ist das am ehesten, glaube ich, rekonstruiert, was wir im Ethikrat machen. Und das ist auch tatsächlich das, wie ich Ethik betreibe. Fertig. Danke. Darf ich kurz eine Nachfrage stellen? Unbedingt. Weil ich glaube, immer noch nicht klar ist, wenn man das nicht täglich macht, diese Geschmacksrichtungen von Ethik, über die Sie gerade sprachen. Mir hilft es total, wenn man so ein Beispiel im Kopf hat. Also fangen wir mal an, weil Sie das jetzt so herausgestellt haben. Deontologie, das benutzt man jetzt nicht täglich. Das ist es, was Kant so zum Beispiel gedacht hat, nehme ich mal an. Und so der kategorische Imperativ hat man schon mal in der Schule gehört. Was ist ein cooles Beispiel, um in einer, in einem Satz oder in drei Sätzen zu sagen, das ist jetzt so, so ist die Kant'sche Haltung und so grenzt die sich zum Beispiel ab von diesem konsequenzialistischen, utilitaristischen Leuten. Genau, also Utilitarismus. Die sagen immer, was hinten rauskommt, ist wichtig und der Kant sagt, unabhängig davon. Ganz wichtig, dass man nicht Utilitarismus und Konsequenzialismus gleichsetzt, weil Utilitarismus ist eine bestimmte Form der Nutzmaximierung. Da geht es schon wieder los. Ja, sorry, Philosophie ist kompliziert. Tut mir leid. Ich weiß, deswegen, da gehe ich in das Detail, bin ich noch nie öffentlich gegangen. Deswegen sagen viele Leute, ich habe schon, ich werde jetzt gleich, das längste Interview, was ich je gemacht habe bisher, war ... Das ist eine gute Einschränkung. Also es ist ja kein Interview, es ist ein Gespräch, was wir hier führen. Ja, ja, ja. War bei Jung und Naiv. Ja. Das ist ja auch sehr lang. Und da bin ich am weitesten gegangen und werde jetzt auch dasselbe Beispiel verwenden, weil es einfach das knackigste ist. Gerne, total, ja. Aber ich bin auch da nicht weiter in Details gegangen und ich kann total verstehen, dass Leute dann sagen, und das kam auch da, ich sage, ja, aber was denn nun, was macht ihr denn da wirklich? Du hast ja immer nur alles prinzipiell beschrieben. Ich sage, ja. Weil dann eigentlich muss man dann nämlich richtig noch in die Details gehen, auch in die Details dieser Theorie schulen. Und das ist einfach trocken und kompliziert. Okay. Also auf keinen Fall, auf keinen Fall Utilitarismus und Konsequenzialistisches durcheinander bringen. Ja, nicht gleichsetzen. Also der Utilitarismus ist eine Theoriefamilie in der noch breiteren Familie des Konsequenzialismus. Nämlich die, 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 da gibt es auch ganz viele, gibt es in der Regel. Aber Angela Merkel hat doch immer gesagt, entscheidend ist, die ist ja auch eine alte Utilitaristin. Nein, wenn dann Konsequenzialistin. Konsequenzialistin. Die meisten Politikerinnen und Tendenzen. Schaut. Das ist ja auch alles ein bisschen, insofern kukulores Kinder. Es ist ja so, am Ende des Tages muss man es ja sowieso zusammenführen. Ja, Politik und Rechnung. Aber können wir es jetzt einmal sagen? Ja, ich tease ja, nur weil das Beispiel kommt ja gleich. Aber meistens muss man das sowieso zusammenführen. Aber es gibt Beispiele, in denen das auf die Spitze getrieben ist und das Beste, das es gibt. Das hilft total. Es ist ein echtes. Ich kann auch zwei sagen, aber das eine ist, dass Luftsicher, ist das das Luftsicherheitsgesetz? Ja, das Schirach. Das berühmte Schirach. Ja, das ist nicht Schirach. Der hat das auch noch ab. Entschuldige, liebe Grüße an den Schirach. Aber das ist ein echter Fall. Ja. Das ist dieses Gesetz, bei dem es darum ging, darf der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin, also anders, ein Flugzeug fliegt mit 300 Passagieren und wird gekapert von Terroristen und fliegt auf eine Kleinstadt zu, eben Mürn, 50.000 Einwohner, hat riesige Bombe an Bord und wenn es da drauf kracht, sind die 50.000 tot. Darf der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin, das abschießen? Den Befehl geben, das abzuschießen, bevor es auf... oder ein Staat... Also es ist schon wichtig, dass es da nicht noch eine ewig lange Befehlskette gibt. Das muss schon Bundeskanzler sein. Also wer auch immer die Streitkräfte befehlen kann... dass das zulässig ist. Und das ist in Deutschland verfassungswidrig und zwar deswegen, weil unsere Verfassung relativ kantianisch geprägt ist. Und das erkläre ich jetzt. Deontologisch würde man sagen, es gibt die Regel, der Staat darf niemals Menschen nur deswegen töten, um andere zu retten. Das ist, und jetzt kommen wir zur Schule, das ist eine Verletzung des Instrumentalisierungsverbots durch den kategorischen Imperativ. Der sagt nämlich, du darfst niemals Menschen nur als Mittel zum Zweck verwenden. Immer auch als Zweck an sich. Das bedeutet, ich darf auch nicht die 17 Superorgane daraus, ich darf jetzt sie nicht umbringen und ihre 17 Organe rausholen, um damit 17 Menschen zu... Das begrüße ich. Schön, ne? Ja, persönlich begrüße ich das. Das ist der kategorische Imperativ sozusagen in der Praxis. Findet man sehr einleuchtend, ne? Denkt man sich ja. Na ja. Moment, Moment. Was sollen denn die drei... Ich mache das, man muss heuristisches Wohlwollen heißt immer, die Argumente so stark wie möglich zu machen. Und da sind wir noch nicht mit fertig. Denn die 300 haben ja voll... Seid ihr denn bescheuert? Die können wir doch nicht nur deswegen abschießen, damit ich die anderen da rette. Ich habe auch ein Recht auf Leben. Ich habe auch ein Recht darauf, dass mich der Bundeskanzler schützt oder die Bundeskanzlerin. So. Aber gleichzeitig, und das ist das konsequenzialistische Argument, was passiert denn? Im einen Fall sterben 300 Leute und im anderen Fall 50.000. Und da haben wir sofort alle mal die moralische Intuition. Natürlich ist das besser, wenn 300 sterben, als wenn 50.000 sterben. Oder meinetwegen 10.000, wie viele auch immer da in dem Stadion sind. 80.000. 80.000. Das ist doch klar, oder? Du musst doch gucken, was hinten rauskommt. Ist doch scheißegal, was die Regel ist. Am Ende zählt doch, wie viele Menschenleben du retten kannst. Und das ist aus meiner Sicht ein super Beispiel. Weil ich kann beide, das ist ein schönes, kommen wir zurück zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Es ist natürlich beides richtig. Es ist beides richtig. Und es ist fürchterlich, dass man zwischen diesen beiden entscheiden muss. Und es gibt ganz viel Forschung, empirische Forschung, die untersucht hat, wie Menschen denken. Also sozusagen, die gar nicht über Ethik irgendwie theoretisch nachdenken, sondern einfach, wie würden die auf diese Frage antworten. Das unterscheidet sich in Gesellschaften. Das ist offensichtlich auch irgendwie kulturell geprägt. Aber es gibt tatsächlich beides. Es gibt die eine Gruppe, die sagt, am Ende des Tages kannst du das nicht machen. Du kannst nicht die 300 einfach so instrumentalisieren. Nur dafür zu nutzen. Das ist, als würdest du die nehmen und mit denen irgendwie, ja, oder als würdest du dich aufschneiden, damit du 17 andere retten kannst. Das geht nicht. Das darfst du nicht machen. Und die anderen sagen, bist du das wahnsinnig fette Beute? 50.000 Leute sterben und im anderen Fall nur 300. Da musst du gar nicht drüber nachdenken. Und wir haben in Deutschland entschieden und unser verfassungsrechtliches System ist der Gestalt, dass wir sagen, wir geben der Deontologie da den Vorzug. Wir sagen, du darfst das nicht. Der Staat darf das nicht. Da gibt es dann diese Diskussion, was ist, wenn das irgendwie ein einzelner, ein Beamter, der einfach nicht anders kann und sagt, ich muss jetzt und so. Der macht sich dann aber schuldig. Ja, wenn der sagt, ich mache das jetzt sozusagen, I'm going rogue, ja, und ich drücke jetzt auf diesen Knopf und ich schieße ab. Aber der Staat an sich in der Person des Bundeskanzlers, der Bundeskanzlerin, die Staatsgewalt, darf nicht die eigenen Bürger so instrumentalisieren. Das ist bei uns verfassungsrechtlich nicht zulässig. Das ist ein klassisches Beispiel, wo, wie ich finde, diese zwei Theoriegruppen so richtig gegeneinander stehen. Ich kann mich komplett täuschen, aber haben wir mit Thomas de Maizière nicht auch kurz darüber gesprochen? Ja, der war ja dabei damals. Und er sagte, glaube ich, und wenn ich halluziniere, beschimpft mich, er würde das so entscheiden, er würde anweisen, das Flugzeug abzuschießen und sofort zurücktreten und sagen, ich habe mich hochstrahlt. Schuldig gemacht. Ich habe mich schuldig gemacht. Ich trete sofort von allem um. Das ist das, was ich mit den Beamten gesagt habe. Also ein Sündenesser. Ja, ja. Ein Sündenesser. Es gibt ganz viele dann so Überlegungen, wie kann man da dann noch rauskommen? Und wenn du mich zwingen würdest, ich würde es genauso machen. Sie selber auch. Aha. Ich würde es auch persönlich so machen. Und ich finde, und es gibt eben noch andere Beispiele. Es gibt zum Beispiel den Tyrannenmord. Also du tötest Putin. Aber es gibt nun mal ein Tötungsverbot. Das ist ein absolutes Tötungsverbot. Das ist ein deontologisches Gebot. Ja, aber gleichzeitig sterben dann vielleicht, was weiß ich, Tausende oder sogar Millionen und so weiter und so fort. Also es gibt viele solche Beispiele. Das wird auch schon durch die, es wird durch die Geschichte der Philosophie, und das sagt uns was, dass das so lange diskutiert wird, weil das nämlich heißt, das kannst du nicht einfach lösen. Es ändert sich über die Jahrhunderte dann auch immer natürlich, ändern sich dazu die Einstellungen und Einschätzungen. Es ist wie gesagt kulturell teilweise unterschiedlich, aber bei uns ist das nun mal, das ist eben nicht vereinbar mit der Menschenwürde, dass du als Mensch so instrumentalisiert wirst durch die Staatsgewalt. Das geht einfach nicht. Und entsprechend ist das sehr, wie ich finde, sehr nachvollziehbar argumentiert, ob es sozusagen aus ethischer Perspektive richtig entschieden ist. Nach wie vor offen, finde ich. Aber verfassungsrechtlich, glaube ich, gibt es da auch gar keine so allzu großen, also es wurde schon sehr kontrovers diskutiert, natürlich, aber gibt es da gar nicht so allzu große, ähnlich war der Jakob vom Metzler-Fall, Folterverbot. Der entführte Sohn der Bankiersfamilie aus Frankfurt. Genau. Und da ging es darum, wie kann man rausfinden, wo der versteckt ist. Genau, es gibt halt absolutes Folterverbot und wenn du das dann sozusagen trotzdem machst, wegen des Outcomes, um diesen entführten, und das entführte Kind zu retten, machst du dich aber trotzdem auch schuldig. Und dann gibt es, jetzt mal ein bisschen weniger dramatisch, gibt es eben in der Medizin tatsächlich auch viele Konstellationen. Und die eine habe ich ja schon angeteasert. Du hast diese Situation, dass du eigentlich in der Medizin sagst, also es geht darum, Leben zu retten. Und ganz sicher nicht irgendwie darum, Leben zu verkürzen, zum Tod beizutragen, aber du kannst in eine Situation kommen, wo das Ergebnis davon so schrecklich ist, dass du sagst, okay, jetzt müssen wir wirklich, sozusagen ist die Frage, wechseln wir auf eine konsequenzialistischere Perspektive. Und in der Medizin ist das deswegen ein bisschen einfacher, weil du da nicht so dieses ganz große, Bürger versus Staat und du musst das gesetzlich und so, sondern du hast den Einzelfall. Aber es geht um Leben und Tod. Es geht immer um, es geht oft um Leben und Tod, aber du kannst beim Einzelfall spielen natürlich die Folgen dann doch eine gewichtigere Rolle. Die individuellen Folgen für den einzelnen Patienten. Und trotzdem hast du natürlich bestimmte Regeln, die einfach zu befolgen sind, auch ärztlicherseits. Und die wurden über die Diskussion sozusagen, dass da bestimmte deontologische Regeln, die früher härter interpretiert wurden. Also du darfst niemals zu Lebensverkürzungen beitragen. Inzwischen ist das völlig anders. Inzwischen darfst du das. Es gibt ja diese Grauzone. Es ist gar keine Grauzone, sondern es kann wirklich nicht nur zulässig, sondern geboten sein, dass du ein qualvolles Sterben beschleunigst zum Beispiel. Oder ab, also wenigstens die Hürden, die du dem noch in, ja, also irgendwelche künstliche Beatmung und so weiter, die du dem noch in den Weg stellst, beseitigst. Damit dieser Mensch schneller würdig versterben kann. Und das wird häufig, also das wird auf dieser Ebene diskutiert und argumentiert. Aber da kommt man oft, muss man gar nicht auf diese Ebene, weil wir inzwischen das abkürzen, damit wir da nicht immer die großen Diskussionen zwischen Deontologie und Konsequentialismus führen müssen, sondern wir haben das im Prinzip über diese Prinzipien mittlerer Reichweite gemacht. Du gehst an so einen Fall ran und du klapperst das ab. Du sagst, okay, was respektiert hier die Selbstbestimmung des Patienten am ehesten? Wie können wir dem Patienten hier wirklich noch was Gutes tun, Wohltun? Was diktiert uns die ärztliche Fürsorge? Und was ist hier, womit schaden wir gegebenenfalls? Und Gerechtigkeit spielt dann meistens bei diesen individual-ethischen Fällen gar nicht so eine große Rolle. Und da kommst du dann relativ weit. Weil wenn dir dann, wenn ganz klar ist, der Patient will nicht mehr, deine Patientenverfügung oder die Angehörigen sagen, Moment mal, also das ist wirklich das Letzte, was unser Vater wollte, erstens. Zweitens, du kannst für den nicht mehr wirklich, also du kannst auch nicht mehr was anbieten, du kannst auch nicht sagen, der wird jemals noch das Krankenhaus verlassen oder so. Und du machst noch irgendwie eine wahnsinnig invasive Therapie, ja, so künstliche Beatmung und so, wie eigentlich niemand wirklich sterben möchte, dann bist du relativ schnell dabei. Da musst du gar nicht groß Konsequentialismus versus Deontologie machen, sondern du kannst dann sehr begründet sagen, hier ist es entweder zulässig oder geboten, das hängt immer von der Konstellation ab, dass man dann die Behandlung einfach beendet. Fast scheint es so, als wäre die Realität zu schmutzig für Kant. Ja. Also alles, was wir besprechen, ist, der Kant hat ja, wenn wir jetzt so ein Philosophenquartett spielen, der Kant sticht nicht mehr, weil das ist einfach im Konkreten immer blöd. Ja, ja, ja. Irgendwie, oder? Das ist total witzig. Jetzt diese ganzen Beispiele. Das ist witzig. Ich kam aus der Philosophie so als junge Medizinethikerin und da war ich auch noch stärker, natürlich irgendwie sozialisiert und beeinflusst von meiner philosophischen Ausbildung und habe immer so ein bisschen die Nase gerümpft, so auf den allerersten Kongressen, auf die ich gefahren bin, über die klinischen Ethikerinnen und Ethiker, die immer wieder gesagt haben, am Ende sind das dann Einzelfallentscheidungen. Wie war es Einzelfallentscheidungen? Können wir das hier bitte mal ein bisschen auf eine allgemeinere Ebene hängen? Rigide bitte. Nicht unbedingt rigide, aber hallo, da muss man noch ein bisschen verallgemeinern. Was ist das denn? Können wir nicht jedes Mal irgendwie neu? Und natürlich, je länger man das macht und je mehr man das dann auch wirklich macht, stellen wir fest, ja, was sind Einzelfallentscheidungen? Du hast einen natürlichen Rahmen. Du hast einen rechtlichen Rahmen und du hast bestimmte Dinge, die sind eindeutig klar, wo die Prinzipien sozusagen durchschlagen, aber du musst dir ja trotzdem immer den Fall nochmal angucken. Das heißt, je älter man wird und je mehr Erfahrungen man macht, desto weniger rigide wird man. Komplizierter wird es. Ja, und desto schneller sieht man bei einem Fall, wie die Prinzipien darauf anzuwenden sind und was am Ende rauskommt, aber desto mehr hat man Respekt davor, wenn die Praktikerinnen und Praktiker, die das machen, sagen, also so alles so verallgemeinern ist nicht hilfreich. Im Gegenteil, wir haben die Prinzipien, aber die brechen wir dann runter, die müssen wir dann anwenden auf den Einzelfall und das muss man sorgfältig machen und da kann jedes Mal, je nach Konstellation, wirklich was anderes rauskommen. Das verstehst du, wenn du aus einem philosophischen Seminar kommst. Das ist nämlich genau das mit dem Dreckig. Das finde ich ganz toll. Mein Gott, ich rede immer noch wie ein Wasserfall. Ich weiß noch, ich war in England und da habe ich sehr viel politische Philosophie gemacht an der UCL und da kam immer dieser Begriff der Non-Ideal Theory auf. Und ich habe am Anfang echt nicht verstanden, was das ist. Also der nicht-idealen Theorie. Nicht-ideale Theorie. Und ich habe das am Anfang nicht, in Deutschland habe ich das auch schon ein paar Mal gehört, aber da ging es dann ständig um Non-Ideal Theory, bis ich verstanden habe, Non-Ideal Theory ist Realität. Das fand ich toll. Also es ist ein bisschen verkürzt, aber da habe ich total gesagt, ah, okay. Das merkt uns. Das ist ziemlich gut. Ein Hammerdiss, oder? Ein Hammerdiss. Das ist ziemlich gut. Und das war so ein Erweckungserlebnis, wo ich gedacht habe, aha, also mich interessiert offensichtlich eigentlich nur die Non-Ideal Theory. Die Ideal Theory interessiert mich überhaupt nicht, weil die hat mit der Realität nichts zu tun, denn die Realität ist schmutzig, in dem Sinne. Und die Medizinethik ist halt in dem Sinne auch eins von den Schmuddelfächern, weil wir halt die ganze Zeit mit echten, mit der Non-Ideal Theory, mit der total Non-Ideal Theory uns beschäftigen. Sagen Sie, was ich von der Minute schon mal fragen wollte. Ja, entschuldige Christoph, wir sind hier kurz eingegangen. Nein, also das war ja sehr spannend gerade, im Gegenteil. Welches Verhältnis haben Sie eigentlich zum Glauben? Ah ja, Glauben. Sie haben sich jetzt gerade so zur Seite gedreht. Ja, weil ich mir eigentlich vorgenommen habe, dass ich in meiner Amtszeit die Frage nicht beantworte. Ich überlege jetzt gerade, ob ich das mache oder nicht. Sie müssen es nicht beantworten. Vielleicht können Sie sagen, warum Sie es nicht beantworten wollen. Finde ich genauso interessant. Ja, weil natürlich, also ich beantworte die Frage immer so, dass ich auf die ganz privaten Überzeugungen da nicht eingehe. Ich bin und ich arbeite wirklich sehr gut und sehr gerne auch mit den religiös geprägten oder mit denen, die religiös geprägte ethische Theorien vertreten zusammen. Aber ich selbst bin eine säkulare Ethikerin. Also für mich ein Argument zieht nicht, wenn du mir sagst, ja, das ist halt in meinem Glauben so. Dann sage ich ja, das mag sein. Aber das ist dann nur für die Anhängerinnen und Anhänger deines Glaubens relevant. Und für mich in dem Fall nicht. Das mag schon so sein dann vielleicht in dem Einzelfall. Aber ich verlange dann, und das ist das, was die säkulare Ethik macht, ich verlange dann Argumente, die für alle unabhängig von religiösen Überzeugungen nachvollziehbar, verstehbar und letztlich auch belastbar sind. Was nicht heißt, dass nicht auch, weil die Argumente kommen dann durchaus, dass man zum Beispiel sagt, naja, wir haben eben bestimmte, sagen wir mal, christlich geprägte Überzeugungen und es gibt durchaus Argumente zu sagen, die wollen wir in bestimmten Bereichen zumindest respektieren und so. Das sind Argumente, die für mich auch absolut gut nutzbar sind. Aber man kann eben nicht sagen, ja, Moment mal, das ist das heilige menschliche Leben. Das funktioniert. Da kann ich dann nur sagen, okay, das ist ein Argument, das wird vorgebracht, aber das wird eben nur von denjenigen vorgebracht, die daran glauben. Was machst du mit denen, die sagen, das heilige menschliche Leben fängt für mich jetzt an, was weiß ich, Tag 60 an oder so. Unter den Religionen gibt es da ja auch unterschiedliche Konzepte. Und da bin ich sehr plural. Also da argumentiere ich sehr plural und deswegen bringen die religiösen Argumente andere ein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, religiöse Argumente spielen zum Beispiel in den Debatten des Ethikrates, uns wird ja immer vorgeworfen, wir hätten so viele Moraltheologen und überhaupt hätten wir einen Großteil der Mitglieder, die sich irgendwie sozusagen religiös zuordnen. Aber interessanterweise spielen religiöse Argumente, das kann ich wirklich, wirklich sagen. Ich habe das schon häufig gesagt, über die ganzen Jahre, aber es wird nicht weniger wahr. Die spielen eigentlich keine Rolle. Also guckt euch mal unsere Publikationen an, da sind keine religiösen Argumente drin. Ich glaube, das war früher ein bisschen anders, als es, insbesondere auch im nationalen Ethikrat, als es um diese Sachen so im moralischen Status des Embryo und sowas ging. Aber jedenfalls in meiner Ratsperiode hat das in meiner jetzigen, hat es bisher einfach wirklich keine Rolle gespielt. Und es ist aufgekommen in der vorherigen, bei der Keimbahn, als wir das Argument geprüft haben, ob die Keimbahn unantastbar ist. Und da gab es ein, zwei Ratsmitglieder, die das aus religiösen Gründen bejaht haben, aber der Rest nicht. Und die absolute Mehrheitsmeinung im Rat ist die Keimbahn ist nicht unantastbar. Und die, ich glaube, ein oder zwei, die gesagt haben, die ist unantastbar, die haben das für sich religiös motiviert, aber der ganze Rest des Rates nicht. Und da haben wir das aber aufgespalten, da haben wir jedes Argument einzeln geprüft und das sozusagen aufgespalten und sogar mit den Mehrheitsverteilen, das war total pluralistisch alles, sehr, sehr transparent. Da hat das nochmal eine Rolle gespielt, aber sonst spielt das tatsächlich keine Rolle. Darf ich nochmal so eine Laienfrage stellen, um das im Kopf klar zu kriegen. Wenn man keiner Religion angehört, hat man ja ein bisschen größere Probleme als die, die eine Religion haben, so ein Fundament überhaupt für ethisches Handeln zu finden. Warum sollte ich meinem Nachbarn helfen? Ich helfe ihm vielleicht, weil er mir morgen dann hilft. Wenn ich aber weiß, dass ich meinen Nachbarn nicht mehr brauche, warum sollte ich dem dann helfen? Ich brauche den ja nicht mehr. Nichts spricht gegen diese Haltung, es sei denn, darüber, darunter oder rüber, daneben liegt irgendein Fundament, das mir komplett abhanden kommen kann, wenn ich keinerlei Glauben habe. Und das will mich schon mal, ich weiß, das ist alles hundertmal besprochen in Ihren Vorlesungen, Seminaren, was auch immer. Es interessiert mich aber nochmal die Herleitung, warum sollte ich überhaupt irgendwie ethisch handeln? Also warum soll ich einer Moral anhängen, außer nützt mir jetzt? Ja, ganz kurz nur, ich glaube aber auch, dass die religiösen Moralen keine Garantie waren und sind dafür, dass ich mich ethisch verhalte. Aber sie sind natürlich eine Quelle der Moral, eine ganz wichtige. Und das sind sie übrigens auch noch für sehr viele. Und ich finde, das ist auch eine echt berechtigte Frage, was wir verlieren als Gesellschaften, wenn wir immer weniger religiös motivierte Moral haben. Ich würde sogar noch zuspitzen. Ich bin selber, wir sprechen öfter über Glauben in diesem Podcast. Es ist also keine News. Ich habe eine komplette katholische Grundausbildung. Ich würde jetzt, ich tue mich schwer damit, sozusagen die Bibel so ernst zu nehmen, wie ich das müsste, um wirklich Katholik zu sein. Ich fühle mich wahnsinnig wohl in der Gesellschaft von Katholiken und Innen und ProtestantInnen, weil ich weiß, welche ethischen Regeln die haben. Und die teile ich eigentlich zu 100 Prozent. Ja, ich teile jetzt nicht den Glauben, aber die ethische Ableitung davon finde ich super. Und ich fühle mich unfassbar wohl und fremde eigentlich mit anderen Weltanschauungen, weil es so, weil es so ein bisschen fishy ist, weil ich da nicht das Vertrauen habe. Ich finde das ganz wichtig, dass man da einmal betont, also erstens strahlen diese religiösen, moralischen Grundüberzeugungen schon auch noch aus, jenseits der Gruppe derjenigen, die da sozusagen formal Mitglieder einer Kirche sind oder wirklich sagen von sich auch, ich glaube daran, das ist mal wichtig. Das ist sozusagen das, was man oft sozusagen so christlich, christliche, ja geteilte Werte, die sozusagen gesellschaftlich irgendwie ja auch infundiert sind. Aber trotzdem ist das eine ganz relevante Frage, was passiert eigentlich, wenn wir immer stärker oder immer weniger religiöse Grundüberzeugungen haben. Wir haben auch immer mehr Religionen in Deutschland. Ich wollte gerade sagen, also wir haben zumindest immer weniger christliche. Ja, genau. Was nicht heißt, dass die anderen nicht auch Überzeugungen haben, aber da gibt es ja zum Teil durchaus die eine oder andere. Genau. Und man kann da ja auch Unterschiede ausmachen, so ist es nicht. Das ist aber in pluralistischen Gesellschaften nun mal einfach so. So, dann gibt es humanistische Überzeugungen. Die müssen nicht religiös sein, aber die können auch sehr, sehr tief motiviert sein. Die können zum Beispiel so ein bisschen anthropologisch motiviert sein, dass man einfach weiß, wir sind als Menschen gebaut, um einander zu helfen. Wir sind prosozial gebaut und natürlich die humanistischen Ideale, wir sind vernunftgeleitete Wesen und sozusagen aus der Vernunft, und da gibt es eine riesige, also Kant, aber auch viele, viele andere Theoretikerinnen und Theoretiker, die leiten eben daraus ab, dass man sozusagen, und die einen machen das ein bisschen emotiver, also die machen das über Empathie und Mitgefühl und solche Sachen, und andere machen es wirklich rein kognitiv, dass man sich eben reinversetzt in sozusagen die Situation des Anderen und daraus letztlich ableitet, ich sage es jetzt mal ganz platt, die goldene Regel, ja, was du nicht will, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu und so Grundprinzipien, das ist dann weiterentwickelt worden, stell dir vor, du hast einen Schleier des Nichtwissens, ja, und du hast gar keine Ahnung, wer du bist und was du bist, was wären so die Grundregeln, die du brauchst, und das haben schon auch viele Leute, die sagen, so ganz nur instrumental, ja, also du bist für mich nur was wert, wenn ich dich benutzen kann und wenn du mir nichts bringst, dann haue ich dich weg, das ist auch auf Dauer nicht nachhaltig, ja, da gibt es natürlich, aber das ist ja dann fast schon eine amoralische Haltung, sondern sehr viele Menschen, die von sich auch sagen, ich bin auch nicht, ich bin nicht religiös geprägt und so, das alles habe ich nicht, ordnen sich schon diesen humanistischen Überzeugungen zu, weil sie sagen, das sagt mir einfach, und das, aber vielleicht sind sie religiös geprägt, nur nicht religiös. Ja, das kann auch sein, das gibt es auch, und dann gibt es noch diejenigen, die sagen, für mich ist die Quelle, sind so Dinge wie zum Beispiel die Menschenrechte, ja, oder die Verfassung, die also sagen, ich suche mir bestimmte Normsysteme, die wir geschaffen haben als Menschen und ich sage, ja, das finde ich einleuchtend, das ist auch ein eher kognitiver Zugang, aber das ist einleuchtend, ja, also das ist sozusagen Minimalkonsens, den wir in der ganzen Welt irgendwie brauchen, den wir in einer riesigen Katastrophe geschaffen haben und das sind bestimmte Dinge, die beachte ich für mich in meinem Leben. Also es gibt da ganz, ganz viele, es gibt wirklich unterschiedliche Quellen der Moral, dann gibt es natürlich auch noch alle möglichen anderen, dann gibt es auch breit esoterisch, das heißt, da gibt es dann Leute, die an irgendwelche anderen, was weiß ich, Engel und sonstige Sachen glauben, die ihnen Quellen der Moral sind, ja, das ist, Moral ist extrem plural und was wir eben in der Ethik versuchen, ist, dass wir sozusagen die Grundüberzeugungen versuchen zu bündeln und zu verstehen und zu respektieren, dass die aus unterschiedlichen Quellen stammen können und ich habe so als eine ganz, also ich habe auch so eine anthropologische, da ist auch so ein anthropologisches Grundverständnis, ich glaube, wir wollen und wir brauchen das gut miteinander zu leben und umzugehen und das überkreuzt sich mit humanistischen Überlegungen, also auch mit eben letztlich auch der Besonderheit des Menschen und des Potenzials und der Fähigkeiten, die wir haben und auch sozusagen kantianisch unterlegten Überlegungen, dass sozusagen das, was ich tue, regelmäßig irgendwie so allgemeines Gesetz sein können muss, damit es eine Regel ist, die irgendwie Bestand hat, weil sonst enden wir im gegenseitigen einander niedermachen und kaputt machen und das wiederum passt dann nicht mit diesen anthropologischen Grundüberzeugungen zusammen. Also es gibt schon, es gibt zu, das ist eine wahnsinnig spannende Diskussion, woher das kommt und ich finde auch geil sowas wirklich, was man ja beim Wein und so auch mit Freunden gut machen kann, ja, dass du das mal aufhebelst. Oder hier. Oder hier. Soll ich mal versuchen, weiter da rein zu pieksen? Nee, bitte nicht. Naja, aber also sie haben jetzt schon einige Quellen von Moral aufgezählt, aber zwingend sind die ja nicht. Ja, wenn ich als Katholik geboren bin, dann sagen wir meinen Eltern, das ist so. Das brauchen wir nicht diskutieren, das ist so. Ist so. Ist so. Und das hat einen Riesenvorteil, natürlich, wenn die Regeln gut sind. Wenn die Regeln gut sind, hat das einen Riesenvorteil. Wenn ich das nicht habe, kann ich ja übermorgen mich entscheiden, mal völlig in anderen Richtungen anzuhängen. Und mir fehlt einfach dann dieses Urvertrauen, was ich so schick finde, wenn ich so drüber nachdenke. Und eine andere Sicht, also zum Beispiel das aus, der Mensch ist nun mal so geschaffen, als soziales Wesen, das glaube ich alles, als, sorry, Physiker, denkt man halt, ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das halt jetzt nicht auch nur irgendein probabilistischer Pfad ist, der sich halt so entwickelt hat und auf so einer Skala von einem Universum gedacht, das Universum hat keine Moral. Warum sollte ich also eine Moral haben? Das ist schon ein nicht völlig verrückter Gedanke, finde ich. Und Respekt vor Kant, ja, ich habe ihn nur zu zwölf Prozent oder ein Prozent kapiert, aber der Versuch, das von nichts herzuleiten, ist natürlich super. Ich sehe nur nicht, der war nicht so, also so richtig erfolgreich war er nicht, weil es hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Ich lerne, man soll keine Flugzeuge abschießen, kommt von Kant, aber so richtig überzeugend ist das nicht. Wahrscheinlich ist da eine riesige Leere. Also, da kommen dann die Existenzialisten ins Spiel. Ja, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Daraus ja auch noch was gemacht haben. Die haben wir noch gar nicht erwähnt. Man muss, man muss, zwei Dinge dazu. Das eine ist, es ist eine ungelöste Frage, die wir seit Jahrtausenden miteinander diskutieren und die wird, da werden wir hier auch heute Abend natürlich keine Lösung, obwohl das wäre natürlich, wenn wir noch ein paar Stunden weiter machen, noch eine Flasche Ich bin schon ganz froh, ich schenke mir noch ein Schluck Wein, aber vielleicht teile ich ihn auch noch. Ganz kleinen Schluck nehme ich noch. Ja, also das ist eine der großen Menschheitsfragen und Herausforderungen, aber ich möchte auch noch mal, und das ist sie deswegen, weil man jedes moralische System so angehen kann und jetzt fange ich mal an mit ihrem Katholizismus, denn sie haben da dieses Urvertrauen erlebt, aber ich glaube zum Beispiel die Schwulen oder Queeren oder auch Frauen, die da aufgewachsen sind, haben vielleicht dieses Urvertrauen nicht so entwickelt, weil sie sich von Anfang an in bestimmten sozusagen sozialen Gruppen, die durchwirkt waren von bestimmten Lehren, die ja auch ganz klar, jedenfalls vor mehreren Jahrzehnten noch klare Lärmpositionen und Meinungen waren, von Anfang an ausgeschlossen, abgewertet und so weiter und so fort. Also ich will sagen, man findet bei jedem Moralsystem etwas, was man sehr gut angreifen kann und wo man sehr gute Gründe finden kann, warum es nicht funktioniert und das ist genau das Problem, das gilt für alle und wir sind am Ende des Tages zurückgeworfen darauf zu sagen und das ist ein konstruktivistischer Ansatz am Ende des Tages, deswegen habe ich auch so viel Spaß an der politischen Philosophie. Was machen wir denn dann? Was machen wir denn? Es gibt nicht die eine Moral, die für alle funktioniert und man kann sogar bei jeder Moral was finden, was daran herausfordernd, schwierig, problematisch ist oder sie ad absurdum führen, wie sie das gerade gemacht haben mit dem Universum. Wir müssen ja trotzdem miteinander leben, oder? Ich meine, wir müssen ja trotzdem Wege finden, miteinander zu leben. Die einzige Alternative ist, dass wir das nicht machen und uns alle gegenseitig dann doch irgendwie abschlachten oder eben nicht miteinander leben und das, finde ich, ist ein nicht komplett, also das ist ein machtvoller Gedanke, dass es darum geht, obwohl wir oder gerade weil wir unterschiedliche moralische Grundüberzeugungen und Wertvorstellungen haben, wir trotzdem Wege finden sollen und letztlich auch müssen miteinander friedlich zu leben und allein diese Erkenntnis bringt mich schon und es gibt natürlich Leute, die das, da ist viel sozusagen Reflexionsebene dabei, aber ich glaube, das ist am Ende des Tages etwas, was die meisten Menschen irgendwie doch unterschreiben würden und natürlich nicht alle, aber sagen wir mal 80-20 oder was weiß ich 90-10 oder so und das ist das, was wir tun in modernen Gesellschaften, die nicht geprägt sind durch ein Moralsystem, das sozusagen, wie Sie gerade sagten, das ist ja hilfreich, wenn du halt weißt, das ist so, weil das ist jetzt nun mal zum Beispiel, ja, also vor 200-300 Jahren war das halt das Christentum, fertig. Die Regeln sind ja nicht völlig verrückt. Nein, das sage ich ja auch gar nicht. Und die tauchen ja auch überall auf. Er hat keinen Klang gebraucht, um das nochmal herzulegen. Ja, aber die tauchen ja auch überall auf. Das ist ja das Schöne, also es gibt ja auch einen Grundsatz, es steht in der Verfassung genauso wie in den Menschenrechten, genauso wie in humanistischen Texten und so weiter und so fort, das ist ja das Schöne. Deswegen glaube ich auch durchaus an diese anthropologischen Dinge ein Stück weit. Aber nochmal, ich glaube, das Ringen darum, wie wir gedeihlich, friedlich und möglichst gut und da gibt es unterschiedliche Formen von gut und da müssen wir auch drum ringen, was eigentlich ist das gute Leben in einer Gesellschaft. Dieses Ringen, das ist das ethische Moment, das ist das, was wir brauchen und dass wir das tun sollen, glaube ich, denken die meisten, was dann dabei rauskommt und auf welchen Wegen genau. Das ist das, was uns umtreibt und da wird es kompliziert. Aber deswegen bin ich im Kern immer, ich bin da Optimistin. Ich denke mir, wir brauchen nicht die eine moralische Welttheorie, die für alle funktioniert, sondern wir können alle aus unseren unterschiedlichen Moralsystemen und selbst die, die sagen, sie haben gar keins. Also es gibt, da gibt es jetzt, jetzt gehe ich ein bisschen raus aus meiner Expertise, es gibt ja sehr viel dann auch so moralpsychologische Forschung, sozialpsychologische Forschung, die sich damit beschäftigt, was haben Menschen empirisch? also nicht das, was sie sagen, nicht das, wo sie sich zuordnen, nicht das, wo sie aufgewachsen sind, ja, sondern was haben sie empirisch für Wertüberzeugung? Das kann man auch messen. Wie macht man das? Ach Gott, mit irgendwelchen Fragebögen und so, also da bin ich keine Expertin, aber ich habe mich da mit Peripher mal für ein Papier beschäftigt, also nochmal, ich gehe jetzt ein bisschen raus aus meiner Expertise, aber da findet man eigentlich einen ganz winzigen Prozentsatz, das unterscheidet sich, das ist nicht gleich, also da gibt es so, in dem einen gibt es dann sechs Gruppen und die anderen acht oder so, was auch immer, die eine eher autonomiebasiert und die andere, ja, und so, also da gibt es dann eine Pluralität, wie sie auch bei den ethischen Theorien und bei den moralischen Grundüberzeugungen eben existiert, aber es gibt kaum jemanden, der gar keine hat. Das ist echt die Ausnahme, da reden wir dann von wenigen Prozent. und ich glaube, dass viele das von sich sagen oder vielleicht auch denken oder sich so wahrnehmen, ich bin, ja, oder von anderen so beschrieben werden, ja, du bist nur auf deinem eigenen und du bist instrument, also du, ja, du, du hast so ein instrumentelles Verhältnis zu deinen Mitmenschen, die interessieren dich nur, wenn sie dir nützen und alles andere, das ist scheißegal, du bist komplett moralbefreit und so, das sind die wenigsten, das ist fast, also ich, mit aller Vorsicht hier, aber das ist fast pathologisch, also da kommen wir in den Bereich von Sozio und Psychopathien und solchen Dingen und schweren Persönlichkeitsstörungen. Die meisten Menschen haben Wertvorstellungen und dann gibt es natürlich und zwar auch die, die wir auch alle als Wertvorstellung bezeichnen würden und nicht, ich bin Sadist, ja, und ich quäle gerne Leute, das ist total selten. Trotzdem verhalten sich natürlich sehr viel mehr Menschen als diese ganz wenigen Prozent, sodass die meisten sagen würden, das ist unmoralisch und ethisch problematisch. Aber da gibt es dann meistens Gründe, da gibt es Umstände. Was ich eigentlich, das ist ein sehr komplizierter Weg jetzt gewesen, um zu sagen, die meisten Menschen haben irgend so ein Kerngutes. Sorry, ja, also auch wieder pathetisch, aber das ist so. Und dann geht es darum, wie binden wir das in der Gesellschaft alle miteinander zusammen, wenn das in so unterschiedliche Wege gehen kann, denn ich halte, das möchte ich auch noch mal festhalten, man sagt es immer wieder, die homogenen, die moralisch homogenen Gesellschaft der vergangenen Jahrhunderte, waren die so viel besser? Waren die so viel friedlicher? Ging es den Leuten so viel besser? Die waren extrem ungleich, extrem ungleich. Man kann sich die Vermögens- und Lebensqualitätsunterschiede da kaum vorstellen. Die waren absolut dramatisch. Also man darf da auch nicht anheimfallen, so einer Nostalgie oder einer Überbewertung dieses homogenen, gemeinsamen Wertekanons. Davor möchte ich warnen. Ich glaube wirklich, im Kern, und da kommt natürlich meine irgendwie auch plurale, tiefe Grundüberzeugung zum Vorschein, und ich glaube im Kern daran, dass wir nicht gut beratend sind mit der einen Weltformel, sondern wir müssen aus unserer Unterschiedlichkeit die Stärke ziehen, gemeinsam, respektierend idealerweise, die Wertvorstellung der anderen, gemeinsam was zu finden, wie wir gut leben können. Mein Gott, jetzt sind wir echt, ich habe mir schon seit ein paar Minuten, höre ich Ihnen sehr aufmerksam zu und denke mir schon die ganze Zeit, können Sie eigentlich gut abschalten? Nicht in diesem Podcast. Nee, ich meine jetzt so grundsätzlich. Also wenn Sie abends, wenn Sie, genau, also wenn Sie abends ins Bett gehen, gehen Ihnen da, weil ich meine, Sie beschäftigen sich beruflich in den verschiedenen Ämtern, im Grunde genommen die ganze Zeit mit den großen Fragen des Lebens. Ich hätte noch bis vor kurzem eine andere Antwort, ich sage jetzt was sehr, sehr Ehrliches. Ich hätte bis vor kurzem, das werde ich sehr häufig gefragt, und meine Standardantwort, die ich übrigens auch, wenn ich das mal einmal sagen darf, in einem anderen Podcast der Zeit. Was? Es gibt andere Podcasts? Der Zeit, das ist ja verständlich. Formuliert habe, der Zeit, der Zeit. Achso. Der Arbeitspodcast, den habe ich doch gehört. Frisch an die Arbeit. Und da bin ich das ja auch gefragt worden. Und da sage ich dann immer, ich kann das super und ich kann das total gut und habe auch gedacht, das stimmt. Ehrlich gedacht, das stimmt. Und ich habe die letzten, eigentlich tatsächlich vor allem die letzten Monate, habe ich was gelernt über mich und zwar, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe es nur gelernt mit der Zeit, dass es nicht geht, dass es immer weiter irgendwie rattert. Ich muss dann meiner Birne was anderes geben und ich stopfe die dann mit Trash voll oder mit irgendeinem Ablenkungszeug. Netflix. Jetzt sind wir natürlich interessiert. Ja. Und das kann alles Mögliche sein, aber eigentlich dreht es die ganze Zeit weiter. Ich habe nämlich, ich habe es deshalb auch gefragt, weil ich habe mir einen Satz von Ihnen rausgeschrieben, den ich auch irgendwo gelesen oder gehört habe, dass Sie irgendwo mal gesagt haben, Sie haben gemerkt, du musst auch mal chillen. Ja. Das ist was, das habe ich wirklich gelernt. Ich kann arbeiten, bis der Arzt kommt und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Dabei sind Sie selber einer. Ja. Also ich habe das mit dem Magister ganz am Anfang dieses Podcasts vor 100 Stunden. Ja. Diese Nächte. Das waren vier Nächte. In den vier Nächten habe ich, glaube ich, sieben Stunden geschlafen. Vier Nächte. Das ist schon relativ krass. Das ist schon kurz vorm... Nicht gesund. Nee, überhaupt nicht gesund. Aber das kann ich. Und auch noch länger, wenn man Mediziner ist, ist man echt relativ hart gesotten und dann obendrauf noch der ganze andere Quatsch und so. Also ich kann, ohne mit der Wimper zu zucken, 100 Stunden Wochen arbeiten und so. Und zwar ewig lang. Ewig lang. Ich bin total schmerzbefreit, insbesondere früher gewesen. Und ich habe festgestellt, wenn du das so weitermachst, das wird nicht gut enden. Da wird man dann krank. Ja, und dieses Du musst auch mal chillen ist so ein... Die Besetzung. Ist eine hart errungene Erkenntnis. Und das sage ich ja auch, das ist aus dem Podcast nämlich, da sage ich, das ist eine Praxis, die ich mir angeeignet habe. Und ich mache das ganz bewusst. Ich arbeite so... Also wirklich... Die Leute glauben... Also klar, in der Pandemie da habe ich nichts anderes gemacht. Ja, von morgens... Also wirklich... Aber sozusagen normalerweise ist sowas, wo denken die Leute, die ich arbeite, 70, 80, 90 Stunden, meine ich. Ich habe mich halt hochgetunt, was Effektivität und sowas anbelangt. Kann viele Sachen gleichzeitig machen. Mach das auch ständig. Aber das Stundenkontingent ist gar nicht so krass. Und zum Beispiel versuche ich wirklich die Wochenenden freizuhalten und gerne auch die Abende, weil ich da auch keinen Bock habe. Aber ich habe damals noch gedacht, weil der Podcast war auch wirklich interessant für mich, da habe ich viel über mich selber gelernt. Ja, das war sehr gut. Ich fand den auch richtig gut. Da bin ich rausgegangen und habe gedacht, wow, du hast jetzt gerade irgendwas über dich selber erfahren. Und jetzt erfahre ich auch gerade was über mich selber, was ich zum allerersten Mal überhaupt verbalisiere. und während sie die Frage formuliert haben, mir erst richtig klar geworden ist, ich chill nie so wirklich. Ich gebe, weil das da oben ist irgendwie, das ist vielleicht auch obsessiv. Das, ich muss das ruhig stellen. Ich muss dem was geben. Und jetzt wollen wir wissen, Top Ten Trash. Top Ten Trash. Also Twitter ist schon ziemlich weit oben. Kann man nicht abschalten. Wir kommentieren sofort. Netflix, ja, leer geguckt. Drittens. Also, mit Netflix meine ich natürlich auch Prime. Ja, ja, ja. Haben wir alles leer geguckt. Und Apple und der ganze Scheiß. Dann Sport, natürlich total wichtig. Super, super. Super wichtig. Mit das Wichtigste. Ich weiß noch, die Pandemie ging los und ich bin von dreimal die Woche Sport auf sechsmal die Woche Sport gegangen. Und warum funktioniert das eigentlich, also jetzt rein neurologisch, was passiert da eigentlich? Sport? Dass man plötzlich, wenn man laufen geht, wie Christoph zum Beispiel, jeden Morgen, kann man dann wirklich aufhören zu denken? da denkt man ja die ganze Zeit. Ja, ja, eben. Aber anders. Anders. Man denkt irgendwie anders. Ja. Deswegen, ich sage ja, man gibt dem nur was anderes. Ja, okay. Dann gibt es, viertens. Also, ich lese auch sehr gerne, in der Tat, auch echt, echt, echt Trash. Damit der, der Kopf einfach mit was anderem gefüttert wird, auch mit anderen Geschichten. Aber der Kopf sagt auch nicht, Moment, das ist mir dieser, dieser Liebesfortsetzungsroman im Internet, ist mir jetzt aber zu trivial. Das sagt der Kopf nicht. Nein, 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 nein. Der freut sich. Der freut sich. Ja, total. Es ist eben nicht so, dass es aufhört zu rattern oder dass ich das abstellen kann, sondern das braucht nur eine andere Form von Futter. Und wenn die aber immer fachlich ist oder immer komplex oder immer irgendwie sozusagen anspruchsvoll, Ja, deswegen habe ich es mir ja gefragt. Das geht nicht. Und dann gebe ich dem halt was anderes. Wir waren bei fünf oder so. Ja, aber ich meine, hallo, Netflix ist schon auch irgendwie viel. Ja, also ich habe jetzt auch nicht so irre viel Zeit. Also ich habe auch eben, man hat ja eine Familie und Freunde und man macht ja Sachen. Ach, sowas übrigens. Ah ja, genau. Ganz wichtig und neu und wiederentdeckt ist natürlich auch, was einfach, sagen wir mal so, mit Kindern fallen ja so bestimmte Formen dessen weg. Also was noch, was immer geht, sind Konzerte und Essen gehen und also ja so Kochen hatten wir ja auch schon. Aber ich habe jetzt einfach wirklich festgestellt, gerade auch nach der Pandemie und nach diesen wahnsinnig intensiven Zeiten und Phasen so des Ratsvorsitzes, dass ich offensichtlich durchaus noch offen bin für neuere Formen oder alte, wiederentdeckte Formen und das ist zum Beispiel Klubben gehen. Klubben gehen? Also so richtig ausgehen, so wie früher, so wie in den Zwanzigern. Echt? Ja, voll geil. Tanzen. Ja. Also es geht eigentlich ums Tanzen. Ja, die Berghain-Tür ist ja gar nicht so hart, wie alle immer sagen. Da war ich mir ja auch nie getraut. Man kommt da auch rein. Aber ich war jetzt schon in so ähnlichen Dingen und das fühle ich schon richtig gut. Da gehe ich rein und das ist wie früher. Ja. Und da kann man dann schon sehr gut. Dürfen wir also nur Musikrichtung? Beim Ausgehen ist mir das fast egal. Hauptsache richtig laut. Und also ich kann schon auch so richtig harten Techno und sowas. Aber also ich habe auch nichts dagegen. Eigentlich ist mir das relativ wurscht. Ich gehe jetzt nicht mehr. Ich hatte früher auch so, also Jonas haben wir ja schon gesagt, also so jetzt irgendwie, wie ist das früher, ist das Hardcore sowas? Oder Punk-Sachen oder so. Das mache ich jetzt nicht mehr. Also das ist schon eher so, was es halt so an Clubs gibt und was da so läuft. Und ja, also muss halt voll nach vorne gehen. Laut. Und gib ihm. Und es ist ja auch dann wirklich, um den Kopf frei zu kriegen. Ja, genau. Das ist dann tatsächlich genuin. Da gibst du der Maschine nichts mehr, sondern du schaltest die Maschine aus. Und das ist wirklich super. Ich habe das irgendwie vergessen, wie viel ich das gemacht habe. Ich bin also in diesem Studium, was ja jetzt nicht so ganz ohne war, Donnerstag, Freitag, Samstag war ich tanzen. Ach nee. In Münster. Jede Woche. Respekt. Jede Woche. Echtes Kling? Ja. Mit zwei Spannungen. War es wahnsinnig Clubs in Münster? Ach Gott, da war alles möglich. Wie hieß das denn? Gleis 22. Das war so einer. Dann wie hieß denn der andere noch? Da waren wir auch immer. Und dann am Ende, dann endete mal im Schaf. Da war immer noch irgendwer. Keine Ahnung. Und dann waren wir auf irgendwelchen Partys. Ja, dann war Medizinerparty, dann war, was weiß ich, erste Partie hier, VWL-Party da. Das sind immer die wildesten. BWL-Lehramtspartys. Die weißen Drogen wahrscheinlich. Die waren immer hart. Die Primi-Partys hießen die bei uns von der Primarstufe Lehramt. Primi-Partys. Ja, da ging echt, das ging ordentlich. Das heißt, es war ja ständig, jede Woche waren irgendwelche Studentenpartys und so. Dann ist man halt auch, war man irgendwo eingeladen, ging da hin, aber dann auch halt in irgendwelchen Clubs und Diskurs und was weiß ich nicht alles. Und da ja heutzutage niemand mehr einlädt und bei sich zu Hause eine Party macht, wo man richtig abgehen kann, muss man dann ja wirklich heutzutage in die Clubs gehen. Und das Schöne ist ja, die Städte, die ich regelmäßig besuche, beziehungsweise in denen ich dann ja auch lebe, also München und Berlin, sind ja Gott sei Dank so erwachsen, dass man da auch im ja drastisch vorgerückten Alter immer noch gehen kann und einfach wegguckt, wenn da irgendwelche Studierenden, die man aus dem Hörsaal kennt, rumlaufen. Gibt es das Harry Klein eigentlich noch? In München? Das weiß ich nicht. Also kann ich, ich habe das schon mal gehört, aber das weiß ich jetzt nicht so. Das war in den 90ern. Das ist Harry Klein? Gibt es das nicht mehr? Ich habe in der Pandemie, haben die noch gestreamt. Aus den 90ern kenne ich das noch. Also ich war noch nie da. Das kann ich offenlegen. Also ich war in den 90ern zuletzt da. Das war meine einzige Ausgabe. Also ich bin offen für Tipps, ja. Das ist auch noch gar nicht so eine, also es ist noch eine relativ frische Erkenntnis. Und die finde ich aber richtig gut, weil ich dachte, das ist für immer vorbei. Und so in den 30ern war man ja irgendwie nur mal auf einer Hochzeit und dann konnte man auf einer Hochzeit, ging das mal. Und weil dann die Kinder klein und so und müde und da ist das einfach nicht drin. Da kann man auch nicht irgendwie bis um was weiß ich, drei oder fünf oder so sowas machen. Aber geht das neben so einem wirklich doch minimal anspruchsvollen Arbeitstag? Das geht, ja? Ja, das habe ich auch festgestellt. Das Bedürfnis danach ist wichtiger als das Schlafbedürfnis. Das Schlafbedürfnis trainiert man sich ja ab, wenn man Kinder hat. Ja. Und das ist dann irgendwann ja auch weg. Ich bin auch im Kern eine totale Eule. Also ich, eigentlich, wenn ich keine Kinder gehabt hätte, dann wäre mein Leben so, ich würde jeden, ich weiß nicht, immer so bis um drei oder so wäre ich wach. Und dann würde ich halt irgendwie so um zehn, elf aufstehen. Das wäre wahrscheinlich mein Biorhythmus. Und der ist jetzt aber hin und der kommt auch nie mehr wieder. Und dann machen sie ja auf morgens. Und naja, die Kinder gehen zur Schule, also sechs Uhr dreißig. Und das ändert sich ja dann auch nicht mehr. Und dann gewöhnt man sich als totale Eule, die sowieso komplett gegen ihren Biorhythmus lebt und es schon lange lebt, gewöhnt man sich einfach irgendwie das Schlafen ab. Und stellt dann fest, der Energiestoß, den man kriegt, wenn man irgendwie tanzen geht, ist so gut, der kompensiert dann auch. Und dann schläft man halt ein, zwei Nächte später eine Stunde länger und so. Da ist halt irgendwie doch mal abends recht früh müde und geht dann ein bisschen früher ins Bett und dann passt das schon. Keine Ahnung, vielleicht falle ich dann auch nächstes Jahr um und was weiß ich. Aber das sind so neuere Entwicklungen. Und ich finde das gut, ich finde das super. Ich denke, solange das noch geht, feste drauf. Ja. Guck mal, jetzt haben wir schon sechseinhalb. Oh Gott, der hört nie auf. Nee, ich würde, ich dachte nur, das war jetzt ganz anregend. Ich meine, es ist ja eine Frage, die uns alle, viele Menschen beschäftigt. kann man irgendwie abschalten von dem, was man sonst so den ganzen Tag macht oder denkt. Das Wichtigste ist auch, ist ja auch eine Trivialität, aber auch wahnsinnig wichtig ist es halt, also man merkt ja vielleicht, ich rede ja ganz gerne. Das gehört ja irgendwie zum Job. Aber ich, also Austausch ist halt auch wahnsinnig wichtig. Also weiß ich nicht, mit Freunden entweder sich treffen oder wenn das nicht geht, weil meine besten Freunde alle woanders leben, dann halt telefonieren. Das habe ich auch neu wiederentdeckt, muss ich sagen. Es ist wirklich witzig. Also ein umfangreiches Arbeitsleben kombiniert mit einem intensiven Familienleben. legt einen ja so ein Stück weit still in der Hinsicht. Das ist nicht schlimm. Und wir haben es immer geschafft, dass da noch ein Sozialleben war und so. Also wir haben mich überhaupt nicht beschwert, habe das aus tiefstem Herzen und wahnsinnig gerne alles gemacht. Aber ein Stück weit bedeutet das ja, dass man die eigenen, ganz ureigenen Bedürfnisse wirklich so ein bisschen, irgendwie die gehen verschüttet. Und dann kommt die Phase, da sind die Kinder so alt, dass die auf einmal beginnen, in Flüge zu werden und irgendwie einen nicht mehr so brauchen und sich auch nicht mehr so irre für einen interessieren. Und dann stellt man auf einmal fest, hey, also ich bin ja irgendwie noch nicht tot, ne? Und jetzt hast du dich hochgetunt auf dieses Hammer-Level und jetzt fällt eine Dimension so ein Stück weit weg. Und bei mir war, das will ich auch ganz offen sagen, die Pandemie-Erfahrung und die Ratserfahrung in der Pandemie war so crazy. Im Guten wie im Schlechten, da wird einem der Gehirnstoffwechsel sozusagen hoch geregelt. Ja, also der Dopamin-Haushalt geht dir als ein Stück weit in die Binsen. Und man gewöhnt sich an so ein Intensitätslevel. Und ich glaube, im Übrigen, das ist was, apropos der Schleier und so der Nebel, den viele empfinden, das geht ja fast nicht nur mir so, sondern wir haben ja alle irgendwie und dann aber gleich auch noch mit Ukraine und Inflation und Energie und Klimakrise und wir sind ja alle irgendwie, was unseren Gehirnstoffwechsel anbelangt, ist das alles irgendwie echt eine krasse Zeit. Seit Jahren. Und ich habe mir das sehr bewusst gemacht, ich wollte ja mal Neurologin werden, und habe dann auch relativ bewusst irgendwie versucht, okay, jetzt kannst du entweder ein bisschen wunderlich werden oder du gehst es halt an und versuchst sozusagen so diese hochgeregelten, diesen hochgeregelten Gehirnstoffwechsel gedeihlich anders zu bespaßen. Und das geht, Gott sei Dank. Gibt es eigentlich, wenn wir schon bei so Themen sind, einen Sinn hinter dem allen? Also gibt es einen Grund, einen Sinn des Lebens? Also ich finde, das ist auch eine Frage, die zu versuchen allgemein zu beantworten, ja auch die Philosophie und die Religion und wahrscheinlich noch die ein oder andere grenzende, die Literatur, die Kunst. viele, viele versuchen allgemein zu beantworten und ich glaube ja auch, die lässt sich auch nicht allgemein beantworten, weil wir ja so ein herrlich pluraler Haufen sind als Menschen. Das heißt, ich glaube, die Frage lässt sich immer nur beantworten, was ist denn der Sinn des Lebens für dich? Naja, aber das ist halt so günstig, ne? Man will ja schon einen Sinn, der über einen, also na klar kann ich mir irgendeinen Sinn zimmern, lieber wäre es mir doch, jemand käme und sagte oder erklärt mir und jetzt verstehe ich es dann endlich, hier, das liegt doch offen vor dir. Logischerweise ist das der Sinn des Lebens. Ja, aber wenn das, wenn das möglich wäre, dann gibt es das ja schon. Ja, weiß ich nicht. Das sind für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Dinge. Das ist sehr ähnlich den moralischen Wertüberzeugungen, aber, also es gibt da, klar, man kann das auch wieder über so anthropologische Grundkonstanten, also es gibt eins meiner absoluten Lieblingsbücher, dann deponiere ich das hier auch gleich noch. Bitte. Das ist wirklich wundervoll, mein Gott, ist das toll. Das heißt, es gibt es glaube ich nicht auf Deutsch, das heißt Triumphs of Experience und das ist ein Buch, wie heißt der noch, Vailant oder Vailant, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, weil der Amerikaner ist, wenn man einen französischen Namen hat und das ist einer der Leiter der sogenannten Grant-Studie. Das ist eine Studie aus Harvard, das ist ein Harvard-Jahrgang, in dem unter anderem John F. Kennedy drin war und irgendwie, also ein Präsident und irgendwie drei Senatoren und was weiß ich, zig Kongressabgeordnete und unglaublich erfolgreich, nur Männer, weil damals Harvard halt und deswegen auch natürlich beschränkt aussagekräftig. Ist das die dritte Flasche, die wir da haben? Nein, das ist immer noch die zweite. Gott sei Dank. Das ist ein Buch und diese Männer sind in einer fantastischen Studie, ich bin großer Fan von Kohortenstudien, ich liebe die Epidemiologie und insbesondere Kohortenstudien, das ist, finde ich, ein so toller, so toller Quell des Wissens und die sind untersucht worden, nicht nur medizinisch, sondern psychologisch, also bis hin, wirklich auch zu so Fragen, Sinnstiftung, Wertüberzeugung und so weiter und so fort und zwar über 80 Jahre. Und haben die sich geändert in den 80 Jahren? Ja, ja, klar. Aber dieses Buch beschreibt dann, weil die fangen jetzt, also die haben dann angefangen zu sterben oder 70 Jahre oder so und einige sind bis in 80 gekommen, die waren irgendwie 18 oder 19, als das losging. Also die ist jetzt mehr oder weniger vorbei, weil die jetzt wirklich alle gestorben sind. Und es ist ein fantastisches Buch, das im Prinzip nachzeichnet, was ist ein gutes Leben? Ja, was macht glücklich? Also so ein bisschen sich dieser Frage versucht anzunähern, empirisch. Und was da rauskommt, ist was, was einen nicht wahnsinnig überrascht. Denn das, was ein gutes Leben ausmacht, sind Beziehungen. Es ist nicht Gesundheit, hilft, also es gibt ein Kapitel zu Gesundheit. Also wenn die Gesundheit nicht vorhanden ist, ist schon schlecht. Aber auch die, die chronisch krank waren, geben sich über Jahrzehnte zu Protokoll. Und das ist vor allem das Buch, also man muss dazu sagen, das ändert sich. Also wer krank ist in der reproduktiven Phase und so, das ist schon richtig scheiße. Wenn man diese Querschnitte sich anguckt, ist das sehr unterschiedlich. Das ist ein Buch, das macht sozusagen, das sagt, was sagen die mit 70, 80, 90? Im Rücken. Was sagen die im Rückblick über ihr Leben? Ja, aber auch, es zeichnet auch nach, wie sich das entwickelt hat. Das ist wahnsinnig spannend. Und die Quintessenz ist, diejenigen, die dann am Ende rauskommen und nicht nur sagen, sie sind glücklich, sondern die auch in den Indikatoren, Erfolg, was weiß ich, irgendwie keine Süchte, also Mental Health in Ordnung und so, also keine Depression und so, also unterschiedliche Indikatoren. nicht nur, aber eben wichtig auch, die eigene Einschätzung. Da wird dann, also empirisch mal, womit korreliert das? Und natürlich ist Gesundheit da ein Faktor. Natürlich, natürlich ist ein bestimmter Lebenserfolg, beruflich und so weiter und so fort, auch ein Faktor. Aber vor allem zeichnen die nach, dass es bestimmte Stationen im Lebensweg sind. Also diejenigen, die es schaffen, beispielsweise aus der Macherphase, so des mittleren Alters, dann rauszukommen, in so eine Stewardship-Rolle. Dieses Zurücktreten von der ganz aktiven, exekutiven Phase hin zu, ich trete ein Stück weit in die zweite Reihe und gebe ganz viel weiter, ich werde mehr so mentorieren. Was ja, also für jemanden, der weiß, wie Menschen leiden, wenn sie in Ruhestand gehen und wie schwer das für Menschen sein kann, loszulassen von dieser exekutiven Entscheiderrolle und wie schrecklich das ist, wenn die das nicht schaffen und mit 70, 75, 80 immer noch glauben, sie müssen da jetzt exekutive Entscheider sein. Das ist furchtbar. Nein, du musst in eine andere Rolle gehen. So, das wird da sehr schön nachgezeichnet. Also ich kann das zur Lektüre wirklich empfehlen. Ich habe das auch für mich individuell runtergebrochen, aber das absolut durchschlagende Ergebnis ist, der eine Faktor, der alles übertrumpft für ein gelungenes Leben am Ende sind gute Beziehungen und das wird auch noch runtergebrochen, also auch noch differenziert und analysiert und da was ganz Überraschendes. Also es gilt insgesamt, es gilt aber auch für die Leute, die haben natürlich, sind geschieden und da sind Ehen kaputt gegangen und so weiter und so fort. Es ist alles, es ist alles drin, aber sozusagen gute Beziehungen und da ist der eine Faktor, der am stabilsten ein Prädiktor ist für ein glückliches Leben, also dass jemand mit 80 sagt, ich habe echt ein gutes Leben gelebt, ein sinnvolles Leben, sind, das finde ich sehr erstaunlich, gute Beziehungen zu Geschwistern. Das hat mich total überrascht. Interessant. Also es ist nur ein Faktor, aber es ist der stärkste Prädiktor. Und mit welcher Erklärung? Die Erklärung ist, aber das ist auch nur eine Hypothese, das kann er nicht daraus belegen, die Erklärung ist, das sind die Beziehungen, die dich dein ganzes Leben, weil die gleichaltrig sind meistens. Ungefähr. Die Eltern sterben, Kinder sind eben sozusagen abhängig und ganz woanders, Freunde, da kommt es zu Veränderungen, die können weggehen und so sind auch wichtig, Ehe- und Liebesbeziehungen sind auch wichtig, aber da kommt es zu Trennungen und was weiß ich was, wohingegen Geschwister, die guten Geschwisterbeziehungen sind die, die super verlässlich letztlich das Leben sozusagen rahmen, weil die meistens halbwegs ähnliches Alter haben und deswegen sozusagen mit einem durch bestimmte Stationen des Lebens gehen. Ich fand das total einleuchtend. Interessant. Ich fand das echt sehr schön. Es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Ganz toll. Ja, aber das gibt ja eine tolle Antwort auf die Frage, was sozusagen einen zufrieden oder sogar glücklich lebenszufrieden macht. Ja, und auch in verschiedenen Phasen sind das vielleicht unterschiedliche Dinge. Das glaube ich alles, aber ist das der Sinn? Ja, die Sinn-Dimension ist natürlich auch drin, aber die ist da tatsächlich ein Faktor von vielen. Also man muss auch aufpassen, dass man diese Sinn-Frage jetzt nicht unbedingt überhöht. Das muss ja nicht die höchste Frage sein. Reicht auch, ein zufriedenes, erfülltes Leben geführt zu haben. Das könnte ja auch der Sinn sein. Nee, könnte ja sein. Muss aber nicht. Nee, muss nicht. Deswegen haben die die Sinn-Dimensionen auch drin, aber die haben es so konfiguriert. Aber das ist eine berechtigte, also wo man sozusagen den Sinn steckt in der Welt. Also ist die Frage einfach leer? Kann ja sein. So wie die Frage nach allen möglichen wahrscheinlich einfach nicht definiert ist, was soll das heißen Sinn? Die haben es da so drin, dass sie sagen, es gibt diese Dimension des Überindividuellen. Also das ist dann entweder eben eine Religiosität. Teil von was Größerem zu sein. Eine Spiritualität, Teil von was Transzendentes. Kann ja auch aber politisches Engagement sein. Absolut, absolut. Oder irgendwas. Ethikrat oder so. Ja, alles, alles, alles. Irgendwas, was der Allgemeinheit dient. Wir haben ja auch noch nicht, wir waren da ja noch gar nicht. Wir haben ja erst mal diese Sinn-Frage sozusagen abstrakt besprochen und sind jetzt über dieses Buch gekommen. Aber wenn man mir die Frage stellt, was ist denn der Sinn des Lebens? Was ist denn der Sinn des Lebens? Ja, jetzt. Dann würde ich nämlich das antworten. Ich würde sagen, es ist der Sinn des Lebens, etwas zu tun oder nach etwas zu streben, was über einen Selbst hinausgeht. Und das kann sehr unterschiedlich sein für sehr viele Menschen. Das kann für die einen sein, einfach um andere sich zu sorgen und für andere da zu sein. Also was weiß ich, Familie oder Freunde oder was weiß ich, in der Gemeinde oder was weiß ich, in der Flüchtlingshilfe oder sonst wo. Das kann für andere politisches Engagement sein. Das kann wieder für andere religiös sein. Du bist in der Gemeinde, du bist eben, du gehörst einer Religionsgemeinschaft an. Oder eine wissenschaftliche Tätigkeit. Wissenschaftliche Tätigkeit. Dieses, für mich ist das dieses zu versuchen, der Gesellschaft, in der man lebt, irgendwie was da irgendwie beizutragen. Das ist schön. Und wenn man das mal gemacht hat, ist das nicht auch mal gut? Also das kann ich auf Sie bezogen, aber ich finde es eine interessante Frage. Wenn man mal den Job gemacht hat, kann man davon nicht auch mal zehren und sagen, so jetzt mache ich irgendwas anderes. Sie sind, glaube ich, Konsequenzialist, ne? Nö, keine Ahnung. Also, da bin ich mit meiner lieben Politik- und sozialwissenschaftlichen Kollegin Barbara Preinsack, liebe Grüße an dieser Stelle, die mir beigebracht hat, mit der ich die Solidaritätsforschung gemacht habe und die Bücher geschrieben habe dazu und so, die mir beigebracht hat, die Dinge sind meistens am Ende eine Praxis und nicht ein Ergebnis. Diese Dinge. Solidarität ist nicht ein Ergebnis. Solidarität ist eine Praxis. Also da habe ich das gelernt, aber das habe ich übertragen auf ganz vieles, nämlich unter anderem, dass du nicht, wenn du mal einmal beigetragen hast, denkst, das war jetzt der Sinn des Lebens, sondern das ist eine Praxis. Das ist etwas, was man tut. Nicht etwas, was man erreicht. Nicht etwas, was man ja, wo man sagt, erledigt, Haken dahinter, Ergebnis. Das ist null instrumentell. Das ist etwas, was man tut, was man macht. Und darf ich noch eine Nachfrage stellen? Wenn man jetzt etwas für eine Gemeinschaft tut, ich rede durchaus jetzt auch über persönliche Erfahrungen, die ich so hatte, es ist ja nie so, dass alle in der Gemeinschaft sagen, das ist ja super, dass du das jetzt gemacht hast. Toll, Jochen, danke. Es ist nie so gewesen. Ich dachte so, Mensch, jetzt habe ich mal echt ausnahmsweise was für die Gemeinschaft gemacht. Und eigentlich in vielen dieser Momente dachte ich, so, und jetzt kriege ich erst recht auf die Mütze. Da ist ein Muster, glaube ich sogar, dass man, je mehr man sich exponiert in einer Gemeinschaft, natürlich auch Kritiker, Kritikerinnen auf den Plan ruft. Und ich meine bei Ihnen auch sowas beobachtet zu haben. Ach nein. Je härter Sie für die Gemeinschaft gearbeitet haben, desto mehr haben Sie natürlich auch Kritik erfahren, sind schärfer beobachtet worden. Ist das auch ein Preis, den man zahlt? Ist das eine bescheuerte Frage? Das ist die wichtigste Frage überhaupt. Also abgesehen von der Sinnfrage. Und ich bin sehr dankbar, dass wir das noch machen, weil so langsam schwinden meine Kräfte. Ja, das moderieren viele an, wenn man erst mal die ersten fünf Minuten des Podcasts. Aber gut. Das ist ein wirklich, wirklich wichtiges Thema. Und auch da muss ich sagen, dass das ist das, was mich die letzten drei Jahre mit am meisten umgetrieben hat. Weil das war wirklich total hardcore. Ich kann darüber nach wie vor und werde das auch nie tun im Detail sprechen, weil man das ja auch nicht soll. Das wird einem ja auch geraten. Aber das war schon echt heftig, weil ich bin dazu ja gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Ich bin ja nicht, als Politikerin habe ich ja nicht diesen Beruf irgendwie gewählt und wusste schon, das geht einher. Oder auch als Journalistin oder Journalist, wo ich so ein bisschen weiß, wie Medien funktionieren, Öffentlichkeiten funktionieren. Ich weiß, das glaubt mir kein Mensch, aber ich bin wirklich ehrlich und den Ethikrat kannten Expertinnen und Experten. Und ab und zu gab es in der Vergangenheit mal die ein oder andere Debatte. Da ist das mal einmal kurz hochgeschwappt. Aber das ist, wir standen in einem Sturm der Öffentlichkeit. Das war vollkommen nie da gewesen für den Ethikrat. Und ich war ja auch nicht die Einzige. Also wir haben ja hier Drosten und Brinkmann und so weiter schon erwähnt. Also gibt es ja andere. Aber bei mir war es halt auch qua Amt. Also ich, das ist auch meine Rolle. Ich habe dann auch nach der Pandemie nicht sagen können, so jetzt lege ich mich mal ein Jahr lang ins Bett und ruhe mich aus. Und ich hatte ja immer noch diese Rolle und ich habe Weißgut oft genug gedacht, ey, ich hau das hin. Warum haben Sie es dann doch nicht gemacht? Ja, genau. Weil man, ich war echt fertig. Es sind wirklich auch richtig üble Dinge passiert. Also das eine ist sozusagen dieser ganze Hass und diese Angriffe und so, aber die eher so aus der aus der tatsächlich rechtspopulistischen Ecke und so kommen. Damit bin ich mal gut klar gekommen und gedacht, na gut, also wenn ihr mich hasst, dann mache ich immer es richtig. Erstens. Und zweitens, das kann man nicht so richtig ernst nehmen, aber das ist ja dann wirklich reingeschwatt bis in sozusagen seriöse oder ehemals seriöse Medien. Also ein Beispiel, weil es publiziert ist, man hat dann sozusagen gesagt, wie befangen sind Sie eigentlich? Ja, genau. Das war der Weltartikel. Wie befangen sind Sie eigentlich? Sie werden vom Wellcome Trust gefördert. Das ist aber Bullshit. Und was sind da eigentlich die Zusammenhänge? Und kann, mein Lieblingsabsatz in diesem Beitrag war, kann das eigentlich ein Zufall sein, dass die Frau schon vor Jahren zur Pandemie und Solidarität gearbeitet hat? Und jetzt haben wir eine Pandemie. Da dachte ich, ich war das, ich bin nicht in der Pandemie. Erstaunlich, sowas habe ich jetzt, also auch in diesem, also das war in der Welt. Also das ist auch das Beispiel, was ich meine, weil Kritik sozusagen an dem, was ich sage, damit kann ja super umgehen. Ja, also wenn Herr Kaube in der FAZ auf mir rumschlägt, das ist, das nehme ich. Das ist überhaupt kein Thema. Das gehört dazu. If you can't take the heat, get out of the kitchen. Also wenn du dich öffentlich exponierst und du vertrittst ein Gremium und ihr habt sozusagen relativ klare Stellungnahmen und so, dann ist das völlig klar, dass das passiert. Das war nie der Punkt. Aber das fand ich schlimm, weil es auf meine Integrität gegangen ist. Und das hat mir auch echt, also muss ich sagen, das ist ja jemand, die das geschrieben hat, die relativ bekannt ist auch. Das geht sozusagen in eine gewisse Leugner-Ecke schon hinein. Erstens und zweitens sind da Dinge drin, die schon auch justiziabel sind. Aber das muss ich auch sagen, ich war zu dem Zeitpunkt, als es kam, komplett müde und fertig und niedergekämpft. Und das hat mich echt erwischt. Das ist alles Bullshit, das ist alles Geraune. Also alle meine Forschungsgelder sind alle öffentlich, das ist alles, liegt alles offen. Das kann man alles überall, ich muss das ja immer alles offenlegen. Und der Welcome Trust ist halt ein riesiger, reputabler Medizinförderer, aber vor allem habe ich von denen nie einen Pfennig Geld gekriegt. Nie. Zero. Das, was die Verbindung war, ist, dass der meine Arbeitsstelle eben zu einem Drittel gefördert hat. Aber in dieser Arms-Length-Geschichte, ja, also Geld rüber geworfen und jetzt macht mal. Da hast du ja als Mitarbeiterin, ich wusste das, das erste Jahr wusste ich das nicht mehr, in London, wie die finanziert sind. Ja, du gehst ja nicht und unterschreibst einen Arbeitsvertrag und sagst, wie werdet ihr denn genau finanziert? Wahrscheinlich heute würde ich das eventuell sogar machen. Aber damals habe ich überhaupt nicht daran gedacht. Und ich hatte auch mit dem Welcome Trust nie was zu tun. Also er war auch nie jemand, der irgendwie da kam, man traf da niemanden oder sonst irgendwas. Ich habe einmal für dir ein Disc-Gutachten geschrieben und dann, das kommt ja auch, glaube ich, vor, ist das ja so, dass wir irgendwie einen kleinen Druckkostenzuschlag bekommen haben vom Nuffel Council für das Solidaritätsbuch, paar tausend Pfund. Und mein Chef damals, von dem ich ja eben schon geschwärmt habe, also vor irgendwie 100 Stunden, der hat ein Vorwort geschrieben. Und daraus wurde dann ja auch konstruiert, dass sozusagen der Welcome Trust irgendwie meine Solidaritätsarbeit finanziert hat. Komplett absurd. Also das ist schon alles extrem konstruiert, aber das hat mich, hat mich tief getroffen. Das ist ein Artikel, den gibt es immer noch. Und dann steht da halt sozusagen, die Ethikratsvorsitzende ist irgendwie befangen. Und daraus geworden ist dann natürlich das Pharma-Girl. Weil der Spin ist natürlich, ich habe für die Impfung votiert, wir haben vom Ethikrat für die Impfung votiert, der Welcome Trust fördert auch irgendwie Impfung. Also die ist sozusagen geschmiert hier von der Impfindustrie. Kompletter Schwachsinn, aber so formuliert, so klug, äußerungsrechtlich gemacht, dass man das nicht mal so eben weggeklagt kriegt. Und das war schon sehr unangenehm. Und das ist ein Beispiel. Und dann gibt es natürlich noch viele, viele andere, die aber deutlich bösartiger, aber eben auch für mich weniger relevant sind, weil sie nicht in einem eigentlich reputablen Medium erscheinen. Wobei man sagen muss, es ist eben, ich gehöre zu denjenigen, also ich bin nicht die Einzige, die von der Welt da durch den Kakao gezogen wurde, auch relativ brutal. Also die haben schon auch, ich möchte durchaus sagen, dass ich nicht immer einhundertprozentig einverstanden bin damit, wie die das redaktionell gemacht haben. Gut, aber das ist halt einfach so. Und ich habe, da kamen so mehrere Sachen aufeinander. Und wir hatten diese Impfpflichtstellungnahme gemacht, die hat uns auch als Ethikrat echt auseinandergerissen. Haben ja dann vier Mitglieder sozusagen so eine Art Gegenartikel in der FAZ geschrieben. Das ist schon hart, wenn das passiert. Wussten Sie davon? Aus dem eigenen Gremium. Wussten Sie davon, dass der Artikel kommen würde in der FAZ? Nein, das hat mich eiskalt erwischt, so wie alle anderen auch. Also das war schon, das war schon heftig. Ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass wir es geschafft haben, wieder zusammenzukommen. Wir haben das auch im ganz bewussten Prozess darüber gesprochen. Wir arbeiten extrem gut wieder zusammen. Das ist einer der größten Stolzpunkte, den ich tatsächlich habe. Und nicht nur, also weiß Gott nicht, was mich anbelangt, sondern was uns als Gremium anbelangt, dass das gelungen ist. Darauf bin ich und können wir, glaube ich, stolz sein. Das war nicht einfach. Und das war eine dunkle Zeit. Und das sind Momente und dann natürlich war das die Hochzeit des Hasses, also wo dann die Familie mit betroffen ist und so. Und du denkst dir, warum mache ich das? Warum mache ich das? Und da habe ich, das ist schon heftig. Und dann weiß man das vorher nicht, wie man darauf reagiert und stellt dann fest, und ich habe das, ich wusste das nicht, ich habe das feststellen dürfen und festgestellt, das ist, also ein sehr, ein lieber Mensch, Michael Bernhard, den ich schon lange kenne, den ich aus Wien kenne, der hat damals mal irgendwann zu mir diesen ganz einfachen Satz gesagt, alles hat einen Preis. Du zahlst gerade einen Preis. Das ist der Preis. Du hast Sachen erlebt, von denen du gedacht hast, dass du sie beruflich niemals erleben wirst. Du hast, in einer fürchterlichen Zeit durftest du was beitragen und der weiß genau, wie viel mir das bedeutet und dass das was ganz Wichtiges ist für mich und deswegen war das auch eine Erfahrung bei aller Schrecklichkeit und bei aller Belastung, die ja irgendwie alle hatten, mich eingeschlossen. Auch was, was in der Hinsicht extrem sinnstiftend war, das machen zu dürfen. Und dafür war ich auch mal unglaublich dankbar. Aber das hat einen Preis. Und das war eben der Preis. Und dann weiß man nicht, wie gehst du jetzt damit um? Und dann habe ich festgestellt, und da tritt man so neben sich und beobachtet sich dann so und stellt dann so fest, ach, guck mal, du stehst da wieder auf. Offensichtlich machst du weiter. Und dann habe ich, ich habe lange gebraucht, ich bin ja ausgestiegen im Prinzip, habe dann medienmäßig einfach mal ein halbes Jahr irgendwie quasi gar nichts gemacht und dann kam ja passenderweise tatsächlich der Überfall auf die Ukraine. Und da war ja klar, wir machen dazu nichts, dazu haben wir keine Expertise. Ratsbeschluss gefasst, dass wir uns zum Krieg nicht äußern, weil da haben sofort wieder alle angerufen, alle Talkshows und so. Und dann wurde es einmal kurz ein bisschen ruhiger und dann habe ich festgestellt, stell dir vor, da wächst dir ja ein Fell und das wird ja dicker. Und da waren viele wichtige Menschen, die mir in der Zeit gesagt haben, dir wächst ein dickes Fell, was nicht heißt, dass du das irgendwie lernst, sondern, was nicht heißt, dass dich das nicht mehr stört, sondern du lernst einfach anders damit umzugehen. Und ich habe festgestellt, ich zahle diesen Preis und ich mache dann trotzdem weiter. Und das soll jetzt kein Gejammer sein oder so, es gab viele, viele, für die das noch viel, viel krasser war als für mich, aber das war schon ein ordentlicher Preis. Und ich weiß auch sozusagen mit dem Blick nach vorne, Öffentlichkeit, im Prinzip jeder Art, ist dieser Tage untrennbar verbunden mit diesem Preis. Und da hat sich was verändert in der Gesellschaft. Der ist steiler geworden. Der Preis ist höher geworden. Ist auch für Frauen nochmal extra hoch, weil wir auch noch diese ganze sexistische Vergewaltigungsübergriffigkeitskram dabei haben. Das ist nochmal eine zusätzliche Dimension. Aber nochmal, das ist ein kollektives Phänomen. Das geht allen so, die in der Öffentlichkeit stehen. Und wenn man das einmal verstanden hat, wenn man gelernt hat, man kann dann mit denen, man tauscht sich aus, man stützt sich gegenseitig und man greift so, und deswegen ist das so schön, dass ich das anschließend an diese Sinnfragen. Man greift so in sich rein und fragt, und stellt fest, ach, du hältst ja nicht die Klappe. Offensichtlich machst du da ja weiter. Und die Shitstorms sind ja eher schlimmer geworden als besser. Und du machst das trotzdem weiter. Und irgendwie berührt einen das anders oder man lernt einfach anders damit umzugehen. Und dann denkst du dir, okay, hm, wusste ich nicht. Aber ist so. Und das ist eine wirklich gute Erkenntnis. Und fragt man sich, oder hat man da nochmal einen neuen Blick auf die Natur des Menschen? Also ich nehme an, Sie sind lange mit der These rumgelaufen, der Mensch ist gut in seinem Inneren und lernt dann diese Seite. Das ist ja eine abstrakte Menge von Menschen, mit der man dann konfrontiert ist. Die, die so explizit nicht gut ist, fragt man sich da nochmal grundsätzlich zur menschlichen Verfassung, ob man da nicht geirrt hat. Das ist eine extrem gute Frage. Weil ich in der Phase, in der es mir da wirklich schlecht ging, habe ich die Leute gehasst. Und das bin ich überhaupt nicht. Ich bin, ich liebe die Menschen wirklich. Also es klingt auch wieder extrem pathetisch, aber es ist einfach so. Ja, also ich, man wird auch nicht Solidaritätsforscher oder so und beschäftigt sich mit diesen Fragen, wenn man nicht irgendwie da sozusagen so eine Grund, so eine Grundmenschenliebe irgendwie hat. Und die habe ich ganz tief. Das ist das eine. Und das andere ist, ich habe eine relativ, ich bin ein sehr kognitiver Mensch, also auch durchaus, sage ich mal, nicht unreflektiert, aber ich habe, ich stehe in einem sehr intensiven Kontakt mit meinen Emotionen und habe relativ viel Empathie. Das ist Teil meiner Authentizität. Das ist aber auch ein Ding. Das ist was, was ich mache, was ich einsetze, was professionell auch zu mir gehört. Und der Kanal war zu. Ja, ich habe die Leute gehasst und ich hatte auch keinen Bock mehr auf Empathie. Ich habe gedacht, scheißen Dreck, ihr könnt mich alle mal. Da habe ich echt Angst gehabt, scheiße, die haben mir meine Menschenliebe kaputt gemacht. Das ist ja fürchterlich. Und ist es dann auch so, dass man denkt, das könnt ihr mir nicht wegnehmen? Nichts. Das lasse ich mir von euch nicht zerstören? Der Punkt ist, man hat Angst, dass sie einem das zerstört haben. Ich habe eine Zeit lang gedacht, die haben mir das zerstört und haben sie aber nicht. Die ist absolut unberührt. Das ist so herrlich. Und das ist alles da. Und ehrlich gesagt, wird man ja stärker, man wird ja nicht schwächer durch sowas, wenn man durch sowas durchgeht. Und ich will das jetzt wirklich nicht irgendwie heroisieren. Nochmal. Andere haben ganz andere und viel schlimmere Erfahrungen gemacht. Aber wenn du da durchgehst, dann weißt du natürlich, okay, das ist relativ fest. Das ist da. Und das ist so fantastisch. Und da habe ich gedacht, oh Gott sei Dank. Und ich konnte auch erst wieder das sozusagen mit vollem Herzen machen, als ich diese Erfahrung einmal gemacht habe, dass das eben da ist. Und dann redet man mit Leuten, die Jahrzehnte an irgendwelcher schrecklicher Bedrohung haben. Also ich habe mit Menschen gesprochen, die wirklich das höchste Sicherheit, also die heftigsten Sachen, schwerste Bedrohung und fürchterliche Sachen und sowas haben. Und die haben das auch. Das ist total krass. Das ist der totale Hammer. Und nur deswegen können die ja überhaupt existieren. Und das haben ja auch viele Politikerinnen und Politiker, um das nochmal aufzugreifen. Die leben ja zum Teil ein Leben. Ich glaube, das könnten viele gar nicht machen, weil es mega krass ist, was die an Schutz brauchen und an Abschirmung und an Infrastruktur, damit das irgendwie alles funktioniert. Und trotzdem machen die das oder auch Journalistinnen und Journalisten. Und ich meine, man muss sich ja nur umgucken. Wir leben ja noch in einem, am Ende des Tages, tollen demokratischen System. Man guckt mal in den Iran. Oder man guckt in irgendwelche Länder, wo die Leute also sozusagen fürchterlich unterdrückt sind. Und überall sieht man diese unfassbaren Leute, die das trotzdem machen. In Russland oder in der Ukraine. In Russland, wo du weißt, du gehst, war ja irgendwie relativ schnell so, dass man, wenn man da demonstriert hat, zack, bumm, bist du im Gefängnis und so. Und man sieht, und das ist einfach, das ist, also das gibt, das bei anderen zu sehen, gibt einem ja irgendwie dieses, also ich meine, da kann der Menschenliebe nicht verschwinden, sondern da denkst du dir, wir sind einfach Wahnsinn. Ja, wir sind eine irre Spezies und wir sind, Menschen sind fantastisch und wirklich toll und machen großartige Dinge. Und ja, es sind nicht alle gut und es sind leider viel zu viele nicht ganz so gut und irgendwie dann auch sehr laut. Aber das ist die Minderheit. Und ich glaube zutiefst daran, dass wir am Ende, am Ende ist, sind die meisten gut. Und das ist, das ist einfach echt nicht verschwunden. Im Gegenteil, das ist durch diese Erfahrung eher stärker geworden und das ist halt auch irgendwie was wirklich sehr, sehr, sehr Schönes. Und wenn man jetzt zum Beispiel in die aktuelle Politik guckt, viele fragen sich ja, wir auch, analysieren das auch und es gibt fantastische Studien dazu. In Deutschland setzt ja etwas ein, was in Europa an vielen Stellen schon eingesetzt hat, was so ein bisschen verzögert schien, jetzt wieder stärker wird, nämlich, Sie sagten, rechtsradikale Parteien sind im Aufschwung, es gibt eine zunehmende Polarisierung der Gesellschaft, da ist Deutschland noch relativ weit hinten dem, was es da theoretisch möglich wäre. Und interessant ist, dass auch ganz aktuelle, konkrete Politik die so ein bisschen in der Ethik-Sphäre spielt, deswegen komme ich drauf, damit zu tun hat. Also, wenn man den Deutschen sagt, Leute, ihr müsst jetzt mal aufhören, Gas zu verheizen, nehmt doch mal eine Wärmepumpe und renoviert mal, saniert mal eure Wohnungen und isoliert die besser und wir müssen da jetzt mal ran, wir machen ein Gesetz dazu, dann kann das eine Gesellschaft an den, also wirklich an den Rand eines Bruchs bringen. Und das gab es immer öfter in letzter Zeit, dass sozusagen eine Gesellschaft diesen Konsens nicht mehr hat, was ist eigentlich gut für uns. und das kaum noch zu verhandeln ist. Wie blickt man darauf eigentlich, wenn man mit so einem ethischen Grundapparat da drauf blickt? Also, das gibt es ja an ganz vielen Stellen. Eigentlich wäre es natürlich gut für alle, für die Menschheit, muss man ja fast sagen, in andere Energieformen zu wechseln, aber konkret heißt das für mich, ich kann mir meine kleine Eigentumswohnung nicht mehr leisten, weil ich es nicht bezahlen kann, die umzurüsten und muss die jetzt verkaufen. Wie geht man? Vor allem, wenn es am Ende, wenn es dann heißt, ach übrigens in sechs Monaten. Ja, ja, genau. Ich habe gerade das so finanziert, jetzt ist auch noch diese Kreditzinsen explodieren, ich weiß eh nicht, wie ich das machen soll und ich bin jetzt nicht Elon Musk, sondern ich habe das mir gerade so hingebastelt und jetzt kommt auch noch die Regierung und sagt, Jochen, es gibt Klimawandel, da muss ich jetzt durch und dann bin ich mir nicht so ganz sicher, ob es nicht doch nur an den Russen liegt, die mit dem Gas und so, da haben sie jetzt auferstanden. Ja, und ich bin jetzt an der Stelle wirklich Opfer einer Politik, die ich nicht mehr mittragen will. Das gibt es ja ganz, 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 ganz oft und früher hätte das vielleicht zu anderen Verwerfungen geführt, heute führt es wirklich die Gesellschaft zunehmend an in so einen Spaltungsprozess. Ja, ich möchte also einmal ganz vehement widersprechen, weil das nämlich nicht in der Ethik-Sphäre ist, sondern das ist Moral und Moralisierung zum Teil. Okay. Das ist nämlich gerade nicht das, worum wir uns ja bemühen. Also die Theorie, sondern … Ja, aber was sozusagen ein ethischer Ansatz dazu wäre, wäre, dass man sich eben stärker … Und ich glaube, also ich möchte über Einzelfälle da nicht reden, weil wir die sonst jetzt durchanalysieren müssten und wir kommen jetzt so langsam zum Ende, um das mal anzukündigen. Aber man müsste sich eben doch noch ein bisschen expliziter und genauer überlegen, wer wird wie belastet? Was gibt es sozusagen für Verteilungskonflikte? Wie lässt sich das begründen mit Blick auf sozusagen intertemporale, also zukünftige Generationen auch? Das sind Argumente, die für viele schon auch ziehen und die wichtig sind, die auch verfassungsrechtliches Gewicht haben. Aber was bedeutet das eben jetzt und hier in der Gesellschaft, quasi im zeitlichen Querschnitt? und ich glaube, da hinken wir extrem hinterher. Wir machen jetzt vom Ethikrat auch ein bisschen was zu Klimagerechtigkeit und werden diese Fragen allerdings jetzt nicht mit irgendwie Wärmepumpe ja oder nein oder so super konkret. Schmutzige Realität. Aber wir beginnen diese Diskussion, von der wir glauben, dass man sie, die wurde auch wiederum von Expertinnen und Experten, wird die natürlich schon lange geführt, aber ich glaube, die ist tatsächlich auch in der Politik noch nicht ausreichend angekommen. Das heißt, es ist eine sehr analytische Antwort. Ich glaube, man muss bei der Gesetzgebung, die so jetzt in die, also es ist halt was verpennt worden, relativ lange, nicht nur, was die ethische Analyse anbelangt, sondern tatsächlich auch das, was man hätte tun müssen. Andere Länder sind da ja weit vor uns. Ja, also Wärmepumpe in Norwegen oder Finnland sind wie 80 Prozent. Das hätte man, also das ist ja, wird ja intensiv medial verhandelt, muss ich jetzt hier auch gar nicht ausführen, aber jetzt muss halt relativ zackig relativ viel passieren und das geht jetzt wirklich in die Alltagswelt von Menschen rein. Aber wenn man das macht, muss man sehr transparent sich anschauen. Man muss auch gut kommunizieren, glaube ich. Das muss man, aber man muss sich auch wirklich, oder man muss sich anschauen, was hat das für ethische und soziale Implikationen, ehrlich und transparent und dann muss man das mit kommunizieren und erklären und begründen. Und auch das wird natürlich nicht funktionieren für die AfD, die einfach nur sagen, das ist alles scheiße. Wollen wir nicht und das ist alles furchtbar oder für diejenigen, die Bock haben auf irgendwelche Kulturkämpfe, unabhängig von sachlichen Dingen, unabhängig von dieser Art von auch ethischer und sozialer Analyse, sondern die einfach das nutzen wollen für eine Politisierung im schlechtesten Sinne beziehungsweise für eine Polarisierung. Das ist ein Bedürfnis, das offensichtlich gerade da ist. Da kann man in wildeste Verschwörungstheorien reinfallen, wer das irgendwie will und warum das jemand will und da sind wir wieder bei der Desinformation, die zum Teil intentional vorangetrieben wird, also beißt die Katze in den Schwanz. Aber um das jetzt mal kurz zu dem Ende zu führen, für einen Großteil der Bevölkerung bin ich immer noch zuversichtlich, dass man das schaffen kann, die auf einer eher, also auf einer empathischen, entsprechend auch zum Teil emotional, dass man muss einfach anerkennen, jetzt geht es wirklich in das Heim. Das ist nicht trivial, das muss man anerkennen, das muss man abholen, da muss man mit Empathie und Emotion arbeiten, aber die meisten Menschen, abgesehen von denen, die Bock auf Kulturkampf oder Bock sogar auf Hass, Gewalt und Krawall haben, verstehen das schon, dass wir in der Situation sind, in der wir jetzt gesellschaftliche Transformationen vor uns haben, sonst geht uns, fährt uns der Karren voll vor die Wand. und da, glaube ich, gibt es in der Politik aus meiner Wahrnehmung viel, was gut gemeint ist, aber nicht unbedingt gut gemacht und da, glaube ich, gibt es echt einen Nachholbedarf, das noch ein bisschen stärker und besser und vor allem gestern, natürlich, also muss auch alles noch irgendwie schnell sein, zu machen. Mehr Ethik halt, ne? Pro domo gesprochen. Ich glaube, ich bin ein bisschen fertig und ich finde, jetzt waren wir auch schon relativ lange unterwegs. Wie macht ihr das denn immer? Man sagt das dann einfach und dann ist Schicht. Ja, also wir machen gar nichts. Ihr hätte jetzt mal endlich angefangen. Ich bin auch total beeindruckt, weil ich mich nicht, dass ich hänge wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Wir sind da. So völlig frisch und ich sehe da irgendwelche Listen mit irgendwelchen Fragen, aber ich glaube, ich muss das jetzt mal beenden, weil sonst werde ich, falle ich hier gleich runter und ich sage jetzt deswegen einfach Stannery Place. 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 Untertitelung des ZDF, 2020